Test, 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 test. Okay, klappt alles. Ey. Alter, was geht. Alter, Raiders hat es jetzt wieder auf die 1 geschafft. So nach 1000 Jahren irgendwie so Raiders für die Nummer 1. Alter, jetzt geht es ab, Jungs. Jetzt geht die Party ab. So. Jetzt wird gezockt, Jungs. Warum Eusebio verkauft man verkackt hat gestern. Der kann sich noch retten. Eusebio kann sich heute noch retten mit Edith 2. Oder besser. Kostet euch nach Kata jetzt. 1,48, ist er gestiegen noch, alter, der Big Mac. Hm. Ne, krass. Ah, er hat noch eine Chance. Edith 2 muss er erreichen, dann bleibt er. Ah, Alter. Xkali, try. Ich habe direkt 2,99 Euro. Damit du Packs ziehen kannst für ein besseres Team. Ja, ist ja RTG, Brüdi. Aber für meinen SPB-Account, also Pay2Win-Account. Vielen, vielen Dank. Ah, es gab, Jungs. Wir gehen hier noch Dings. Dann gehen wir gleich in das erste Spiel rein. Junge, Henri bleibt auf jeden Fall. Ah, er hat gestern richtig reingeschissen, der Eusebio. Ah, ich weiß nicht. Er spielt nicht mehr so gut, Mann. Ich muss ihn verkaufen, ey. Er ist voll Strecker, Junge. Ist so. Das Ding ist. Das Ding ist, warte mal. Ah, wir haben hier direkt die Donis raus, Digga. Niemals alles verkaufen, doch der muss, wenn er schlecht spielt. Moin, Meister. Love you, Bro. Ah, Leo, danke dir, mein Freund. Danke dir für ein Euro. Nee, ohne Xkali, try. Danke dir mal. Okay, jetzt gehen wir kommen. Wir gehen rein, Jungs. Wir können hier nicht so lange warten. Da denkt man, noch ein Loot-Tay-Case. Ich bin davon, aber ich sehe, auf dem Flügel ist rein zur Verschwendung. Ja, ich kann aber nicht nirgendwo anders spielen, Digga. Deswegen muss er gehen, wenn er nicht da spielen kann. Ich habe euch schon mal gesagt, ein Spieler muss sich an uns anpassen. Mir passt uns an keinen Spieler an. Wenn der Eusebio über die Flügel schlecht ist, dann you have to go, mein Freund. Weil die Mitte ist besetzt durch Messi und Henri. Warum keine Team of the Week, SBC? Ja, ich frage die. Ey, Junge, die haben gesagt, zu viele investiert. Nee, hier wird kein Profit gemacht. Oh, jetzt kommt's. Oha. Okay. Crest wurde die Maschine. Kappa. Ah, da Kimo, du Big Mac. Was geht, Digga. Exes-Armee, Alter. Von der Exes. Baby, ey, ist nicht Maradona. Ist Messi gut? Bester Mann, Digga. Messi. Messi außen. Messi muss in der Mitte spielen. Jetzt guck doch die Bilanz an. 14-1. Warum soll ich was ändern? Ich ändere nix, Digga, wenn es gut läuft. Eusebio kann sich nicht anpassen. Er geht. Pesch. Du hast noch eine Chance. Elite 2 mit ein paar guten Aktionen. Von Eusebio, der darf noch bleiben. Ansonsten ist er draußen. So, ich trenne mich an. Ist doch egal, Jungs. Das Team ist wichtig. Nicht das einzelne Spieler. Wenn der einzelne Spieler für gehen muss. Ich sehe hier gar nichts. So, lass mich mal konzentrieren, Jungs. Ich hab noch gar nicht gespielt heute. Mal reinkommen. Eusebio, wie Glück der Typ hat, ne? Eusebio, hier krieg ich auch mal den Ball. Danke. Maradona, Junge, die Maschine. Eusebio, der macht das wieder gut heute. Der bleibt dann. Der macht das heute gut. Und dann bleibt der. So einfach ist das. Hier, guck. Eusebio, guck. Eusebio, du machst das jetzt gut. Ah, das ist ein schlechter Touch. Eusebio, mach das heute wieder gut. Und dann läuft der Hase. Das ist anstrengend, ey. So, Jungs. Ich muss mich kurz konzentrieren, dann gehen wir auf den Chat ein. Ich muss mal auch mal einen Angriff hinbekommen jetzt. Oh, shit, man. Was ist denn da los jetzt hier gegen den? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Vielen Dank, mein Freund. Sehe ich gleich nach dem Spiel vorher. Vielen, vielen Dank. Helf, komm, Ref ist ein Foul, bitte. What the fuck, Digga, deswegen spielst du kein Crespo, Digga. Wie schlecht ist denn der Crespo, Alter? Der war durch und wird bestraft, weil der Crespo einfach so scheiße ist. Wer spiel ich denn heute, Mann? Warte mal, Jungs, ich muss gerade kurz, vielen Dank, mein Freund, sehe ich gleich vor. Ich muss gerade mal aufwachen, ich verliere gleich noch gegen den ist. Das kann doch nicht wahr sein, ich verliere jetzt gleich noch. Aber gestern so gut angefangen, darf jetzt nicht heute einkrachen, ey, die Leistung. Ich bin aber auch gerade richtig scheiße. Heiler, danke, mein Freund. Lese ich gleich noch mal vor und hoffe, es läuft gut mit dem Renovieren. Ich bin gerade ganz scheiße, ne? Ich bin gerade ganz schlecht, Jungs. Nicht gut, Mann. Alter, was spiel ich hier gerade für den Müll zusammen? Ich bin gerade echt ganz schlecht. Guck mal, ich krieg nichts zusammen. Nicht einen Angriff bis jetzt. Hast du, hast du, hast du. Okay, jetzt komm, lass mal zusammenreißen jetzt. Alter, Mann. Ist das so unnötig, wenn ich wie immer gut anfange und einmal wieder rein scheiße, weil ich einfach dann... Was mache ich, Mann? Muss gerade... Echt, das stimmt gerade bei mir noch nicht. Ganz ruhig, Casey, ganz ruhig. Wir bauen das ganz ruhig auf. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, jetzt habe ich ihn. Ich kann mich auch... Warum kann ich mich nicht bewegen, Mann? Mann, ruhig, ruhig. Das Ding ist, ich kann mich halt... Der geht halt gut drauf, ne? Deswegen geht der Verferde verkauft. Deswegen wird aus dem Verkauf. Wenn der solche Dinger nicht macht, das ist Katastrophe als Ikone. Für 4 Millionen muss er ihn machen. Nur, da gibt es keine Ausreden. Shit, die Ikone einfach dieses Jahr. Zumindest die Version ist scheiße, Mann. Da muss reingehen, der Schuss, Mann. Guck mal, wozu habe ich 4 Millionen? Da kann ich auch irgendwie... Kräufe auch spielen. Äh, nicht Kräufe. Da kann ich auch den Ding spielen. Den Dalklich, der spielt genauso wie euch Sehbio gerade. Das deswegen verkaufe ich euch Sehbio, Digga. Wenn er so weiterspielt wie jetzt gerade. Ist mir egal, Jungs, was ich hier sage. Ich verkaufe den. Das hat auch gar nichts damit zu tun, ob er aus oder innen spielt. Wenn er so eine Chance liegen lässt, Katastrophe, Mann. Was macht du? Was ist denn los? Henri auch komplett Katastrophe gerade. Henri, was machst du? Die schießt doch einfach. Der wollte ihn in den Winkel. Was ist denn los mit meinen Spielern gerade? Irgendwie stimmt da gerade irgendwie heute gar nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl. Ich spiele aber auch scheiße, Mann. Der Gegner ist nicht schlecht, aber ist auch nicht so krass eigentlich. Mann. Das ist ja. Das ist ja. Jungs, Jungs, sorry, ich gehe gleich auf den Chat ein, Jungs, ich bin, ich muss das Spiel gewinnen gegen den, ey. Shit, man. Irgendwas ist irgendwie, ich weiß nicht, es fühlt sich, ich will keine Ausreden suchen. Ich spiele scheiße, aber es fühlt sich komisch an, ich kann mich nicht so richtig bewegen. Aber ich will keine Ausreden suchen, ich will keine Ausreden suchen. Komm, wir machen das jetzt. Konzentrieren, erstmal das erste Spiel gewinnt, ist wichtig und dann schauen wir weiter. Wie wird es? Guck mal, er passt wieder nicht, Mann. Oh, ich kann, komm weiter, einfach focus, focus. Focus, man. Focus. Komm mal, Maradona. Goddess. Maradona, man muss seinen Körper auf einen von gestern hin. Hat mich hier schön ausge... Aber das habe ich gewusst. Digga, der SAI ist der größte Ficker, egal was für ein Gameplay, wollte ich gerade sagen. Guck mal, was soll ich denn machen? Hallo? Das Junge, Alter, reißt sich nochmal zusammen jetzt, Casey, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, was hier gerade abläuft. Gestern habe ich auch viel stärker geschlagen als ihn. Warum verkacke ich ihn jetzt gerade so krass? Komm, wir zusammenreißen. Mann, Spiel! Vernünftig den Ball! Spiel! Warum, Jungs? Aber das Gameplay ist auch wirklich Katastrophe, Mann. Wie oft ich mal aufpassen drücken muss. Ich wusste es. Ich kann nichts dagegen machen. Ich wusste, er macht einen Ballstopp und zieht nach hinten. Aber ich kann natürlich mich nicht genug bewegen, um es zu stoppen. Traurig. Kein Spiel angewählt. Warum mache ich das immer und immer wieder, Mann? Hör doch mal auf, immer diese scheiße Pässe rauszuspielen. Mann, bin ich doof, oder was? Das ist das vierte Mal in dem Spiel. Panikpass, Panikpass. Aber das Gameplay auch einfach scheiße ist gerade. Guck. Nicht. Viel Glück und gute Nacht. Ah, da wünsche ich dir viel Glück, Brudi. Mach dann heute nicht so lang. Lerne noch ein bisschen. Und hoffentlich reißt du das dann morgen ab. Ich schlese das gleich noch mal gerne vor, mein Freund. Hey, Junge. Ich mache jetzt meinen ersten wichtigen Test hier gegen den Gegner. Hey, komm, Junge, Alter. Ich kann das nicht verkacken. All die Arbeit von gestern darf nicht so umsonst gewesen sein. Es darf nicht umsonst gewesen sein, die Arbeit von gestern. 4-4-2, ey. So ein Abfucker-Formation hat der. Jungs, Jungs, ich versuche mich zu beruhigen. Ich spiele gerade echt scheiße einfach. Ich muss runterkommen, Junge. Ich spiele viel zu... Ich muss einfach runterkommen. Jetzt den Ball halten plus keine scheiße machen. Ich hasse es, in den Konter zu laufen. Ihr wisst, ich hasse es. Ja, man kann sich aber null bewegen gerade in den Spielen. Man kann sich nicht mal richtig abdrehen. Krass. Gameplay ist echt Katastrophe. Hätte ich gestern mehr Spiele machen sollen. Mach mal, hit-to-heal-flick, hit-to-heal-flick, man. Verschluck nicht meine Kommandos, man. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann keine Tricks machen. Was willst du denn machen im Spiel dann? Das ist so unfair, man. Ich kann mich echt nicht abdrehen. Ich kann keine Hit-Reflex machen. Was willst du denn hier noch machen? Disgusting, man, EA. Ey, Junge, Alter. Das ist einfach... Disgusting Gameplay, Alter. Gestern war echt gut, ey. Hätte ich gestern weiterspielen sollen. Das ist verdummt, nicht weiterzuspielen. Ey, was denn Disgusting Gameplay heute wieder. Wirklich, ey. Ja, fuck you off. Du kannst nicht Maradona einholen. Fuck you, Alter. Laber mich nicht voll hier. Komm, komm mal hin. Nein, 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 nein. Kopf, Kopf, Kopf. Spiel, Spiel, Spiel. Spiel, Spiel, Spiel. Spiel, 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 Spiel. Spiel, 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 Spiel. Spiel, 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 Spiel. Spiel, 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 Spiel Ja, ich wollte mich zusammenreißen, ey. Irgendwas stimmt da gerade richtig nicht. Alter, ich merke gerade, dieser Yamaguchi bei den Gameplay ist ja richtig scheiße. Der lässt sich null bewegen, der Yamaguchi gerade. Aber ich sehe, ich bin auch schon tot, alter. Komm, probieren wir das mal. Come on, man. Ich gebe mein Bestes, ich muss sagen, können wir quatschen. Mann, Alter, come on, man. Wieder so ein... Komm, egal. Einfach Mund halten und spielen. Ja, oh mein Gott, er tritt mich um, Digga. Lol, hat er mich umgetreten da, oder was? I don't care, eigentlich. It's up to you, Eusebio. It's up to you, jetzt ist dein... Dein... Fuck you, Eusebio. Du schießt nichts mehr bei mir, Eusebio, Mann. Der wird verkauft. Keine Diskussion mehr. Ich gebe dir den Elver, damit du dich redeemen kannst, und du machst so einen Scheiß für mich. Fuck you dann, Eusebio. Wenn ich jetzt noch einen Toca sehe, ich schwö... Wo ist das? Wo ist das, ihr Elman? You fucking me mit den Eggman, Alter. Warum steht denn da keiner bei mir hin, bei den Eggman? You fucking asshole, you can't game, Alter. Why? Warum steht kein einziger Spieler hin und vier von ihnen laufen auf mich zu? Makes zero sense, Alter. Ich habe zwei Balken bei Eggman, Alter. Zwei verfickte Huren, so einen Balken. You fucking me, Alter. You fucking me over, man. Ich habe zwei Balken, Alter. Zwei verfickte Balken, Mann. Wie kann ich sagen, dass keiner hinten ist, bei zwei Balken? Fucking shit game, das ist, Mann. You fucking me over, you like this, ey, huh? You fucking me over, man, this game, Alter. Wie kann es sein, die Elfmeter ist mir scheißegal, Elfmeter habe ich verkackt, aber... Ey, wie kann es sein, dass ich keinen einzigen Mann hinten habe, Alter, wenn ich... Eusebius shit hat, Liga. Eusebius ist einfach shit, Jungs. I'm sorry, Jungs, euch zu enttäuschen, aber Eusebius ist einfach shit. Eusebius, komm, get your fucking shit together. Mann, Eusebius, Mann. Ich bin so wütend, gerade das erste Spiel, weil das Game nicht scheiße ist, deswegen rage ich nicht statt gestern. Gestern, weil das Game nicht mal ansatzweise so schlecht ist, deswegen rage ich gerade im ersten Spiel. Weil man das Spiel nicht spielen kann, das Spiel, Mann. Ich habe gestern null gerage, weil das Game nicht okay war, aber jetzt... Ich habe zwei Balken, ihr seht es hier. Ich habe zwei verfickte scheiß Balken, Mann. Come on, Mann, das kann doch nicht sein, Mann. Ich habe zwei Balken, Mann. VIP, Mann, ich mache gleich VIP, Mann. Ich sehe es schon. Immer das same shit mit den Leuten am Sonntag. Das Schlimmste am Sonntag, Alter. Ich mache gleich VIP an. Ich kann jetzt kein VIP an machen, versteht ihr doch, Jungs. Ich weiß, ich swam das an. Ich sehe doch schon ein Spiel. Ich kann mich nicht bewegen, Mann. Come on. Ich kann nicht spielen wie gestern, Digga. Nicht ansatzweise. Let me move, ey. Let me fucking move, Alter. Ich schluck mein Kommandos... Ey. So eine Verarschung dieses Spiel, ey. Er ist so lucky, Alter. Er weiß es auch, ey. Das ist eine verfickte Ecke von mir wieder und wieder. Und wie oft hast du gesagt, Digga. Das ist eine verfickte scheiß Ecke, Alter. Wo ich einen Spieler hinten hatte, ey. Guck mal rum, läuft da. Oh, Gott, Digga. Das Game. Es ist so unfair, Mann, ey. Dieses Spiel, ey. Ich habe gestern nicht einmal gewählt in 15 Spielen, Digga. Und das erste Spiel hier direkt... Ein wirklich Katastrophen-Gameplay-Wissen geht nicht mehr, Alter. Und alles wirklich... Jedes 50-50-Ding... So disgusting, Mann, Alter. Alles von gestern umsonst, Mann. Sieben Stunden geschwitzt für so eine Scheiße, damit es so genommen wird von EA, Alter. Damit es so genommen wird von EA. Sieben Stunden geschwitzt gestern. Damit es in einem Spiel, erstes Spiel so genommen wird, Digga. Fuck mich, ey. Das regt mich so auf, Mann. Ist 15 Spiele, guck ich das auch gestern an. 15 Spiele, Bild. 15 Spiele waren ganz normal gestern, ey. Mann, Alter. Jetzt so genommen, ein Spiel, deine sieben Stunden Arbeit, Digga. Fuck mich das auch... Äh... Nein, ich mache jetzt VIP, wenn da so viel Scheiße drin ist im Chat. Und gut ist... Ist doch immer so Sonntag, Digga. Ich kann dir das nicht verstehen, Digga. Arbeit, sieben Stunden, um so genommen zu werden, Alter. Und so... Die ganze Arbeit wird dir genommen. Es ist in einem Spiel, Digga, was du gestern dir erarbeitet hast. Die Bilanz. Und die Leute verstehen das nicht. Die spüren das nicht, einen Unterschied. Natürlich habe ich nicht gut gespielt, aber ey, ich kann mich nicht bewegen. Ey, ich kann nichts machen. Ich mache hier, du hilfig. Es kommt nicht raus, die ganze Zeit. Und das ist Verarschung, Digga. Auf dem höchsten Niveau, man. Das will ich mir angucken, was da passiert ist. Zwei Balken. Und war alles komplett durch, Digga. Das ist abzocke, Digga. Ja, elf Meter war meine Schuld. Warum wäre ich dann so gefickt durch einen Konter aus einer Ecke, Mann? Wo ich zwei Balken habe. Wie kann das sein, dass ein Spieler hinten schnitt, mich zwei Balken aktiviert habe, Mann? Das ist doch dein Verarschung. Wozu gibt es denn die Anweisungen, Mann, im Spiel? Wozu gibt es die Anweisung, wenn ich zwei Balken mache? Dann will ich das auch nur zwei Leute hinten sind. Zwei Leute von mir aus vorne sind, aber doch nicht so eine Scheiße, Mann. What the fuck is this? Look! What is this? Warum ist einer nur hinten und viele Leute laufen auf mich zu, Mann? Wow! Why? I get it, Mann. Oh, ich habe nur einen Mann hinten bei der Ecke, wenn ich zwei Dinger aktiviert habe. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht, Jungs. Was soll der Scheiß, Mann? Das ist doch eher ein Nachteil, wenn du Eckball hast, dann. Warum ist das so, Jungs? Ich will das doch nur verstehen. Warum bin ich so hart genommen hier von dem Scheiß? Ja, Elfmeter nicht verstoßen ist meine Schuld, okay. Nicht so geschweigen, wie scheiße das Gameplay die ganze Zeit schon ist. Ich habe gestern nicht einmal geraged, weil gestern anscheinend das Gameplay echt gut war dann im Vergleich zu heute. Ich vergesse auch immer, wie schlecht das Gameplay sein kann. Und das ist, das ist Level unspielbar. Level unspielbares Gameplay. Gestern war schlecht bis okay. Das ist Level unspielbar, Mann. Du kannst keine Tricks, du kannst dich nicht bewegen. Du kannst keine Heat to Heat Flicks machen, die werden verschluckt. What is this, Mann? Die Leute wollen dann irgendein Scheiß mit vorlabern, Mann. Disgusting, Digga. Guck mal deinen Anweis, ich guck mal gleich. Fuck, ey, kotzt mich das an. All die Arbeit von gestern für nichts. Egal, jetzt 14-2 wieder wie immer. Am Ende war ich eh wieder, wo ich immer lande. Bei Gold 1, Egal. Fuckin Shit Game, ich wüsste, ey. Vielen, vielen Dank nochmal, Viktor. Ja, yeah. Egal, 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 2 Euro, das hat nicht viel im Moment. Renovieren, Alter, der gibt nicht, Brudi. Ich weiß auch schon Bescheid, 7. Alex Lalla, viel Glück, Brudi, viel, viel Glück, mein Freund. Komm, was soll ich machen? Ich habe verkackt, Digga, gerade. Ich habe auch schlecht gespielt, keine Frage. Wie wirst du dich einstellen? Du gehst rein mit der Egal, Egal, Egal. Wie gestern, dann sind wir auf einmal das Gameplay, das ist so scheiße, Mann. Und deswegen rege ich mich auf, wenn so Sachen nicht ausgeführt werden, videos mass wie sich abdrehen willst wenn du die flicks macht es kommt nicht raus und dann rede ich mich auf mich weil ich verliere gestern die stars mit hinten lag habe ich mich einmal gemeldet ok weiter geht es weiter geht durch den tor kassierter weil hier bestanden und ich habe mich schon komplett aufgeregt weil es nichts ging ja jungs zwei balken zwei ecken mann soll ich machen 2 2 mann über zwei mann ist fucking disgusting das ist schon abgezockter mann wird einfach abgezogen habe über zwei balken ja ich bin auch dumm nicht dumm und macht da voll balken drauf von einfach komplett abgezockte davon gibt man anweisungen wenn das nicht ausgeführt wird man aber angst vom cringe finde es gehen jetzt aber cool war es gefreut dich doch mit den gibt es kennenzulernen für den support aber war es wir hätten hier ein sub raus khd 3 kh des tv wenn es ab auf twitch vielleicht kommt auch noch ein stream irgendwann es kotzt mich so an mal kommen jetzt focus focus man focus man komm scheiß drauf machen weiter jetzt ein bisschen spielbaren spielbares gameplay wenn ich mich nicht mit der wegen kann ich abträgen kann dann lasst meine kommandos meine pässe korrekt aus ok irgendwas muss klappen weil wenn du alles kaputt machst ja ich kann nichts machen man kann ich nichts machen dann bist du einfach oder wirst du einfach ein arsch gepostet es ist einfach das gast ding die hat guckt mein ganzes film von gestern sieben stunden habe ich nicht einmal gerät stecker nicht ein eines mages gerät gestern sieben stunden lang ich ein einziges gerät und dann erstes spiel man ich werde ja immer wie ein gameplay das gibt es immer im prinzip alter hätte es geworden wäre ich genauso ausgerastet wie eben die leute verstehen das nicht dass das ding halt wir wollen immer nur packs 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 du hast einen geilen spiel gezogen und immer highlight 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 so ein scheiß sehen und ich verstehe nicht mal dass das das prinzip hier das ist die basic scheiße hier nicht mal funktioniert man von fifa das regt mich auf mich nicht einfach ab wenn ihr keine ahnung schreibt mich nicht voll mit euren scheiß das wirst du auch schon wie ich drauf bin ich hasse solche solche leute digga geht doch weg auf ea twitter seite und leckt dir ein eier digga wenn das so ist kann man ea gameplay wie kann man das beschützen das gameplay dieses jahr das die server wie kann man es überhaupt ansatzweise beschützen die scheiße da muss auch komplett kaputt im kopf sein jetzt muss ich beruhigen erstmal weil so kann ich auf jeden fall nicht spielen wie gestern gestern war es so gut alles hätte ich hätte gestern echt mehr spiele machen sollen auch wo ich schon kaputt war war dass das ja das bringt mir denn das jetzt nicht so gefickt wäre jetzt vom gameplay bringt mir das auch nichts wie schlecht die gegner hier zum beispiel sind was bringt mir das matchmaking wenn die gegner schlechter sind als gestern wenn das gameplay einfach dich in den arsch pumst dann bringt dir das alles echt nichts man ist einfach nur wichtig wer das bessere gameplay man das ist einfach was das einzig was wichtig ist in dem game der hat schon gefühlt 50 prozent mehr vorteil ich will nicht sagen dass der gegner kein schlechtes game dafür hat der gegner auch schlechtes game gehabt aber der hat einfach von so einem bug profitiert von so einem scheiß eggball bug wo ich eigentlich einen vorteil haben sollte daraus und keinen nachteil man ihr warum habe ich einen nachteil dadurch wenn ich einen eggball habe habe ich noch nie im real life gesehen wie später in macht ihn auch mein gott ich muss runter kommen ich muss ja ich einfach akzeptieren dass gerade alles kaputt ist in dem spiel weil sonst werde ich komplett durchdrehen weil wie später den trick wieder ausgeführt hat katastrophe man mal so werde ich dann nur noch mehr kann ich glaube das wird nicht mehr besser heute das game play neusebio fucking shit hätte ich verkaufen gleich im stream digger verkaufen den armen will junge schwester ich finde shit hätte nicht mehr haben absolut ikone alter zumindest die version ist absolut shit digger die version ist come on why 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 stop doing this fucking touches man stop stop okay was sollen diese komischen touches alter also darf ich auch nicht mehr rennen okay wir rennen nicht mehr sonst verspricht er weil wir dann drei meter sonst wohin back to boring fifa back to boring fifa man vielen vielen dank mein freundlich ist gleich vor man direkt so akku er da danken für deine ehrlichen worte das geht vielen so wie mir das sind ja nur die die es schreiben du bist schlecht die selber nicht weil sich für die wicke qualifizieren können das ist ja real talk das ist fucking real talk man das ist real talk man die das reinschreiben du bist schlecht und du hast keine ahnung was meckerst du das sind die die haben nicht schaffen es gerade so in die wikin liegt 100 prozent nur disrespekt aber wenn jetzt so wenn ihr so einer seid und schreibt einfach nicht so ein scheiß rein dann ist ja kein problem dass du gerade so die wikinikor ein kommst aber dann schreibt auch keinen scheiß rein wenn du gerade so reinkommst und keine ahnung hast ich habe ja auch nichts über weiß ich über sich sind dass rein wenn ich keine ahnung habe ich bin ich ein heftigste spieler aber ich merke doch hier den unterschied zwischen guten und schlechten gameplay das ist nur disrespekt an die leute wenn du keine zeit hast für fifa ist auch schön und gut und nicht so viel fifa spielt aber dann red nicht irgendein scheiß rein digger und minimum 90 prozent schaffen es gerade so in die wikin liegt sich zu qualifizieren wie so ein scheiß rein schreiben und die wissen dass auch die rat zu gucken ihr wisst es auch selber braucht es ja jetzt brauchst du ja niemanden so erzählen ihr wisst dass er selber dass ihr das seid wie jedes wochenende ich starte gut scheiß am sonntag wieder rein weil es genau immer am sonntag das game bleibt am schlechtesten ist es ist immer so es ist immer sonntag das game bleibt am schlechtesten wenn die spieler am wichtigsten sind kommt dann ist das gast und der gegner ist natürlich auch gut keine frage der ist richtig gut aber das ist immer dieselbe story digger das ist so traurig es ist immer dieselbe verfickte story man ich hab gestern mehr spiele spieler ist so unnötig ja man sollte das spiel auch nicht so ernst nehmen weil es fackt mich einfach ab wenn du schon die zeit investiert sei wie du gefickt wirst digger das ist alles wenn du so fucking ein gemälde malen sieben stunden lang und das wird dir innerhalb von zehn minuten von irgendeinem vollidioten kaputt gekritzelt digger so fühlt sich das gerade an sieben stunden hast du an diesem fucking bild gemalt und dann kommt irgendein vollidiot und kriegst du dir das alles kaputt weil der meint das ist besser so mtf digger das gasting man und es liegt nicht in deiner hand dass der fucking idiot auf einmal von chef zugestellt wird dass er dieses mal bild zu ende malen soll du denkst du auch ja wow jetzt hat es kaputt gekristelt was soll ich da noch retten so viel ist ein mann so ist das gefühl gerade Das gasting ach der stellt nur zu ne das ist wie jede wochenende also so wie es aussieht wird auch nächste woche gehen 100 prozent anscheinend ziel war elite 2 minimum ne also wenn er nicht elite 2 schafft der eusebio ist er sowieso raus elite 3 reicht nicht mal eusebio ne der ist raus dann das ist das war das ziel du hast dich schaff eusebio you fucking out man der muss anfangen zu carryen halt für mich ist das einfach verrastete coins digger 3,8 millionen wie auch schon sag ich auf den außen in verrastet aber ich bin wie gesagt kein spieler kommt hier rein sagt ich will hier und hier spielen und ich kann nur da und da gut spielen dann fuck off digger eusebio wenn du nicht außen spielen kannst dann fuck off den fuck off digger dann gibt mir die 4 millionen kauf mir jemand anders ja wer viel mehr und kurz kostet exkos die überall spielen können das ist das ding das ist krass über überlegen 4 millionen kreuz ausgegeben und so sagen ne der kann nur in der mitte im sturm spielen also wenn das nicht manipulation ist mit bei mir gerade genau der schuss beim messi wieder nicht rauskommt das ist halt frustrierend digger das war ein schuss der könnte reingehen von da aus langen die mein freund die sich gleich vor ist einfach Wer hat er im Tor? Ferdinand oder wen hat er da gehabt? Nein, meine Freunde, ich lese gleich, aber vielen herzlich willkommen, ich lese aber auch gleich nochmal vor. Fuck, Alter. Ich spiel, Mann, ey. Wie auch im Komi, der spielt schon, wie hat er diesen Schwitzkopf bekommen, Alter. Ein absoluter Schwitzkopf, sein Vater, Digga, auch immer. Die schlimmsten Gegner auch am Sonntag immer. Warum hat er ein Tor bekommen, Alter? Es ist so schwer, da was zu machen, ey. Nice, Mann. Das Beste, was du den ganzen Abend gemacht hast, Eusebio. Danke dir. Come on, Mann. Wie korrigierst du den denn gerade so für den um mich rum, Mann? Der macht den Fehlpass, bestraf ihn, Mann. Das ist so schwer durchzukommen, ne? Der macht nur Passwege zu und es reicht irgendwie gegen mich gerade. So traurig, egal. Das ist so ein scheiß Taktikreich gegen mich. Passwege zu machen, das sind. Oh, wow, Mann. Oh, wow, Mann. Oh, wow, Mann. Oh, wow, Mann. Geht nicht hin, wow, Mann. Wirklich, ich habe das Gefühl, ey, alles. Game, der Scheiße, alles gegen dich. Fucking disgusting, Mann. Vielen, vielen Dank. Kann einer sich merken, wie der... Kann ich gerade gucken. Alla, Boris, Boris, ist da. Boris, ist da. Vielen Dank für deinen Twitch Prime. Oder Twitch Sub. Obwohl ich da jetzt gefühlt wieder nicht so off-streamer. Vielen, vielen Dank dafür. Ich gehe mal hin, du. Verwixer. Oh, Mann, Alter. So an. Oh, Mann. So an. Jungs, ey. Direkt die Laune am Arsch, Digga. Die Laune wird auch nicht besser, Jungs. Kann ich jetzt schon sagen, weil das Gameplay wird, glaube ich, diesen Abend nicht besser. Das wird einfach nicht besser, die Laune heute Abend. Es wird nicht besser, 100% nicht. Was ist ein Touch, Digga, von Ken. Wie einfach mein Gegner aussieht, Digga, ey. Let's FIFA 20, Mann. Bunkern, 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 Bunkern. Ah, kriegt eine Chance, wenn wir von EA bis ins Tor getarriert, Digga. Disgusting game. Ja, sobald man einmal öffnet, direkt ist man am Arsch, Digga. Das ist so sad, Mann. Das ist so sad. Sobald man einmal riskieren muss, dass man jetzt komplett am Arsch, wenn da rauskommt. Drei fucking mal stand ich im Passweg. Ja, wird einfach nach links, nach rechts wieder korrigiert, durch die Beine korrigiert, okay, man. Okay, yay. Wenn du seinen Arschloch lecken willst, dann leckt sein Arsch, sein Arschloch, Digga. Mach das. Wenn es so geil schmeckt, die Stück Scheiße von ihm, dann leckt weiter sein Arschloch, Digga. Bastard, ey. Für die fucking 10 Euro, die du einmal im Monat von ihm bekommst, Digga. Leckt sein Arschloch, Digga. Von ESO Game, ich schwör's dir. Ach, Leute, wir noch sagen, oh, guck mal, wie heftig der verteidigt. Ja, Passwege zu machen, mit elf Mal hinten ist heftig, Digga. Auch voll viel Skills, Digga, einfach nur die Passwege zuzulaufen. Ist richtig heftig. Das werden die Leute noch sagen, der ist voll heftig. Der spielt nur den Meter heftig, mehr kann er nicht. So wird einmal die Meter nicht klappen, wie der, der gerade spielt. Der ist direkt im Arsch gebrust, weil der nicht manuell verteidigen kann. So, weil ich 1-0 führen würde, hätte er verkackt. Guck, was der macht. Der macht nur, der geht nie manuell drauf, Digga. Der gibt mir immer nur Passwege zu. Ich kann nichts dagegen machen. Ich kann nichts dagegen machen, Digga. Weil das Game einfach heute zu verfickt ist. Oh, you can't, man. Du hast doch schon gewonnen, man. Ach, F***, Digga. Wie ist man so ein Scheiß-Abuse? Wieso sind so viele unnötige Bugs in dem Game, Alter? Warum sind so viele unnötige Bugs in dem Game wie sowas? Warum kann man links, rechts und teile nicht fucking rechts stehen und da zuschnecken, Mann? Warum kann man mit so einem langen Ball das abusen, Mann? Terrible, man. Terrible Gameplay, Mann. Terrible Gameplay, Mann. Oh, Junge. Bestreckt den Scheiß, ey, der dafür zuschneckt, wird sich direkt so... Ich schwöre, die Rotze hochziehen, den so ins Gesicht spucken, Alter. Der für so einen Scheiß zuschnecken ist. Und so ein Scheiß programmiert, Digga. Dass du schwörst dir, ey. Faiowai, Alter. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann fucking move, Mann. Can't. 9-9 Stripling, wie viel der hat. Kann sich nicht bewegen. Kant-Game, ey, ich schüsse, ey. Was soll ich machen, Jungs? Kann ich euch direkt in den Stream abbrechen, ohne Scheiß, gar kein Bock mehr. Disgusting Game, ey, Disgusting Game, ey. Die Meter hat er perfekt gespielt, der Gegner. Was will ich sagen? Was will ich da machen? Hat die Meter perfekt gespielt, kann ich nichts sagen. War ein guter Spieler. Vierfalt 20 seit... Beide mit Abstand der bessere Spieler als ich. Einfach die Meter perfekt gespielt. Ich konnte nichts machen, Digga. Ich konnte absolut nichts machen, Freunde. Disgusting Game. Das ist es, Mann. Mit dem Streamer. Ich könnte ja irgendwie ausmachen, ich schwör's dir. Gar kein Bock mehr. Gar kein Bock mehr, Alter. Gar kein Bock mehr auf dieses Spiel, Mann. So frustrierend, ey. Wöse von Zeit ist, Digga. Ich schwör's dir. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Ach, Mann, ey. Danke für deine ehrlich Worte. Vielen Dank, Walking Crow. Wie geht's dir? André, vielen Dank für deinen Sub. Florian und Leon, vielen, vielen Dank für euren Sub. Und Giva, Sally, vielen, vielen Dank für 2,90 Euro. Gib den Müll nicht mehr, Yates. Was euch machen, Jungs, egal. Ich hab Kopfschmerzen schon jetzt. Kein Bock mehr, das zu spielen, Digga. Ich schwör's dir. Ach, Mann, Junge. Die Leute, die auch immer sagen, äh, guck mal dein Team an, so heftig. Ja, was bringt mir das, wenn du jetzt spielst, wie ein fucking 200k-Team, Mann. Schwörst du hier, Mann? Ich spiel's nicht so schlecht. Soll ich machen, kann das machen, kann nochmal neu starten. Same server, same shit gameplay. Immer dasselbe scheiße, Mann, ey. Guck den Stream von gestern an, guck mal auf den Unterschied, Mann. Wie ich gegen die schwierigen Gegner fokussiert geblieben bin, normal gespielt habe. Alter, Junge, der, 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 Junge, was geht, du, Alter, hast du Corona-Virus mitgebracht, oder was? Alter, Junge. Das Töner-Essen gehen, ja, wer zufrieden ist, zu sagen, soll ich sagen, lass morgen, morgen können wir machen. Wenn du kein Corona-Virus hat, egal, safe hasse Corona-Virus mitgebracht. Eigentlich muss erst mal jemand anders mit dir treffen. Erst mal abchecken, ob du das wirklich nicht hast. Das ist so, scheiße, gar richtig gefährlich, ey. Ein Monat im Vietnam, Junge, kannst du alles mitgebracht haben, ey. Ey, ich will dieses Spiel, ey, ich könnte das wirklich jetzt gerade, wenn wir diesen, diesen Typ, der dafür so ranziehen und sagen, guck dir das an, so könnte ich nicht von den Zwischen mitziehen. Guckt ihr das an, was du für den Scheiß berührt bekommiert hast. So könnte ich ihn da ranziehen. Und dann, der Kopf so, bam, gegen den Monitor knallen, ey. So, das könnte ich gerade machen, der dafür zuständig ist, für den Scheiß, digga. Ich schwöre, das könnte ich gerade echt mit dem machen, ey, wenn der hier wäre. Was ein, ich schwöre, muss ich leider sagen, was ein Hurensohn. Der, 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 der so ein Scheiß zuständig ist, was ein Hurensohn. Der, der die Meta entschieden hat, dass sie so beschissen ist, und der sich scheiß so programmiert hat, und wie die Server. Aber, alle Hurensohne, einfach Hurensohne. Tut mir leid, dass ich das so hart sage, aber er ist einfach bedammte Hurensohne für mich, aus meiner Sicht. Ein Geschwister, ich könnte alle mit ihm, bam, jeden Einmal gegen Monitor klatschen, die für so ein Scheiß zuständig sind, ey. Katastrophe, man. Wirklich absolute Katastrophe, so ein Scheißiger. Ja, geh dich erst mal checken, ey, keine Ahnung, ey, ich wüsste, ich trau dir nicht, wenn ich ehrlich bin. Digga, so ein verdammter Scheiß, ne? Ich wüsste dir, Alter, was ein Backen, fucking Bullshit, man. Was ein verdammten Scheiß, digga. Ey, als fit bin wieder back, habe drei Wochen FIFA-Pause, ja, Brudi, lass das lieber, mach da aus, fünf, sechs, sieben, acht Wochen, wie wäre für dann, zwei, und zwanzig? Ja, Scheiß, ja, strike, guck mal, wie asozial die sind. Wir striken jeden weg, der uns kritisiert, das ist doch schon das Traurige, wie die ihr Image beschützen müssen. Nur weil Kurt genau das auf den Punkt gebracht hat, digga. Nur weil Kurt das auf den Punkt gebracht hat, scheißen sie sich alle bei... Du musst immer überlegen, ein fucking Unternehmen, das milliardenschwer ist, hat Angst vor einem fucking Streamer, von ehemaligen FIFA-Pro. Und versuchen, das ist wie ein Mann gegen die ganze Armee. Und die haben Angst, die Armee hat Angst vor einem Mann, digga. Das ist einfach traurig, digga. Aber das Ding ist, dieser eine Mann hat auch eine Armee hinter sich. Die Leute, die sich, wie ich, verarscht fühlen, jahrelang schon verarscht fühlen. Mein Gott, digga. Wie gesagt, würde ich nicht YouTube machen, ich würde dieses Spiel, digga. Ich werde schon längst deinstalliert, diese Scheiße, digga. Trauriges Spiel, man. Komm, focus, man. Focus, focus, focus the shit, man. Focus, komm. I have to focus, man. Focus, come on. Focus, man. Alles ist noch drin, Jungs. Komm, lass uns wenigstens Elite 3 holen. Lass uns wenigstens Elite 3 holen, komm. At least, man. At least Elite 3, komm. At least, man. Ruhig, ruhig spielen. Anpassen. Das Ding ist, ich passe mich auch nicht an. Anpassen an das Gameplay. Anpassen. Nicht so viel trippeln. Nicht so viel laufen. Nicht so viel sprinten. Einfach alles slow, slow, slow machen. Hin und her spielen, hin und her spielen. Wie der größte Bastard. Aber so muss man spielen bei dem Gameplay. Wie der größte Bastard. Hin und her spielen, hin und her spielen. Und das Spiel einfach langweilig machen. Langweilige Taktik spielen ist jetzt hier die... Guck, einfach hin und her. Hin und her. Bis die Lücke da ist. Danke, fucking Bastard. Bloß nicht trippeln. Bloß nicht tricksen. Bloß keine gefährlichen Pässe spielen. Einfach dieses langweilige FIFA spielen. Weil es nicht anders geht. Let's the point, man. Das war unnötig von mir. Bloß nicht schönes FIFA spielen. Bloß nicht, Jungs. Okay, das ist was da passiert. Bei gefährlichen Pässen. Okay, ich muss mich auch beruhigen. Ich übertreibe auch immer oft. Ich bekam mir noch nicht nach 0 Uhr. Wer ist Ordnung am Safe schon da gewesen? Was ist denn jetzt? Ah, Lega. Ist wieder nur ein Mann hinten bei mir, ne? Ist krass. Diese Ack... Warum ist bei mir immer nur ein Mann hinten bei der Ecke? Ich verstehe das nicht, ey. Crazy, man. Ich muss echt vorsichtig sein bei den Ecken, ey. Das ist echt nur ein Mann hinten. Crazy, alter. Alter, wir hatten ein Ries-Up-Pier rausgegangen. Lässt ich gerade noch vorkommen. Scheiß auf das Spiel. Genau so musste man es machen. Alter, Paco 5 wieder für den dritten Monat, Digi. Ohne Scheiß. Für den dritten Monat, egal. Dafür, wie gesagt. Bald kommen auch mehr Streams, wenn wieder geile Spiele außerhalb von FIFA kommen. Wenn ich auf Twitch da streamen. Und dann hoffentlich können auch die Subs was davon haben. Dann auch neue... Ja, da ist ein bisschen öfter streamen auf Twitch. Wenn da... Ja, wenn da mal geile Spiele kommen werden... Äh... ...sollten. Bin gespannt, was demnächst noch kommt von... ... außerhalb von FIFA. Die können wir dann alle auf Twitch streamen. Vielleicht auch mal Slots. Ich spür's, dass Slots hat sogar... Slots fühlt sich zehnmal besser an als das. 100 Euro in Slots zu verscolden ist besser als das Spiel zu spielen, Digi. Ich spür's dir. Alter, Torquartan. Äh, da ist er, der Boy. Was geht, Brudi? Was geht da, mein Freund? Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Herzlich willkommen, mein Freund. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich kann ihn... Ich brauch gar nicht den VIP ausmachen, weil ich weiß ganz genau, dass da jetzt gerade alles ver-aids ist, Digi. Ich weiß gar nicht auch, was ich gerade hier spiele. Ich bin auch absolut kacke, weil ich so spielen muss, wie ich gar nicht spielen möchte, Digi. Ich spiel so scheiße gerade, Digi, auch. Komm ruhig, ruhig, ich weiß, ich hab einen Ballroll gemacht, der kam nicht raus, ist in Ordnung. Komm ruhig bleiben, bringt ja auch nichts zu meckern. Komm, wir wieder mit so einer dummen Taktik, weil der Typ kann null FIFA. Und mit so einer dummen Taktik habe ich Probleme ohne Ende, Digi. Mit so einer verfickten dummen Taktik, guck mal, wie er verteidigt, Digi. Das ist so disgusting. Das ist so traurig, dass er mit so einer dummen Taktik mir so viele Probleme bereitet. Einfach nur zu laufen, also Passwege zu laufen und dann zu kontern. Das ist so fucking sad, man. Weil das... Das ist kein Skill, Mann, was er hier macht, der Typ. Zero... Das ist wirklich gar kein Skill, was er hier macht. Und dann vorne versuchen, sich durchzulacken. Disgusting, Alter. So boring, Mann. Alter, vielen, vielen Dank, Junge Blondie. Wie geht's hier? Und Steph, Alter, was ist denn heute los? Alter, heute am Start, oder was? Da komm, ich reiche mich zusammen für euch. Für euch wirklich. Nicht für EA, sondern für euch reiche ich mich jetzt zusammen. Komm, let's go, Mann. Vielen, vielen Dank, Jungs, für den Support. Für euch reiche ich mich jetzt zusammen hier. Für dieses verdammten Kackspiel hier. Look at this, look at this, look at this shit, Mann. Bli, 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 bli. Fucking Mann. Ich reiche mich zusammen, komm, ich krieg den noch geknackt. Aber gestern, der eine hat genau so gespielt. Und der wurde so auseinandergenommen von mir. Weil alles geklappt hat. Peste, Bewegungen, Schüsse. Alles hat geklappt. First-Time-Fake-Shots, alles hat geklappt. Deswegen konnte ich ihn von gestern auseinander. Wird genauso gespielt wie der gerade. Aber heute kann ich nichts machen, weil ich nichts machen kann. Auch weil die Spieler, die laufen sich gar nicht so richtig frei. Die stehen einfach hinter dem Mann immer so. Junge, Alter. Das fackt einfach ab, Mann. Das war auch schlecht gemacht von mir. Auch die zehn Jahre, bis nach vorne geht, Digga. Kann ich auch Musik erst mal lauter machen. Bis der nach vorne geht, Digga. Ist wirklich jetzt 20 Minuten gefühlt vergangen, ey. Komm, reiß mich zusammen jetzt. Komm, ich reiß mich jetzt zusammen für euch. Fucking shit, man. Fuck shit, man. Fuck. 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 Come on, man, Maradona, man, lass dich so wegschubsen, come on, doch nicht so billig, so ein Kackspieler. Ich schließe das gleich, hoffe ich, vielen, vielen Dank für den Support, Brudy. Du Hund, Digger, Jünger, ich will dich nicht, du Big Mac, bei deinem fucking Gemauer, Jünger, ich krieg dir den scheiß Step rein, mit deinem verfickten Gemauer. Ist auch Taktik, ist auch so, das muss man so spielen, man muss nicht provozieren, die Leute, man muss toxic sein, so, das muss man so machen. Willst du mir in die Pause reindrücken, studier nochmal drei Pausen rein, Digger, so muss man es leider machen, sorry, dass ich so toxic bin, aber ey, jeder muss so spielen, man muss toxic sein, man muss mauern, man muss bunkern, man muss fucking dies und das machen. Let's go, man, ich schuck dir auch nochmal zwei Pausen rein, Digger. Asshole, Digger, jeder, der jetzt so Bunker kriegt, von mir zehn Debsjungen hinterher reingedrückt. Meine Fresse, Digger, jetzt auf einmal umstellen, jetzt umstellen, fuck you, ich bin so auf Zeit zu spielen, Digger, fuck you, man, fuck you, man, ich schwöre es dir, fuck you, jetzt brauchst du jetzt gar nicht probieren, die Scheiße, fuck you, man, jetzt brauchst du nicht umstellen und normal spielen, jetzt wird so viel Zeit, du kriegst erstmal eine Pause reingedrückt und jetzt wird fucking auch richtig auf Ball bis es gespielt, fuck you, man, fuck you, man, ich spiel von vornherein nicht so, wie so ein Bastard, ich mach den jetzt kaputt, Digger, ich mach den seelisch kaputt, Digger. Ich werde den Ball richtig in der Ecke halten, I don't care, was da die Leute sagen, die müssen, auch wenn ich jetzt verliere, ich muss das riskieren, er muss richtig jetzt auseinander gemobbt werden, hier, ich gehe in die fucking Ecke und mache nur noch L2, der ist mir scheißegal, der soll richtig spüren, was das heißt, gefrustiert zu sein von diesem Spiel, fucking ass, Leute, ich schwöre es dir, es ist mir scheißegal, was die Leute jetzt auch sagen, oh, mach das nicht, das ist so toktisch, ah, du fucking care, man. jetzt stand, let's stand, let's stand, let's stand around, man. Du, I look, dass ich was machen muss? Komm hier, man, komm, komm, komm. Du willst wissen, was die Chinese Mauer ist? There you go, man. Komm, komm, komm. They want to do, what do you want to fucking do now? Huh? It sucks, it fucking sucks, huh? It's a scheiße, wenn man nicht durchkommt, wenn man elfmal hinten hat. Fucking sucks, huh? Fuck. Ich werde gekarmert, hundertprozentig werde ich gekarmert, es ist es wert, es ist es fucking wert, gekarmert zu werden, gegen solche Leute muss ich das machen. Fucking sucks, wenn da elfmal Leute hinten sind. Huh? Huh? Was willst du denn tun? Was willst du bei den Gäbler machen, huh? Oh, fuck you. No, 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 don't, don't come at me. Yeah, fucking sucks! Fucking sucks! Huh? Fucking sucks! It fucking sucks, huh? It's a scheiße, huh? And then I go fucking do a trackback, and then I do this. Fuck you, man. And then I do a trackback, and do this. Fuck you, man. And then I do a trackback, and do this. Fuck you, man. Fuck you, man. Play like this, huh? You, well, you're like a bastard, and then you get the full program. And then I do a trackback, and then I do this. du kriegst das volle programm dass mir scheiß glaube ich jetzt verliere dadurch ich muss das riskieren um ihn richtig einen reinzudrücken damit er richtig ausraster typ ist mir scheiß egal jungs ich muss das machen ich muss das machen einfach ich muss das machen sonst schmeckt der sieg überhaupt nicht ich verliere das noch es ist mir wert ich muss ich wusste es kam ich muss das machen jungs ich wusste es kommt ich wusste es kommt ich weiß ich weiß es war es mir wert so let's go let's play man zurück zu deinem boring FIFA style den du jetzt spielen kannst gefällt ihm direkt ah shit man okay okay all right let's go let's play man Ich will nur, dass meine Spieler wieder zurücklaufen, das ist das Problem. Ich will nicht, dass ich ausgekontert werde, das ist das Einzige, was ich nicht möchte. Warum gibt es ihnen noch die Chance, man? Stop, man, nimm mal diese 50-50, komm, ich wusste es, ich wusste es ist incoming, aber ey, jetzt muss ich noch besser spielen, komm, und wenn ich führe gleich, ich mache es nochmal, ist mir scheiße geil, ich mache es gleich nochmal, wenn ich führe, ich muss das machen, ich muss es einfach machen, Jungs, ist mir egal, Jungs, ihr sagt, ja, mach das nicht, ich muss das machen, ah, don't care, man, ich muss das einfach machen, komm, Maradona, komm, man, komm, man, komm, man, komm, man, dann zeig mir deine, deine fucking, Skills, let's go, man. Vielen, vielen Dank, mein Freund, liest ich gleich vorher. Try, try, ja, weil irgendwann kriege ich dich mit einem umgepasste, boring. Scheiße, gegen mein Auge kannst du nichts machen, haha, Alter, seh mir noch, vielen, vielen Dank für deinen, ich weiß nicht, wie viel Support hast, aber vielen, vielen, vielen Dank. Thank you, mein Freund. Ah, Gatshu, naja. Wow, da habe ich nicht hingepasst, schön nochmal Momentum auf seiner Seite. Let's go, come on. Digga, wie schnell kommt sein Lukas hier rein. Mal abdrehen und wieder hinten rum, like a fucking boring fuckhead, digga. Oh, hier ist so schlecht, man, in Flanken. So schlecht der Pass wieder, wieder so irgendjemand, den ich nicht sehe. Mist, die stand perfekt in der Lücke, ey. Ach, man ey. Komm, man, let's go, come on. Gibt es in jeden Fall einen guten Song, den ich anmachen kann? Und das, man. Komm, man, man. Komm, man, let's go, man. Focus this shit, man. Shit gameplay, but I have to focus gegen so einen shit player, digga. Focus, man, Casey, focus, man. Gegen so einen shit player, man. Der nur diese scheiße da spielt, digga. Guck, wie der verteidigt, wie der größte Bastard, digga. Wie man kann man so verteidigen, wer so verteidigt ist aus meiner Sicht einfach ein Bastard, digga. Nichts mehr und nichts weniger. Haha, got lucky, man. Autoblog, save you wieder. Autoblog hat sich wieder gerettet. Oh, man. Ich kann, guck mal, wie. Ich werde gefickt manuell, digga. Ich versuche manuell verteidigen und ich laufe um den Gegner rum, die ganze Zeit. Weil das Game einfach scheiße ist. Ihr seht das doch selber. Ich habe ihn jedes Mal schon, digga. Ich weiß, was er machen will. Da war noch einer. Das habe ich gar nicht gesehen, digga. Okay. Okay. Ich kenne keinen ausgewählt, ich kriege keinen Spieler bewegt, digga. Das ist einfach disgusting, digga. Das ist einfach disgusting, digga. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Ich lese das gleich vor. Oh, du holtest du, digga. Du holtest du, digga. Oh, ich sehe nur. Oh, du. Das fühlt sich so geil an. Da war es alles wert. Ich wüsste, es war einfach alles wert, gerade, was ich da durchgemacht habe. Es war in jeder Sekunde wert. Es fühlt sich jetzt so geil an, wie der Wichser das jetzt geingedrückt bekommen hat. Wow. Nice, man. Oh, ich sehe nur, du darfst bleiben. Für diese Aktion, du darfst du bleiben. Oh, schmeckt das, mein Freund. Fucking alles geil, digga. Fucking Ass, du, digga. Für diese Aktion, nur für diese Aktion, digga. Aber war es mir alles wert, diesen ganzen Stress. Fucking Asshole, man. Suck on this, man. Habe ich noch eine Pause? Ich habe, glaube ich, noch eine Pause. Du kleiner Bastard, digga. Play like a fucking... Taste this. Taste this shit, man. Auch wenn ich einen Disconnect bekomme, I don't care. Taste this shit, du fucking Asshole. Wow. Schmeckt das? Ey, das ist so geil gerade. Das fühlt sich so geil an, digga. Dein fucking Shitplayer da. Tu auf deinen C-Aash. Tu auf deinen Lucas Moura. Das ist eine Kacke, alter. Fuck, du, so ein Schrott. Lucas Moura hält mit, mit so einem... Wahrscheinlich mit so einem Team, digga. Fucking Lucas Moura. Oh, scheiße, habe ich weitergedrückt. Fucking Asshole, digga. Das ist mir scheiß geil, was die Leute jetzt sagen. Wie toxic ich bin und so. Suck on this fucking Asshole, digga. Musste einfach sein. Es tut mir leid, digga. Junge, alter. Ich habe einfach so gerade so viel Wut bei jedem... Gestern hätte ich das niemals gemacht, gerade wie ich das hier spiele, gerade. Aber ich bin gerade so frustriert, so geladen. Und dann kommt genau noch so einer um die Ecke, der mich so abfuckt mit seinen fucking Mauern, Mauern, Mauern und hin und her spielen. Taste this shit, man. Taste this, ey, ne? Schmeckt, ne? Schmeckt so. Also mir schmeckt der Sieg gleich doppelt so gut, digga. Doppelt so gut schmeckt der Sieg. Schmeckt gerade doppelt so gut, der Sieg. Boah, schmeckt der geil, der Sieg. Uff, das war das einfach alles wert für mich. Ist mir egal, Jungs, was ihr sagt. Lass dich doch nicht auf diesem Niveau runter. Wenn ich so spiele, dann musst du drüberstehen. Tu es mir scheißegal. Ich gehe noch drunter unter ihrem Niveau. Weil ich kann das nicht mehr, Jungs. Ich bin kaputt im Kopf. Das Spiel hat mich kaputt gemacht. Da ist das gar nicht nötig. Bruder, ich kann nicht. Ich kann nicht. Ihr habt gewonnen. Ich kann nicht. Ich kann nicht, Dominik. Ich muss. Die haben mich. Die haben mich reingezogen. Ich kann nicht. Ich bin auf der Niveau. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Dominik. Ich weiß, ich habe es gestern niemals so gemacht mit den Zeitspielen, also mit den rumlaufen, hinten rumlaufen, Zeitspielen, mit den Steppen und sowas. Aber ey, die haben mich heute einfach so kaputt gemacht schon. Oder generell das ganze Jahr hat mich kaputt gemacht. Ich kann nicht mehr, Jungs. Ich kann nicht mehr normal sein. Wenn ich das Spiel spiele, bei so einem Gameplay, ich kann nicht mehr normal sein. Sobald ein Spiel... Ihr wisst, ich bin nicht so eigentlich. Ich bin keiner, der sowas macht. Aber ey, es musste einfach sein, Digga. Es musste einfach sein. Weil es hat sich jetzt so gut angefühlt. So einen, der so spielt, mit so einer scheiß Taktik. Der hat kann gar nichts. Vier von 19, 18, 17, 16, Nächsten von 100 Spielen, 99 Mal geschlagen, Digga. Der kann gar nichts. Nur dieses fucking... Und dann Dreiecks lang, Dreiecks nach vorn, Dreiecks nach vorne, Digga. Fuck mich nicht. Wer so spielt, muss auch damit rechnen, dass man so einen... ...Stab und sowas alles reingedrückt bekommt. Sorry. Weil das ist Toxic von meiner Seite aus. Aber wie der spielt, ist auch Doppel- und Dreifach Toxic, Digga. Weil das macht das Spiel so kaputt. Und dann verlierst du noch gegen so einen... Digga. Ich kann nicht. Ich muss. Ich muss einfach. Ich muss das einfach machen. Ich musste das einfach machen. Damit ich mich besser fühle. Das hat sich gerade so gut angefühlt. War einfach jede Sekunde wert, Digga. Da ist der Eusebio auch da, Bruder. Komm, Eusebio. Ich habe nichts gesagt, Bruder, Eusebio. Okay? Du bist immer noch mein Boy. Du bist zwar die falsche Version, aber du bist immer noch mein Boy. Und du machst noch ein, zweimal solche Dinge. Du bleibst Digga im Team bis nächste Woche. Vielleicht. Ganz ehrlich, ich würde es die Berufverteilung wieder haben. Dieses Bunker hat null Skill. Hat null mit Skill zu tun. Cipu auch nicht. Aber da konnte man sich wenigstens durchstribbeln. Minato, ja. Das Ding ist, dieses Bunkern ist schlimm. CPU-Verteilung konnten wir aber irgendwie noch mit den ganzen Bugs schlagen. Das war das halt. Burak hat 2 Euro aus. Ey, Abendkaisi stand gestern auch 15 Einsteiger. Aktuell ist 19,7. Mir wurde auch die Lust geraubt. Ja, Burak, egal. Ich fühle mit dir. Du musst aber so spielen wie ich. Burak, dann kommt die Lust wieder zurück. Steff, vielen, vielen Dank für 1,99 Euro. 1,88 Euro. Nachteiligste Weihnachtsgeschenk. Vielen, vielen Dank, Blondie. Torf, herzlich willkommen. De Floyds. Vielen, vielen Dank, Jungs. Oh, oh, zicko. Ich hab schon Angst bekommen, Digga. Ich hab schon Angst bekommen. Alter, Mango, XD, LP. Vielen, vielen Dank für deinen Euro. Vielen, vielen Dank und für die Herzen. Bei Skanox, herzlich willkommen. Impa hat 2,99 Euro. Er kann nichts für EA zwingen, so zu spielen. Impa, ich verstehe das, dass EA ihn so zwingt, so zu spielen. Aber dann musst du auch verstehen, dass EA mich zwingt, so zu spielen. Und so asozial zu dappen und Pausen reinzudrücken. Dann zwingt mich mich auch dazu, weil ich meine, ich verstehe, dass man das so spielen muss. Aber ich muss dann auch so spielen. Es tut mir einfach leid. Ah, der Zicko zusammenstatt. Grüß dich, Budi. Der Delay. Ne, noch nicht Budi. Machen wir aber heute noch der Delay nach den Spielen. Puh, Junge, Alter, bin ich kaputt, Digga. Ey, ich bin so am Arsch. Ja, ich habe auch gedacht, dass Ordnung sanft jetzt gerade kommt. Muss es mal leiser sein, Jungs. Nordschleifenfotografie. Ey, vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Herzlich, komm, mein Freund. So lange, also solange ich mich nicht beruhigt haben, können wir die VIP nicht rausnehmen, weil, ihr wisst schon, wer jetzt im Stream bleibt, ich kann euch nicht garantieren, dass ich jetzt gleich ruhig bleibe, Jungs. Ich gebe mir jetzt noch eine Minute Pause, aber ich kann euch nicht garantieren, dass ich ruhig bleibe, Jungs. Also deswegen lasse ich den VIP lieber drin, bis ich weiß, dass ich, egal was passiert, ruhiger bleiben kann. Weil gerade ist mein Kopf so am explodieren, ich kann nicht ruhig bleiben, Jungs. Ich muss ganz kurz, gib mir eine Minute, Jungs. Vielen, vielen Dank Nordschleifenfotografie herzlich willkommen. Ja, Jungs, ey. Was soll ich machen, Nordschleifenfotografie? Ich bin einfach so einer, ich bin mit vollen Emotionen dabei. Entweder ganz oder gar nicht, ihr kennt mich doch. Entweder ganz oder gar nicht dabei. Ganz oder gar nicht, weiß, was ich meine. Ich bin keiner, der bis Gold 3 spielt und sagt, oh, das gerne wäre scheiße, aber egal. Ich mache gute Mine zum bösen Spiel. Alter, was ist denn das? Ach, du scheiße, der Optimus Prime Girard, Digga. Roter Messi, alter. Ah, da, Mango XLP, da gibt es irgendwo einen Button, da muss er einen erklären, Jungs. Wie kann der VIP werden, erklärt mal einer von Ihnen, euch. Der Optimus Prime, ey, das ist die erste Optimus Prime Karte gegen die Videospielen. Das ist die erste Optimus Prime Karte, oh, das fühlt sich wieder so scheiße an das Gameplay, ne? Das ist die erste Optimus Prime, alter, was geht mit dem ab? Der geht ja gerade all in hier. Der geht ja hier komplett all in, der Boy. Guck mal, guck mal, habt ihr es gesehen? Ich habe sofort den Heat-to-He-Flick gemacht. Er bleibt kurz stehen für eine Sekunde und macht dann den Heat-to-He-Flick. Habt ihr es gesehen, Jungs? Und das hat mich auseinandergenommen gerade. Habt ihr es gesehen? Was eine Verarschung, Jungs. Was eine Verarschung. Hätte ihn sofort gemacht, den Heat-to-He-Flick wäre ich durch gewesen mit Messi. Und das meine ich, Jungs, mit Verarschung, Digga. Und dann plus die ganzen Sachen, die noch im Game passieren. Das ist einfach Verarschung, das Spiel. Du darfst einfach keine Tricks machen gerade. Bis zum nächsten Mal. D休onym. passt doch irgendwie man warum steht der luise philippe luise philippe bester mann junger warum stehst du im strafraum verpiss dich doch einfach aus dem strafraum habe das gesehen jetzt will mir einer sagen will mir einer noch sagen ich lüge ich habe auf schießen gedrückt er wird den ball angeschossen bekommen ich habe glück dass der ball reingeht er geht nicht mal zum ball digga was ein bullshit game das ist man kann sich nicht mal freuen wenn du ein tor maß weil guck mal wie das reingegangen ist ich habe ich habe kein glück sprechen guck mal ich kann von glück sprechen dass er reingeht was ein bullshit game digga der raft nicht mal dass der ball auf den zug kommt der onry so viel delayed und verzögert ist das spiel was denn wirklich kotze digga wirklich das ist disgusting es geht mir immer ums prinzip wie schlecht das gameplay ist das verstehen die leute nicht ob ich gewinne oder verliere mann guck mal was soll der scheiß ich bin von der welt wieder nicht reingegangen obwohl es eine hunderttausendprozentige war weil er nicht registriert dass ich schießen gedrückt habe und nicht versteht dass der ball gerade auf den zug kommt mann bullshit game digga die leute verteidigen das immer noch digga dann geh weiter ihr fucking eier lutschen die das verteidigen so ein scheiß tja ich könnte kotzen mich das sehe ohne scheiß ich könnte echt kotzen mich das sehe vielen vielen dank mein freund lese ich gleich vor ich könnte echt kotzen mich das sehe die leute die sagen immer noch ja bullshit du laberst laberst ja guck dir das einfach an digga und das ist die ganze zeit so jeden spiel mann wie können da leute noch fucking gehörnmanipulation hier im kopf haben und sich so manipulieren lassen und denken dass alles gut ist sobald die gute karten schöne karten rausbringen disgusting wie leicht leute einfach abzulenken sind ich habe ein heat reflick gemacht thank you for that man das ist das meine ich das ist einfach alles random ich habe ein heat reflick gemacht er macht gar nichts digga das meine ich diese so sachen ich will doch nur das was ich drücke dass es ausgeführt wird weißt du was ich meine mehr will ich auch gar nicht ja im happy es wird immer alles random die ausgeführt digga die muss ich jetzt besiegen ich muss jetzt ruhig bleiben gegen den weil der ist nicht gut man den muss ich jetzt 100% besiegen egal wie das game der ist da hat to late man das ist einfach easy zu abusen über die außen mal guck mal er nimmt den ball so kacke mit wie den rücken immer so ein scheiß digga das ist einfach bloß kein konter ich würde sich ausgekontert werden ich hasse ecken ich finde es einfach so ausführen jedes mal ich führe man macht einfach keinen trick sanity ich spiele hier schon mit dem feuer aber der gegner auch ich bin bei beiden mit dem feuer gerade erst besseres game der kurschen easy abjusen egal wie er spielt gerade aber kommt ein gefühl kein pass an kann keine tricks machen ich traue mich keine tricks zu machen organ trau mich gerade gar nicht so spielen wie ich ein spiel möchte ich musste einfach selbst spielen immer selbst selbst spiele ich angst habe das wieder alles falsch aufgenommen wird hier bei dem spiel bewegt rede ich doch eusebio bewegen halten das ist so einfach ein pass eine drehung schuss drin aber du kannst dich nur bewegen crazy man crazy man crazy 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 man hat auch keinen bock mehr der typ ne sorry bro krass gespielt also krassen offensiv gespielt sorry bro falls er zuschaut sorry bro man hat auch keinen spaß mehr an dem spiel ich bin nicht der einzige kein spaß an dem spiel hast welcher normale typ würde bei guten gameplay normalen normalen meter bei 1 0 in der hat zu quitten der auch keinen bock mehr digga hat er einfach keinen bock mehr auf das spiel denke ich auch fuck off ne okay dann tue ich mir die scheiße nicht an einen quitt ich kann mich nicht mehr drüber freuen digga weil es einfach traurig ist ich habe gewonnen weil er keinen bock mehr hat mir hinterherzulaufen fucking disgusting game digga wirklich traurig ist schwierig so so ein spiel ein gutes face zu machen so einfach das über spielen ich könnte jetzt auch mein gott let's go jungs let's go der hasemann 16 3 wir schaffen es so elite 3 ich könnte ich auch machen ich könnte auch einfach schauspielern hier so sagen hey man ist erring good everything is fine alles macht spaß und 1 shit das game ist fucking shit heute wieder am sonntag gameplay macht nur spaß man ist wirklich disgusting ich kann nicht so spielen wie ich möchte man wie gestern ich musste spielen wie sie wollen immer dieses hin und her spielen hin und her spielen hin und ich werde so ein fucking fieber man muss das machen anders geht es ja nicht ist ja wie die eine einer geschrieben hat man muss so spielen die meter schon am arsch dann sind mir die server noch scheiße sind du muss einfach so spielen und er hat auch kein trock mehr gehabt ich mach das beste draus ich versuche jetzt auch nicht mehr so wie rum zu haten dann ging er ja aber es ist schwierig wirklich hier gute mine zum bösen spiel zu machen weil das ist echt herr moment herr moment und ihr wisst ich sag das auch immer raus ist mir scheißegal okay man cpm da sollte ich vielleicht auch immer mal denken ja man cpm ist natürlich eigentlich wichtiger als so ein scheiß spiel da soll ich mal einfach drüber einfach immer denken ja komm scheiß doch machen beleidige nicht so viel aber es ist so schwierig es ist so spiel ich meine bei den spiel normal zu bleiben wirklich habe jeder der für wirklich nicht spielt wie ich und ein hardcore fifa spieler ist ich meine nicht die die einmal die woche spielen oder paar mal im monat die ab und zu mal spielen und denken ja okay jetzt habe ich bock das spiel an die hardcore wirklich weil es gibt momentan keinen anderen spieler ich spiel wenn wenn ich wieder spiel und das spiel die werden das mitfühlen die wirklich auch nur sagen montant spielt kein anderes spiel es gibt kein anderes spiel was gerade geil ist ich spiel nur fifa die mit denen rede ich die fühle mich die vielen hundert prozent also wenn da mich nicht fühlen dann war ich auch nicht nicht die die einmal die woche spielen das ist was anderes egal ich habe einmal die woche spielt bis gold 3 man es ist so schwierig so gold 3 kann ich auch gute mine machen und sagen was ist gerade so geil das macht so viel spaß kann ich auch machen aber gibt ein bestes egal die hardcore crime da man die einfach im team aufbauen ohne geld aufzugeben die dafür arbeiten zu sagen um ja auch mal was davon zu haben die verstehen nicht die wenn die werden hundertprozentig verstehen ich glaube nicht immer einer kann ich da nicht verstehen von denen hundertprozentig mehr fast sicher du bist verstehst mich der lini ist auch einer der versteht mich das versteht mich noch mehr als ich mich selber wissen weil ich meine jungs also ich habe auch nichts gegen die leute das nicht ab und zu spielen weil ihr macht es genau richtig und das ding ist die einmal im monat spielen die einmal in der woche spielen die man es genau richtig spielen wenn es spaß macht aber bitte komm dich in den chat und sagt bruder hör auf zu rum zu heulen du bist einfach nur schlecht dies dass ich bin ich bin ich gut okay das stimmt auf jeden fall spiel nicht gut weil ich auf den gameplay nicht spielen kann weil ich nicht trainiert habe so ein game so eine taktik zu spielen dieses hin und her spielen mauern und immer l2 und als ich kann es nicht ich kann es nicht ich habe es nie trainiert weil ich nie bock drauf habe ich bin dann auch schlecht ich bin auch nicht gut aber bitte kommen da nicht rein und sagt dann blablablabla wenn du keine ahnung hast weil ich meine du spielst einmal im monat einmal die woche für mich kann ich dann auch weiß ich kann auch nur squad battle ab und zu mal zwar spielen dann macht das spiel vielleicht auch für mich spaß ich das ein zweimal die woche spiele aber die leute die wie wir das jedes wochen wirklich weil wir wollen ja was ich will das macht ja spaß es macht ja süchtig dieses ultimate team es macht ja spaß ich habe so bock gab so ein team zu brauchen ich war sogar politisch wo haben wir hinten hier drei neue spieler da mal gucci mal testen irgendwann so ein japaner der sich bei uns selbst haben wir maradona ich bin so richtig gehypt und dann gehst du rein die spielen sich genau da kann ganz ehrlich ich könnte hier vorne fucking winkel hinstellen ich könnte mit ben jeder hinstellen spielt sich genauso das ist das sehr partner das game nicht gut ist müsst ihr weil ich meine und die leute verstehen das dann meistens nicht und ich habe auch nichts gegen euch aber da schreibt nicht so nonsens rein man jungs wissen ich meine ich bin ich und kurt und die anderen und semi und so ihr könnt wirklich froh sein dass wirklich solche das ist ja wie als würde zum beispiel hätte keiner damals demonstriert gegen die cdu oder spd ich weiß jetzt nicht mehr die diese eine jack big mac cdu war das sorgt die mit artikel 13 die das immer durchsetzen wollen zumindest die meisten dafür ich habe keine dagegen demonstriert das ist ja so wie demonstrieren kann gegen diese scheiße damit ihr in zukunft mehr spaß an fiefer habt will ich immer von jeder wird sie ja 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 jetzt hier habt ihr meine 100 euro für fiefer point jetzt sind eine nicken 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 da könnt ihr zu hause als normaler typ rumholen was ihr wollt es wird sich nie geändert aber wenigstens mache ich und paar andere wie kurt die wissen vielleicht nicht die krasseste reichweite haben wie castro wie gamer brother wie viel fifa wenigstens machen die doch was dafür auch wenn es nur rumheulen und meckern ist und von mir aus ein beleidigen ist aber wir machen was dafür weil das geht doch nicht man jahre vier drei vier jahre man und die sollen ihr geld machen wir sollen ihr geld machen wir den guten job machen außer außer gameplay und server besonders server scheiße dann sollen ihr geld machen aber er dann bitte es gibt es ein bisschen zurück bisschen liebe an die community mehr ist nicht viel verlangt nächstes und das ding ist ich sage euch was passieren wird merkt mir mein wort ich habe letztes jahr das schon richtig predicted wenn ihr wenn die leute die im chat die ich denke die meisten wenn das wissen ich habe das ja richtig predicted ich habe genau das betrieb was vorgefallen ich predict das nächste jahr jungs hört mir genau zu und erinnert euch in neun monaten was passiert okay ich bedickte wie das nächste jahr aussieht okay wir werden einen neuen modus haben irgendwas was geil ist auf jeden fall das bisschen rein zieht auf jeden fall was geil ist werden einige neue ikonen haben das ist auch schon als ich denke auch eine fette ikone irgendwas wo leute sehen wie beckenbauer sowas irgendwas ist richtig wieder wo du denkst wow egal ich habe richtig bock ja ich weiß nicht ob beckenbauer oder auf jeden fall ein paar dicke namen auf jeden fall ja ich auf jeden fall so sie dann niveau will ich sagen ja okay und dann was passiert ist wurde schon bestätigt die wird nicht auf die playstation 5 kommen schon minus und wenn die die frostbite engine weiter benutzen ich garantiere euch zu 99 prozent das gameplay wird genauso scheiße sein wie dieses jahr und dann haben wir dasselbe müll wieder wenn die genau dieselbe engine benutzen die selben den selben kern wie dieses jahr es wird scheiße sein merkt mark und mein words wenn ihr nichts ändern werden mag mal wird ich habe letztes jahr richtig bedickt ich habe dies jetzt dieses jahr richtig bedicken weil ihr es nicht daran ändern können merkt euch das einfach sehr vielen dank für den prime sub auch wenn ich da nicht streame vielen vielen dank für den prime sub poli herz ich werde da irgendwann auch vielleicht mal die kommenden tage wochen mal was stream auf switch für euch weil ihr dann mal so subscribt habt ihr armen merkt euch das wenn die nicht am kern arbeiten nicht an der neuen engine und nicht auf die playstation 5 gehen zu 99,9 prozent das gameplay genauso schlecht sein wie dieses jahr zu 99,9 prozent garantiere ich euch zu 99,9 prozent und haben wir den selben scheiß wie dieses jahr außer die machen die meta wie letztes jahr mit volleys mit also das ist nicht langweilig ist dann geht es vielleicht noch ja weil letztes jahr jahr war es gameplay auch scheiße du konntest die la concretas nur nicht verteidigen weil das gameplay schlecht war ich wusste er geht jetzt nach links rechts links rechts mit der la concretas aber du konntest es nicht verteidigen weil es gameplay schlecht war ist etwas verzögert ja aber das letztes jahr mit den oldtonaros mit volleys konntest noch irgendwie überbrücken du konntest überbrücken das game weil das nicht muss es nichts mehr so richtig time so mäßig außer time finesse shots ja das aber wurde auch später ein bisschen genervt es wird zu 100 zu 900 prozent auf playstation 4 bleiben und mit derselben engine mit denselben kern 99,9 prozent wenn wir wieder ein anstoß back kam merkt durch das anstoß back werden wir haben es wird wieder kante oder der maradona der kleinste wieder am ersten fosten stehen es wird gehen es wird genau das wieder passieren jungs es wird genau diese scheiße passieren und wenn diese scheiß anweisung hier nicht mehr langsam verändern wird wenn die die meter nicht verändern auch wieder nur packte pass sein merkt euch das merkt euch das letztes jahr prädiktig wird dieses jahr wieder bedicken weil es einfach weil die nix machen ich kann es doch das ist einfach lächerlich digga ich sehe es jetzt schon in neun monaten was kommt ich kann nämlich rein ich hilfe euch doch aber die machen nichts man merkt euch das klipp das würde ich normalerweise sagen auf twitch ich habe das letztes jahr ich schwöre auf mein leben ich habe letztes jahr genau das was jetzt passiert ist was hier passiert ist habe ich letztes jahr gesagt dass es passiert dass wenn die server nicht besser wenn das dass diese ganzen neuheiten nix bringen weil es wird so im gegenteil wird schlimmer sein weil du bist mehr vom gameplay abhängig aber die server sind genauso schlecht das heißt das gameplay wird dato schlechter sein wenn das geld wenn die server gut sind das game richtig geil sein weil man manuell ja man verteidigt verbessern möchte aber das bringt ja nicht manuell zu verteidigen wenn ja also das so verbessern wenn das game schlecht ist dann bringt das trotzdem ich bin nur immer ganz nebenball neben den spieler läuft und in den spieler nicht kontrollieren kannst bei den gameplay und es wird genauso sein jungs ist es zu einfach zu durchschauen die serie die serien geben sich auch keine mühe mehr ich kann auch immer schon sehen wer als nächstes was als nächstes passiert gefühlt bei den serien ist alles immer das selben bullshit die an die leute verkauft wird hauptsache geld wird gemacht aber die guckt euch mal die serien an diesen immer so fangen geil an die ersten episoden dann merkst du wie die enden wo die nächste die zweite stoffen immer derselben bullshit dass ihr in tausend anderen serien gesehen habt zumindest bei den nicht so guten serien es ist sad man es geht nur noch um geld 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 digga so jetzt reißen wir uns zusammen ich habe jetzt genug gerage und merkt euch das einfach für das nächste jahr und sagt euch der casey hat euch nicht der casey hat schon gesagt digga jetzt im januar oder im februar habe ich schon gesagt was nichts mehr passiert merkt euch das einfach ihr nehmt euch was für dich zu herzen beweist es dass ich falsch liege ich wünschte ich liebe liege falsch ich glaube nicht 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 wenn genau wieder nächstes jahr über die selben dummen sachen meckern warum passt er nicht früher warum bewegt er sich nicht dahin warum passt er nicht dahin wo ich hingedrückt habe genau die selbe scheiße wird nächstes jahr wiederhören so sad man das zeit steht man dann sagen die leute neuer casey hat ja nur umgeheult ja dann frisst die scheiße nichts ja noch mal in euch rein und hört nach nach zwei monaten wieder aufzuspielen die die halt nicht fifa spielen wollen bis ich meine das sind ja genau die die sagen kann ich rum das sind die gar nicht viel verspielen ich bin das zwei monate lang und dann hören die auf das sucht durch dann die fifa wie es fifa geht jungs wir sind die richtigen die an uns ansonsten liegt ja was fifa weil für uns mit einer besten fifa teilen ist dies je gab euch liegt ja nichts an fifa deswegen juckt das euch das auch nicht mir liegt sehr viel an fifa weil ich weiß ganz genau wenn nichts passiert wird nächstes jahr genau derselbe scheiß passieren wir spielen denselben scheiß nächstes jahr wieder deswegen will ich ja versuchen irgendwas zu machen aber es bringt ja nichts bei EA es bringt eine person wie ich gegen so ein milliarden konzern so ich halte jetzt mein maul und versuche noch zu Elite zu kommen jungs komm fuck man so schlecht der track weg fuck man so schlecht der track weg ach come on man ach du guck mal wie soll man da wie kann man da ruhig bleiben jungs vielen vielen dank ich lese das gleich vor die donation attack im er kriegt den wie bauen und ich kann dann nichts mehr machen das ist geil man das sind die besten tore weiß passiert auch für mich immer aber warum er so frustrieren jetzt und das entscheid am inneren spiel ob er dann jetzt bunkert oder nicht ich komme jetzt nicht durch so nötig man kann man jetzt push 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 man ist doch alles möglich kommt push warum kriegt er immer noch ein fußballen track back hin alter kannst du nicht einmal durch track backen wie bei mir immer please please maradona junge ihr habt gesagt der mittlere ist schnell und ist gut genug mit hand da ist so langsam der mittlere dieser praktiker alter abuse er einfach diesen scheiß huren so ein bag okay ah fuck man someone help support schreit し schreit 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 Ich bin nicht vorfucking Campbell da, Mann. ein fettzack wie campel was los jungs was los jungs mann so oft den ball gewonnen aber weil irgendeine komische animation wieder eingebaut ist kriegt der gegner den ball wieder mann kommen so anstrengend das gefühl doppelt und dreimal für jeden ball kämpfen jetzt gerade der ball liegt doch da ball drauf weiter losgehen ich bin vom geist weg nach hinten geschubst einfach ball drauf ball holen laufen mann und nicht von irgendein geist nach hinten gezogen animation wenn du den ball gewinnst so terrible man aber schon mal gesagt EA hört zu wenn ich tackle nicht den verteidiger machen dass er für eine sekunde stehen bleibt sondern den angreifer mann in animationen gefixt manuelles verteidigen verbessert mann listen mann come on es ist nicht schwierig mann ich sehe das auch als fucking leise ich und was man machen muss im game aber ihr machst du das an der verteidiger wenn ich tackle nach hinten fliegt von der sekunde und eine sekunde lang nicht mit mich bewegen kann der angreifer innerhalb von einem halben millisekunde sofort wieder zum ball gehen und kriegt den ball wieder und weil der angriff der teckel von mir umsonst wird dafür noch bestraft dass ich den teckel terrible mann wirklich ich habe keine ahnung von den spielen dieses programmi aber ich sehe das doch hier schon was man machen muss man wie kann man so einfache sachen nicht hinbekommen das habe schon anfang des fiefers gesagt er hätte ihm einfach mich eingestellt anstatt euch vollidioten da ich weiß gar nicht wer dafür so ein scheiß zuständig ist ich mach das mal offiziell damit ich mal sehen kann welcher idiot dafür so ein scheiß zuständig ist und so eine entscheidung trifft das solchen scheiß ding hier ein spiel programmiert wird mal ein bisschen normale kritik von mir bekommt so ein scheiß digga ich fliege am ball vorbei digga ah gott digga geh doch doch zum ball warum stoppt dich zum ball zu gehen warum musst du irgendwie so abstoppen alter als würde einer aufhalten und von hinten ziehen stop man stop bro just stop ruhig blut man ruhig blut jetzt konzentrieren ruhig blut den kann man schlagen kommen ruhig blut jetzt muss nur ruhig bleiben jetzt darf ich mich aufregen am ende kann man das spiel immer noch gewinnen ach komm mal da ist es so schwierig einen ball zu bekommen aber man das ist so der war auf die lange ecke man messi lange ecke warum machst du nicht auf dem torwart man bist du gegen mich jetzt oder was nein habe ich nicht in gespielt war für den ztm spieler das hat doch jeder gesehen mann ich habe doch gesehen dass es für den ztm spieler war man warum spießen in den sturm rein mann sport noch zu decken kommen das ist ja nur passiv werden gespeichert zehn mal hintereinander messi spieler den ball wo ich nicht mehr spielen möchte so ein scheiß tor durch den rebound egal ich sehe den musst du machen deswegen muss er raus jungs das ist das wirklich krass bei euch dass sie die wichtigen dinge einfach nicht macht ich kann einfach nicht bewegen der messi unbeweglich das fakt das habe ich auch nie gesehen disgusting wieder durch eine ecke digga disgusting wird bestraft wieder eine ecke bekommen habe disgusting alles offen hinten ist einfach disgusting ich kann mich nicht bewegen maradona digga zwei millionen coins 2 millionen coins wofür man 2 million coins für ein stück scheiße der schon müde ist kann man jetzt kommen so unnötig hier das meine ich dass sie sind hat sich jetzt ich hasse es einfach jetzt so zu viel in diesen eigenen tor wofür ich nichts konnte ich machen teckel er kriegt ein rebound ist durch und macht ein ding rein wo ich keine kontrolle mehr darüber hatte ja klar kann ich noch das 11 machen aber ey come on um steht keiner bei mir mal jetzt vorne die ich anspielen kann i did not do that man i did not do ach das fick dich dann was machst du der war für den mitte ihr habt es gesehen der war für den in der mitte heißt so ich komme wieder sich aus der hacke spielen muss weil er sich nicht voll abdreht great man ja was soll ich machen musste natürlich alles davon pushen ist immer dasselbe steht mir dann verliert digga fucking ich kann einfach mit schlechten game die vorne nicht angreifen ich kann mich nicht mal ausrichten gar dann ist das so was soll ich machen alles verzögert digga bis ich immer wieder den pass raus bekomme egal will ich nichts sagen digga einfach das typisches fifa 20 niederlage eine typische fifa 20 niederlage bei mir wie jedes wochenende das spiel das dinge das entschieden ich zeige euch das speicher das ich habe einmal gedrückt speicher das 10.000 mal typisch typisch die zähne auch wieder typisch ja ging aber nicht schlecht gewesen ja und schlecht reden den gegner alles gespielt was er spielen muss aber so ist man das logis ist man das hat dass das torts entschieden er macht einen fehlpass und wird dafür belohnt das kann nicht sein man das muss man beheben er macht hier in eindeutigen fehlpassiger hier hier stehe ich glaube ich zu wie geht es geht das auto ist er kriegt das er kriegt das nach dem fehlpass nach dem fehler von ihm kriegt der die hundertprozentige als belohnung das ist disgusting man und das entscheidet am ende dann ein spiel mal für mich mal gegen mich das ist halt frustrierend in fifa das entscheidet das hat das spiel entschieden kann passieren jungs kann passieren ist ist das stichwort kann passieren das passiert aber das was passiert nicht nur mal so es ist jedes spiel so jedes spiel es passieren solche tore jedes spiel das ist halt es ist ja schon gewohnheit dass man solche tore kassiert oder schießt das ist es herzpart nicht kann mal passieren nein es passiert jedes spiel so das ist es halt kann man nichts machen ich glaube auch nicht schlecht das gut verteidigt danach diese typische dieses zulaufen dies das kann man nichts sagen oder verdient weiter geht's dann hier steff nochmal pustig zur elite gestern kam nachts die polizei weil ich rumgeschrien habe dass ich ihnen dass ich ihnen meine spieler töten werde ein laber doch kein video erst mal für 5 euro ich hoffe ich hoffe das stimmt nicht und wenn es stimmt ich schwöre ich hoffe ohne scheiß ich hoffe ich hoffe ja dass es dann sich geregelt hat und die polizisten vielleicht auch fifa spielen das verstehen naja egal jungs ich mache weiter jungs ja ich mache einfach weiter dann also die sehen diese eine zähne hatten wir auch wieder eine hat eine chance gehabt verkauft ihr könnt mir sagen was sie wollte ich finde preisleistung wenn man im sturm vieler spielt ja aber ich kann ihn nicht im sturm weil ich leute habt die nicht auf die außen können und ich habe zum beispiel kann ich nicht verkaufen der ist untauschbar das heißt er muss im sturm schon der weite kann ich auf den flügel spielen der irgendwie das heißt dann muss ich verkaufen wenn er nicht auf den außen spielen kann weil ich bin erst mit vier million coins der spieler muss gefühlt überall spielen können da kann ich mir wieder ein team auf die ein papier für ein bisschen mehr holen der kann überall spielen da wo ich mir keine eusebio diga ich müsste was ich meine oder schon mit dem baby vielleicht weil es eine andere version von eusebio bei dir version ja ist leider nicht gut genug warum mache ich auch immer den schreck in den gegner rein ich verstehe das gar nicht warum ich diesen move auch immer mache ich merke wenn ich das nicht drin habe dieses überzahl spiel auf ballbesitzseite merke schon wie ich mit meiner taktik direkt ausgekontert werde ich muss das immer aktivieren das ist voll krass aber wenn ich das nicht aktiviere bin ich einfach komplett offen hinten ist so krass diga hallo an sanetti mein freund nach shit verkackt sanetti links noch links james 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 traurig corona jünger den koronavirus auf der bank also ich weiß nicht also ich will nichts ich will nicht siebe schlecht gehen der ist gut aber für die außen wo er hat bei mir nur spielen kann in die kreis echt anders verweistet da wo ich mir immer jemand anderes schwieriger immer sonntag ihr habt jetzt gemerkt die letzten woche immer sonntag so ein struggle ich starte immer voll stark und dann der sonntag ist so ein fucking struggle gegner wenn natürlich stärker keine frage die menschen sehr viel stärker als die angst am anfang aber auch das game der ist so katastrophe ich will gegen gegner die ich gestern die mindestens genauso stark sind nicht sogar stärker gegen die habe ich gestern gewonnen weil ich konzentriert spielen kann war auch ein struggle aber ich konnte mich konzentrieren und jetzt katastrophe er wusste das guck mal warum bin ich so dumm und drehe mich dann auch auf den linken fuß er wusste das schon warum mache ich das auch jedes mal dann ich verstehe das einfach nicht warum ich auch warum skippst du nicht du hole in so ein spiel warum skippst du nicht einfach ich verliere jetzt den ball durch so ein scheiß digger haben nicht gesagt dass sie das was für zu fixen wollen ich bin wegen aller kann es nicht schwierig digger man weiß es würde irgendwie sein arschloch ziehen alter zu finden sein arschloch erziehten die ganze zeit man bewegt dich richtig auspassen bei walter was ist so schwer dran meine fresse digger fahrt kriegt mich das wieder auf mal wie die sich lang brauchen sich auszurichten oder den ball zu passen katastrophe man ist wie bronzespieler gerade hier ich weiß ob das sieht aber ich spür das bis zum geht nicht mehr wie anstrengend das ist die einfachsten sachen in dem spiel zu machen mit dem team das kanal wie viele millionen kostet aber zeitmäßig das was ablieferst hier wurde auch mal langsam zeitmäßig was geht brüdi mit dich brüdi reißen mich jetzt zusammen aber ich bin ab und zu muss ich explodieren jungs ab und zu muss ich mal explodieren weil das ist kann nicht sein mal die einfachsten sachen wie einen ball verarbeiten ja also mitnehmen und dann weiterspielen wie lange die dafür brauchen müssen wir spielen die sind teuer das ist ding warum mache ich nicht hilflich ich muss aufhören aufhören mit skills casey bei dem gameplay aufhören mit skills darf aufhören nicht mehr diese katholik machen verboten 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 bei mir jetzt ich habe nicht mehr reflex machen das bringt nichts mehr es bringt gar nichts gott so auf den games kommen das kopf digger aber das war auch unfair und für das matchmaking ging und team war schon ziemlich wie ja jungs aber solche machen jungs weiße was soll ich machen soll ich sie wissen messi kann ich habe noch schon über die außen gespielt mess der kann nicht über die außen spielen das schritt über die außen finde ich wenn dann muss ich mit dem messi holen für die außen weil er ist einfach zu zu schwach zu langsam messi für dich richtig schwach über die außen erfüllt dieses spritzige dieses ganz schnell explodierende bei dem das vater finde ich bei messi das ist der ist zu weg wenn er muss die team für die karte holen die über die außen heißt würde ich sagen körper hat der pace hat alles dann weißt du über die außen nice dass das problem jungs ist messi ist gut in der mitte aber außen finde ich habe ich auch schon oft ausprobiert fand ich nicht so nice für den frischig verweckt also von den schlacht schlecht einfach also nicht schlecht aber da kommt nicht zum vollen polizei und das ding ist warum spiel ich mich anstatt messi in der mitte weil er die dinge in der mitte nicht macht er macht die dinger nicht dass das problem er macht die dinge einfach nicht weißt du ist ein schwierig eusebio nicht in der mitte dasselbe problem wie deutlich er macht die dinger nicht ab und zu ja ab und zu natürlich macht er mal hier eine bombe wie eben diesen fernschuss aber die einfachen sachen müssen bei dem eigentlich von 20 schüssen 19 mal reingehen aber da geht gefühlt jeder zweite schuss nur rein das darf nicht sein bei messi mit linken fuß immer drin und wie immer drin das ist der unterschied warum ich die in der mitte spieler und außen weil er hat die chance bekommen und er hat minimum die letzten diese und letzte bikini 15 hundertprozentige nicht gemacht das kann nicht sein mit so einem spieler deswegen will ich ihn auch verkaufen verschwendet verwestet digger einer der vorne die dinger nicht macht verwestet digger wissen was ich meine das ist das weird man da gehe ich raus digger ich weiß auch nicht woran es liegt ich weiß nicht woran sieg die die werte an sich sehen gut aus bei dem ich weiß nicht woran es liegt hat 99 stelle spiel 90 abschluss 99 schusskraft als 99 2 ich weiß nicht woran es liegt dass er die dinger nicht macht jungs 97 spielt sich so wie du willst der 91 ist anders deswegen günstiger ok aber wer wird verkauft wir gucken nach dem such nach einer alternative er wird verkaufen wir suchen nach einer alternative er wird leider verkauft das ist moment ist das moment deko ja ne krass dass ich moment deko gegönnt oder ich sehe es nicht so richtig doch moment deko ist das glaube ich krass dass ich manche sich schon die moment karten können ich meine der ist schon günstiger weil er wird noch safe trocken aber wenn der nicht ein paar hunderttausend verliert war ich auch nicht egal wird selbst noch der wird dieser deko der wird selbst noch ein paar hunderttausend fallen vielleicht lege ich auch falsch aber ich denke bei den donnerstag bin rewards wenn die paar mal gezogen dann sollten eigentlich die noch die nicht so beliebten ja wie rollett und sowas eigentlich noch ein bisschen fallen aber vielleicht lege ich auch falsch jungs vielleicht lege ich auch falsch und EA das ding ist keiner weiß wie EA das handhabt haben die vielleicht am anfang die packrate von den ikonen von den moments ikonen krass hoch gemacht und jetzt machen die wieder schrauben die wieder runter weil viele haben sich gewundert warum sind viele moments karten auf dem markt jeder hat sich gewundert warum auf einmal so viele moments karten auf dem markt gibt wir haben jetzt auch ein bisschen hochgeschraubt die packrate und jetzt schön ja weil jeder denkt die werden sinken machen die einfach die packrate runter und dadurch wenn die vielleicht wieder steigen weil die weniger gezogen werden das kann auch sein so kann EA zum Beispiel auch ein bisschen den markt beeinflussen ohne dass ihr normalen leuten die ahnung vielleicht davon haben oder ich habe auch keine ahnung davon arbeiten ohne dass man merkt dass überhaupt was verändert wurde und ihr wisst was ich meine keiner weiß wann die packrate richtig verändert wird aber die haben schon bestätigt dass EA zu promo events die packrate von bestimmten karten immer verändern können das haben die schon irgendwo gesagt aber die sagen ja nie wann und wo die schreiben wenn man nur ein 0,001 prozent oder 0,1 prozent oder was unter 1 prozent das kann ja alles sein unter 1 prozent wow danke für die genaue angabe deswegen spielt irgendwie in der mitte jungs das ist das ding der prime bist du los dass er prime echt das ist der prime okay dann habe ich mich nicht vermisse schlag den alter stefan rap ist am start aber die richtigen diese andere prominenz ist jetzt hier im chat stefan rap mit dieter bohlen oder manchmal stellt EA zum beispiel selber die genau die ikonen oder die spieler auf dem markt no joke ihr könnt lachen aber das gab doch mit teasy mit viel fifa diesen einen moment wohl auf ein 10 millionen totis auf den markt kaufen sind macht was sie wollen und keiner kann das wirklich sein beweisen zeigen kann man soll ich jetzt diesen tottie event kann man die skandal und seitdem keiner hat mir was gesagt und EA zu sagen wenn die es wirklich gemacht haben keiner weiß es wirklich sind damit durchgekommen was krass ist überlegt mal die haben einfach selber totties auf den markt gestellt what the fuck man und keiner konnte es nachweisen dies dass es hat jeder das gefühlt nach diesem event wieder vergessen und gut ist was macht er hier so druck man bis sich du big mac rf rf kommen alles zu faul ja was macht er so krass pressing hier das ist das krasse bei den leuten die so spielen ich weiß gar nicht wie ich damit umgehen kann weil keiner so spielt wie er kommt gar nicht darauf klar dieses krasse pressing messi come on man abgefälscht wenigstens ok pass doch den ball jetzt verliebe ich den ball so unnötig weil du den ball wieder nicht gepasst hast einfach mal schneller passen du big mac rf er kriegt echt den fuß noch dazwischen ich habe der trackback einmal gut jetzt wollte er keine tricks mehr machen aber der trackback sah hier echt verlocken aus oh fuck me oh mein gott habe ich hier ein glück alter was macht der gegner für den krassen druck ich wollte irgendwie anspielen ich bin dann ja das macht der für eine taktik von den gegner jungs weiß gar nicht was ich jetzt dagegen machen soll gegen seine taktik sagt anders krank kommen wir gerade gar nicht darauf klar dass er so so spielt diese andere team pressing am anfang schon angestellt jetzt habe ich ihn jetzt habe oh mein gott wer war das sanetti mann nein guck mal er speichert stopp hör auf alles zu speichern du bastard digga die bewegung werden sogar gespeichert ich rede doch gar nicht mehr dahin mann da passiert so ein scheiß digga wegen den bastarden digga hör auf mann immer dieser jeder scheiß wird hier so zehn jahre gespeichert digga pass bewegung der schüsse come on ich drück doch schon seit zwei sekunden nicht mehr die taste meine fresse no and don't 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 okay stop this shit jetzt ich muss was machen jungs das stimmt was nicht ich muss irgendwas machen digga ich komme mit ganz darauf klar wieder spielt was mag der typ man ich komme gar nicht drauf klar also was er hier macht jetzt aber ich mach sogar ein fehlpass jetzt stopp machen guten paar dings das wollte ich gar nicht was ich komme nicht drauf klar was macht der typ für eine kranke scheiße ich weiß ich habe keine gegenlösung dagegen grad normalen pass danke man normalen pass komm normalen pass nicht korrigieren nichts danke danke ea danke ea danke ea fuck you ea fuck you ea fuck you ea look at this look at this bullshit oh man und wer wird wieder belohnt für den fehlpass den ich abgefangen habe nice es ist so frustrierend es ist so frustrierend i'm standing there bro mann einen einfachen pass man kriege ich denn keinen pass hin man einmal durchstecken ich bin durch aber ich kriege keinen pass hin diese bastarde von spieler von mir nur dies man ein dreieckspass für mich korrigiert da thank you man ach scheiße verkackt krass digga dass er mit der taktik durchkommt das ist schon krass es ist ich finde das krass also respekt auch in den gegner dass er so spielt man das ist eine taktik die habe schon nie gesehen also nicht oft häufig gesehen was spielte für eine formation ich komme auf den druck gar nicht klar weil das ding ist das game ist richtig scheiße die pässe werden korrigiert also ich gehe keine vernünftigen pässe hin aber der druck ist bei ihm da kommen die ganze zeit auf mich zu ich weiß nicht wohin was ich machen soll das ist krass dass es funktioniert diese taktik von ihm crazy man aber der hat auch nur das klappt nur weil grad das game hier komplett am arsch ist und die pässe nicht ankommen das ist das ding ich ein dreieckspass ball durchstecken kann das ist am arsch eigentlich weil es wie sie auskontenbar come on man das ist zu krass wie hatte den gehalten digga testigen wahrscheinlich wieder jetzt ein dreiecksball ich habe ihn einen guten dreiecksball ich habe ihn es wird immer eine richtung gegner korrigiert warum nicht richtung marathona warum richtung gegner sein bekommt warum geht man ich kann ich kann ich sehe dass ihr seht das jetzt seht ihr das bitte sagt mir ihr habt das gesehen dass diese zwei von ihr gefickt wurde gerade nun mal der zwei den ball schon bekommen sagt mir bitte ihr habt das auch gesehen zweimal steht davor und ich kann nicht drauf gehen ich weiß nicht ob das sieht ich will drauf ich er wird so zurückgehalten ich weiß nicht ob das sieht das ist gefickte das gefickte man und das regt mich auf gefickt man weiß ich zusammen jetzt heißt sich jetzt zusammen irgendwie so ein schuss daneben setzen meistens alles falsch was falsch laufen kann ich brauche nur ein tor ich bin safe der geht dann raus ich glaube er hat gar kein bock mehr auf wie fahren wir irgendwie auf schnelle welle noch ein zieg holen oder so und deswegen spielt er gerade so wieder spielt ich brauche nur ein tor irgendwie noch mein kopf tut so weh in dieses spiel gott digga was soll ich da machen ich kann mich halt nicht bewegen ich traue mich gar nicht eins gegen eins weil ich keine tricks mehr raushauen kann doch warum immer gegen gegner reinlaufen mann und er war für messi mann es fackt mich so ab dass nix funktionieren nazi nada mann david wirklich wenn ihr einen sucht in serie a der typ ist krass digga der hat mich echt so auf geholfen diese weekend league hat starke parade auch in der business mit sich war starke parade von handanowitsch get it get it now 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 einmal eggball konnte auf meiner seite ja keiner rennt bei mir kommen und let's go rennt ihr wichser rennt 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 fick dich das ist sanetti mein das ist wer ist das kalu mann wer ist kalu wer ist verdammt nochmal kalu jungs der mit sanetti mithalten kann von körper und geschwindigkeit das ist doch der bundesliga dieser kalu von hertha oder nicht what the fuck man warum bin ich so offen hinten durch das doch mal an was ist das keine kontrolle man immer noch umgebauen nur glück man ich kann mich gar nicht bewegen ich will kontrolle über meine spiele haben aber ich habe keine kontrolle ich will kein sport spiel ich will fifa spiel mann du scheiß kacke jetzt bitte ich sehe du verdammt 50 k spieler du bist 50 k spieler digger und jetzt wird dieser bug abuse ja ist wie diese abwehr jetzt jetzt geht du 50 k spieler kommt 50 k spieler let's go 50 k spieler deine chance 50 k spieler ja du passt auch wie jetzt ein fucking 10 k spieler eusebio schön über sich wahrscheinlich bei 99 ein einzig gutes der sei ihr schwester ist immer verlassen auf dessen 50 k spieler jetzt deine chance 50 k spieler der neue spitzname ich habe einen spitznamen für sie gefunden er ist nicht mehr der king king eusebio er ist 50 k 50 k spieler heißt er jetzt 50 k spieler naja wahrscheinlich hat er habe ich berührt sie senior sie senior ich habe ja ich stelle zu ich kriege den ball nicht er muss das tor noch mal das muss noch mal eine gute chance bekommen von ja das sei der einzige der nun ging jetzt ist das sei der einzige ficker der ging jetzt in nun ist deshalb das man of match besser ist eine legende digger für mich dass die größte legende die ich hier gespielt habe das sei ist der beste im ganzen team der es ist schmutz und einfach nur scheiße und kaka und pipi das sei du bist der beste des sei du bist der beste jungen alter was ein krampf digger es macht einfach das schwörst euch das macht einfach wirklich als wirst du so ein spongebot kontrollieren ich schwörst euch ich weiß nicht ob ihr das kennt wenn du dich bewegt ist immer so so bewegst du dich du kannst gar nicht so diese tippitappi bewegung machen mit so messi und so weiß ich nicht mit so einem sand und sowas die bewegen sich als wenn ihr eine fucking bronze spieler spongebot level alter mein gott und wer war es wieder am ende des tages und wie egal das einzige was er kann zum glück so glück kann er das jünger hat diese balleinnahmen also man muss ab und zu muss man sagen diese balleinnahmen ein moment of magic hier ja natürlich genau so muss es natürlich auch passieren durch die aids durch die aids natürlich es konnte natürlich natürlich konnte ich jetzt gerade nicht ea sports und irgendwie loben ja das ist richtig schön rausgespielt ist natürlich muss dieser scheißball natürlich noch einmal zum abschluss zu seinen fucking linken fuß gehen damit es wieder scheiße aussieht skandalösiger mach äußer so kapitän pack in den sturm und schau wie er abliefert hat er nicht verdient digga ich habe es schon mal gesagt es gibt eine wichtige regel mein team ja in unserem club in unserem verein du spielst da wo ich dich hin tue digga und du scheiß bis du fucking feiert egal du gehst du bist rausgült wird verkauft wir das ist einfache regeln und sind verein ist nicht schwierig digga wie du vier millionen coins kostet ja dann spielst du da digga du kostest fucking 3,67 millionen mit den stats du spielst jetzt da man black pyro alter der auch ein langer abonnent oder pack back pyro vielen dank für den sap digga ich kenne dich doch auf dem namen herr du bist auch schon lange am start wie wien dank mein freund ich kann wie api nicht ausmachen weil ich gerade einfach zu sortiert bin für das spiel wird selbst so viele viel zu viele ohne geläubt wieder am start sein ich kann jetzt deswegen jungs verzeiht mir da sanetti digga schießt die ecken warum schießt er die ecken mit 58 präsentation digga das maradona die schießt man schießt sanetti die deswegen fehlt auch immer einer hinten glaube ich neusebio schießt bestimmt nicht mit die ecken die elvers maradon hat auch 99 schießt maradona die jetzt einfach alles verloren der eusebio dann alles verloren er darf gar nichts mehr bei mir der eusebio hast du für die nummer eusebio für den trickel nummer 9 mit dem maradon hat auch die neun hat leider die zähne maradona die zähne maradona ja okay die wird die einfach genommen die wird die einfach von maradona genommen du kriegst gar nichts weißt du was du bekommst du kriegst die 31 was im fucking 31er bist das ist das so wirst behandelt bei mir das scheiße spielst du so behandelt digga du bist kein super starbio bei mir bist wie jeder andere hier ja wenn du ablieferst bist du der star wenn du nicht ablieferst bist wie jeder andere du wirst wie stück scheiß behandelt bei mir im verein so ist das einfach tut mir leid am sorry man die wird also die wird jetzt einfach alles genommen ist mir egal junge das ist ja das ist nicht von damals man da kriegst auf jeden fall was krass ist von mir ist kleiner als drei der kompis natürlich lange abonnent ist einfach der geist wie ich kenne den namen auch auf jeden fall ich kann es auch einen sehr lang sehr langer abonnent auf jeden fall und heute wieder heißt es hat eine heute ist auch krass ist auf jeden fall was von mir ist irgendwann wenn wir auf twitter streamen sollten das entscheiden wo ich bin welches dort ich reingehe irgendwas kriegst du auf jeden fall von mir noch krass digga so reißt dich zusammen okay lass es lass uns bei lass uns beides irgendwie noch in ordnung zu ende bringen weil so ich meine er weiß er wird gehen ich weiß er wird gehen wir wissen alle wird nächste woche nicht im verein sein lass es noch schön zu ende bringen okay das ist einfach schön zu ende bringen das ist lasst du uns einfach keinen keinen wie sagt man rosenkrieg hier anzetteln das einfach vernünftig zu ende spielen und außer jungs es gibt eine ausnahme wenn wir jetzt elite 2 erreichen je nachdem wie der spielt dafür noch ein verein bleiben je nachdem das war ja die regeln er kann sich noch ins team eigentlich schießen wenn wir die zwei erreichen und er ein zwei wichtige momente hatte also ein pluspunkt auf jeden fall ein eusilie muss ich sagen diese ein sei eine fernschuss diesen ein penner da recht hoch an mann so let's go ich habe sie so schnell ich habe es nicht so schnell gesehen heute ist wo die irgendwas mit für immer supporten wo die aber es wurde vorgelesen wenn ich viel vielen dank halte was das für ein team alter ach du scheiße leger richtig krank plan junge totti jungs jetzt wird schwierig glaube ich der gegner hat ein krasses team man das hält auf jeden fall fast so gut wie mit meines mit der denke ich bin auch krass oder wettel richtig abgeben bei dem weil mir das schlechteste spieler im team das ist lustige der klass noch irgendwie zumindest die wir drei holen jungs nach zum krassen start in diese 3 ist trotzdem stabil weil das ist meine immer eine grenze für dieses fifa macht er denn da zum picknick move wieder hier nach hinten laufen den sichen direkt auch immer ich bin so wie sie ist und hund der läuft immer hinterher faktor alter ja was mache ich denn da für einen dummen pass konzentriert ich mal casey man das war eine hundertprozentige man sie vernünftig spielt naja aber für irgendwie maradona die maradona diga vielen dank mein freund lese ich gleich sofort vor vielen vielen dank alter iran 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 is it einer junge was ist das für ein bild diga dass du also er oder sie drin hat diga was das im bild dieses christiger viel wieder für den support 99 cent kurs geht da raus ich mache jetzt versuch ein tor zu machen oh mein gott das ist hier anstrengend nein abseits es ist anstrengend man immer dieses hin und her gelaufen aber so ist das halt fifa grad ich muss das akzeptieren das hin und her gelaufen die ganze zeit immer alles zu machen zu decken ist so anstrengend ich mag das nicht aber warum ist denn alles frei bei mir ich habe es nicht aktiviert warum ist alles frei bei mir gewesen ich verstehe lassen ich habe diese scheiße aktiviert ich verstehe einfach verstehe ich verstehe diese taktik scheiße ähnlich jetzt wird es richtig hart gegen ihn kommen wieder schon spielt diga wird wieder so ein bunker scheiß sein immer den ball halten bis ich die lücken aufmache in der 70. 80. minuten dann macht er das 2 0 ist immer dasselbe spiel ich leider immer dasselbe außer ich mache jetzt noch das 1 1 wird genau so passieren was ich jetzt sage jungs er mit dem ball halten hat ball halten bis ich in der 70. 80. alles aufmachen muss um ein tor zu schießen und dann macht das 20 das ist dann wieder so eine niederlage wo ich denke wie jedes wochenende ging so ein typ verloren der genau so spielt wieder wie hier ist wochenende und ich verliere das wie kann man mitglied werden oder ich habe das mal einer wie das geht wo die also kann das einfach mal reinschreiben es gibt irgendein button dafür die vielen dank für den support mann alter mann vielen dank für den support aber ich muss sich konzentrieren vielleicht sei noch was drin gegen den anstrengende gegner war das abdrehen muss ich mir auch mal angewöhnen komme ich der spielt immer nur abdrehen der spielt nur abdrehen die ganze zeit und dann ist er einmal durchguckt es ist so traurig dass das funktioniert er macht immer den selben scheiß immer nur abdrehen abdrehen umdrehen umdrehen abdrehen und dann ist die lücke schnell da krass digger das ist die neue meter krass dann kannst du nichts mehr machen krass digger ich finde das krass easy so easy geht das krass kleinen penis spaß wollte dich nur tollen ist der beste hab noch nie gespendet vielen dank mein freund ach komm ich habe auch gar keine lust gegen solche leute immer so schwer es ist so anstrengend digger das macht er ja alles gut ich will es ja nicht schlecht reden aber es ist so anstrengend immer dieses hin und her drehen und was soll ich denn machen dieses hin und her drehen jetzt kommt ein bisschen mehr davon empfehlen ich bin jetzt irgendwie das ist schon teilweise nicht rot weil ich zwei mal gedrückt habe weil ich dachte warum meine das ist nicht aber es ist nicht so anstrengend Warum setzt du dich mal zum Schuss an, Digga? Weil ich dachte, ey, er hat es wieder nicht gesehen. Eine letzte Taktik habe ich noch. Let's go. Jetzt oder nie, vielen, vielen Dank, Dustin auch noch mal. Dustin habe ich gar nicht gesehen, vielen, vielen Dank, Dustin. Vielen Dank für den Support. Wenn ich noch einen Kassier gehe ich raus, Jungs. Ich glaube, das kann ich noch mal testen. Ich will noch mal testen, ob es gegen diese Bunker-Scheiß-Wichser. Ob diese Taktik gut ist. Ich will noch mal gucken. Ich will noch mal testen, Jungs. Ich will noch mal testen, Jungs, die Formation. Try, let's try. Hätte ich von vornherein vielleicht mal probieren sollen, ey. Ich komme jetzt zu Chancen, Digga. Ich will vornherein schon mal probieren sollen, ey. Die Formation. Shit, man. Ich komme ganz anders jetzt hier ins Spiel. Er hätte von vornherein mal spielen sollen. Die Formation. Und solche Leute merke ich mir für nächstes Mal. Digga, mach doch auf Messi, why? Wie kann man es so falsch sehen, Digga? Mach doch auf Messi, Mann. Der genau daneben stand. Der spielt einfach irgendwo hin, wo ich nicht will. Ich habe gar nicht verändert, Digga. Ich habe gar nicht die Formation geändert. Lol. Junge, hä? Und das ist der ständige Druck. Moisi. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Lies sich gleich vor. Ja, komm, das ist disgusting. Das ist fucking disgusting, dass er diese Pässe spielen kann. Ich kann nicht mal die einfachsten Pässe spielen. Das ist fucking disgusting, Alter. Ich habe eine kleine fucking Ball-Ongrie. Du lässt dich von so einem fucking Spastik-Spieler rumschubsen. Als wäre es so ein fucking Kleinkind, Digga. Come on, Ongrie. Get your fucking shit together, man. Ah. Ah. Hey, ist der Stegen, Alter. Es reicht doch mal, oder? Reicht das nicht irgendwann, der Stegen? Na, scheiße. Immer, wenn ich in die Mitte passe, es ist immer ein Innenverteidiger, der den Ball bekommt. Crazy stuff, man. Ah, der Handanovic, Digga. Der einzig gute Mitte, der sei dem Team ist. Come on, Bro. Aber es läuft schon ein bisschen besser als vorher, Digga. Gegen solche Leute musst du einfach, äh, ja, viel aggressiver spielen, einfach alles riskieren, gefühlt. Das klappt halt nicht, wenn jeder Pass ein Fehlpass ist bei mir. Das ist einfach das ganze, ganze Woche, also Sonntag war schon das Problem. Immer dasselbe Scheiß. Fehlpass hier, Fehlpass hier, Fehlpass hier. So viele Chancen gingen davon kaputt. Ja, der Stegen, Alter, ey. Reicht doch irgendwann, oder, Bro? Reicht nicht? Wie oft willst du mich noch in den Arschbumsen, der Stegen? Der kriegt den nicht durchgesteckt. Fuck, man. Komm, geh nach vorne, man. Du Puss. Mann, warum braucht Ungry immer so lange bei seinen Pässen, ey. Schießen kannst du, aber passen nicht, oder was? Wie so, wie Ronaldo, so ein Egoist, Digga. Ja, ist gut, die Taktik, Digga. Nächstes Mal weißt du Bescheid, wegen so einem Bunker-Mock-Kopf, Alter. Und Abdreher-Spiele. Ist gut, die Taktik. Ist natürlich sehr riskant, was ich hier spiele, aber muss man so spielen, Digga. Gegen diese Bunker-Fucker, Alter. Einfach alles nach vorne schmeißen, Digga. Ja, ich bin solche Leute. Guck mal, das meine ich. Die einfachsten Pässe kommen nicht ein. Jeder Zweiter Pass ist ein Fehlpass. Zum Abfucken, ja, weil ich meine Spiele rausgezogen habe, Digga. Du bist der Beste, Digga. Hinten rumstehen und Bunkern, Digga. Und dann auf Konterspielen, du bist der Beste, Digga. Weißt du, was du bist? Du bist der größte Huren, so ein... Spaß, Jungs, mein Spaß, Jungs. Wollten dich beleidigen. Ach, nee. Ah, gut gemacht. Er spielt die Meta perfekt. Das ist genauso, wie der spielt, muss man FIFA 20 spielen. Wenn man gut spielen will, muss man genauso spielen. GG, Mann. Genau so muss man spielen, Digga. Alla, G-Man. Kann man nichts machen. Wie jedes Wochenende sind diese Spieler meine Kryptonite einfach. Don, vielen, vielen Dank. Jen, Jen. Und Boris, herzlich willkommen, mein Freund. Boris Brandes. Ah, Jungs, ein krasses Bild hat der denn hier, der Boris. Ah, da schreibt mir mal was rein, Boris. Ja, was soll ich machen, Digga? Ja, ich werde aber nichts mal genauso spielen, wie gegen ihn jetzt, weil... Was mir bringt, hinten rumzubunkern, aber einfach als All-In zu gehen. Hab keinen Bock da hinten rumzubunkern, Digga, gegen solche Leute, weil die gegen die fällig so oder so verlieren. Ist einfach fact, Digga. Nicht, weil die besser sind. Doch, die sind in FIFA 20 besser, aber die sind generell... In FIFA würde ich nicht mal sagen, dass die vielleicht besser sind. Vielleicht sind die besser, aber nicht so krass wie jetzt in FIFA 20. Nur weil die halt diese Scheiße perfekt spielen. Dieses hin und her, 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 bunkern, bunkern, hin und her, hin und her. Ich kann das einfach nicht, Digga. Dann fuck off, Digga. Dann nimm den fucking Sieg. Seid ich dieses Jahr glücklich mit dem Sieg und gut ist. Ich kann's nicht. Ja, aber ich kann nicht heute, ich hab die Kraft nicht mehr dazu. Ich hab die Kraft nicht dazu, wie die geduldig, immer die Scheiße zuzulaufen und immer hinten zu bunkern und zuzulaufen, zuzulaufen. Hin und her, ich hab die Kraft nicht dafür mehr. Macht auch irgendwann auch auf lange Sicht null Spaß, Digga. Ich hab einfach die Kraft nicht mehr so, genauso so spielen, Digga. Wenn man jetzt Gold 1 rauskommt, dann ist es so. Ich hab keine Kraft mehr, mehr kann nicht mehr. Die rote Karten hat der, Digga. An Zeig. Heiler, Junge, der diesen Innenverteidiger. Wie der nächste Schwitzer Kopf, ey. Komm nur Schwitzer, ey. Heute, wie immer sonntags. Ah, der John. John, ja, ich überlege sie mir, Brüder. Ich weiß nicht, wo wir schauen. Ich hab eine kleine Pause, FIFA verarscht uns so, was für alle, überlebt ihr mal nur. CH, ein anderes Spiel, das zu streamen kann. Alter, Gigi hat... Bruder, Bunker 20, bestes Game mit Gigi, du hast recht, Digga. Bunker, Junge, Bunker 20, ist echt so original, Bunker 20, ey. So sollte man es spielen nennen. Bunker 20, bestes Game mit Gigi. Ach, komm. You wanna go? Ach, komm, und was ist mit Henri, man? Der war doch vorher nicht so. Ach, jetzt, man, jetzt, ey. Come on, Henri, man. Ich hab dich so gelobt, Digga. Dann macht der Messi den. Sorry, Bro. Sorry, my friend. Sorry, my friend. Sorry. Shit, die Scheiße wird nicht gelaufen. Aber der wäre eh ein Tor gewesen durch Henri. Wenn der mal die Dinger machen würde, der Big Mac. H1 Du 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 Du. H1 Kehr UH 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 Phi Ist er das Arne? Ist er der Skill Arne oder was ist los hier? Kann er jeden Trick? Oh, I am not the kind of person that it fits. Ja, lootst du dich auch gleich noch vor, falls du nicht reinkam, ich weiß es gar nicht. Guck mal gleich. Warum nicht mit rechts? Was ist mit Henri passiert, Digga? Was macht der Henri gerade? Warum nicht Messi, Mann? Was macht das Spiel gerade mit mir, Mann? Wie du ihn, Mann? Hör mal auf jetzt. Hör mal auf, EA. Es reicht jetzt. Mein Kopf tut schon... Ey, Mann, ich spiele auch wieder nicht hin. Hör auf, EA. Bitte, EA. Ey, ich bin ganz nett. Jetzt bitte, EA. Hör auf, jetzt weiter so einen Scheiß zu machen. Manipulier die Scheiße jetzt nicht noch mehr. Okay? Reicht jetzt. Danke, okay? Bitte. Ganz nett frage ich jetzt. Lass einfach uns zwei spielen. Wer besser ist, gewinnt. Bitte, hör auf, immer jeden Scheiß zu korrigieren, zu manipulieren, so einen Scheiß, okay? Wäre ich sehr dankbar, EA. Okay, thank you. Thank you, EA Sports, okay? Thank you, Mann. So will ich das sehen. Einfach uns spielen lassen, okay? Du musst nicht den einen pushen, den einen helfen, okay? Lass uns einfach spielen, okay? Dann passiert nämlich auch so was. Das geht raus an dich, EA Sports. Ich hasse dieses Unternehmen einfach, EA. Ich hasse es einfach. Ich hasse euch. Damit ihr wisst, EA. Ich hasse euch. Dafür, dass uns jahrelang, ja, sowas hierhin. Ihr macht uns das immer schmackhaft mit Eusebio, mit diesen eigenen Ikonen, mit so geilen Sachen, mit geilen Promos. Ihr macht es immer so schmackhaft. Ganz ehrlich, wir hatten mich auch wieder reingezogen. Die haben mich mit den Dingen hier reingezogen, hier, mit diesen Prime-Icons. Als ich das gesehen habe, ich dachte, boah, geil, EA. Da haben die mich auch wieder, als ich das gesehen habe. Aber ey, ich wüsste jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele, mein Kopf, ey. My head is... Aua. Eusebio mit schöner Vorlage, ja. Gut, dass du für ihn ein Wort reinlegst. Auch schön la concreta, muss man sagen. Schön la concreta. Komm, 19,5. Da müssen alle Spiele gewinnen und Eusebio bleiben, ne? Er muss leider gehen, glaube ich, Digga. Es tut mir auch voll leid, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht, weiß nicht, Digga. Er muss gehen, Digga. Er muss gehen, einfach. Ich weiß nicht. Ich sehe einfach keinen Grund, warum er drin bleibt. Er muss gehen, Eusebio. Eusebio muss leider gehen. Krass, Digga. Krasses Team, Mann. Was meinst du, Boris? Der größte French-Youtuber hat EA-Verklag vor Gericht mit anderen Spielen zusammen. Die haben es wie an den Eiern. Mussten wir gleich mal erklären, was du damit auf Mainz, Boris. Auf was haben die den Verklag, Mann? Ich komme noch mal neu. So, let's go, Jungs. Komm, lass push, 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 push zur Elite zumindest. Für Eusebio, lass uns zusammen für Eusebio spielen. Vielleicht darf dein Team bleiben. Mach ein neues Ziel. Elite 2, Eusebio bleibt, egal, was der Spieler spielt. Elite 2, Eusebio bleibt. Chance für Eusebio. Das Team muss für Eusebio spielen. Wenn das Team will, dass Eusebio bleibt, dann spielt für ihn bis zur Elite 2. Wenn das Team nicht will, dass er bleibt, dann macht kein Elite 2, dann nimmt ihn auseinander. Alle müssen jetzt für Eusebio kämpfen, damit er im Team bleibt. Sonst ist er raus. Ja, Junge, dreh dich nicht immer ab, Brudi. Hab doch keine Angst vor mir. Komm her, hör auf, nicht abzudrehen. Ich bin auch hier für dich. Oh shit, Digga, jetzt hat er mich. Kappa. Wenn das nicht mal abtreten, ist er bald direkt weg. Nichts anderes können außer abtreten, Leute, ey. Aastrophe, man. Oh man, oh Rehmann, ey, bitte dich, den musst du auch machen. Oh man, ey. Warum steht dieser Bastard immer da? Warum steht immer Philippe Louis als Longshot-Taker da? Verpiss dich, aber Philippe Louis. Es bleibt einfach hinten, Mann. Warum steht immer dieser Wichser da? Bitte. De, 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 de. Hmm, 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 hmm. Ah, Van Dyke gesagt. Auha. die stone auf der keeper please don't move the keeper mein freund es ist nicht gedacht egal ob ich habe finde ich auch für kack muss sagen und zweimal ist er davon wirklich zweimal macht den großen fehler und zweimal komplett davon zu krass und du straffeln eigentlich einmal ok aber zweimal scheiß davon kommt crazy was ist denn los ich glaube ich wechseln halbzeit aus und stelle erstmal das ist der größe der wirklicher größe ficker die musik lauter digga jackie chan singt die ganze familie sind die ganze familie sind oh yeah oh yeah oh yeah oh mein gott es reicht es kommt gleich raus der irgendwie ohne zur halbzeit gibt ich dir die chance wenn du kein tor machst bist du raus irgendwie fertig er geht mir auf den sack jetzt wie kann man die dünger da nicht machen das ist ein spiel digga ich bin in der ecke von so einen scheiß digga den hab ich doch gehabt wenn maradona mal durchziehen würde ich bin in der ecke ich bin in der ecke komm 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 ich bin in der ecke ich bin in der ecke ich kann nichts machen das ist einfach überall zu nicht das ist einfach drauf thank you man man maradona warum bewegt du dich wie ein kricker was ist das ich habe gesagt er ist heftig wo ist der heftig der maradona man Ey Junge! Maradona hör auf jetzt! Warum bewegst du dich nicht? Was ist denn los mit Maradona? Der bewegt sich wie so ein Stück Scheiß die ganze Zeit. Go Aua. Fuck you, Alter. Warum rennst du nicht durch? Ich hab L1 Pass gedrückt, da musst du durchrennen. Doppelpassen. Er macht einfach irgendeinen Bogen, Alter. Und jetzt kassier ich den Konter. So nötig, das Spiel. Mann, kontrollier den Ball! Was ist denn da so schwer, Mann? Ich versteh das langsam wieder nicht. Kontrollier den Ball! Easy! Linienlang, thank you! All stop! Nach innen! Boah! Das! 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 Fuckin' Onri, du gehst das shit out of my team, man! Fuckin' piece of shit player! Get out, man! Get out, Junge! Wie viele Chancen noch? Wie viele müssen dir noch hier vorlegen? Das ist doch deine einzige Aufgabe, Mann! Get out, man! Geht... Eusebio, du kriegst die Chance, Eusebio. Komm, let's go! It's your time, man! Eusebio! Zeig! Zeig! Kämpf um deinen Platz! Fuckin' mei! Wie viele Chancen noch, Onri, Mann! Das ist das eigentliche, was du kannst, schießen! Das musst du dann besser können als jeder andere! Weil wenn du das nicht kannst... Am Ende des Tages, wenn Onri nicht schießen kann, ist einfach am Ende des Tages auch nur ein Scheißspieler, wenn man ehrlich ist! Weil er nichts anderes kann, außer schießen! Komm, Marathon, du bist der Nächste, wenn du weiter so spielst! Verkauf dir das ganze Team, Digga, wenn das so weitergeht! Du hast einen Pass von Messi, komm! Mach was daraus! Schade, gut gedacht! ... ... Ich spiel doch nicht so, ey, warum willst du mich immer ficken? Ja, und so kuriert ein Scheiße, man, spiel doch, wie ich drücke, man, kurie gehst du, dass er immer Richtung Gegner noch mal geht, dass er eine Chance hat, den Ball zu bekommen, jedes Mal, jeder einziger passt, digga, fuck mich das ab, digga, bei ihm, perfekt, perfekt, um mich rum, um mich rum, bei mir, immer Richtung Gegner, immer Richtung Gegner, fuck das ab, ey. Fuck you, man, dein Bunker Scheiß, digga, fuck you, Eusebio, redeem yourself, digga, Eusebio, come on, alles noch drin, Jungs, Eusebio, let's go, man, du kannst noch im Team bleiben, I give you, man, du kriegst alles, was du brauchst, only out, only out. Ich kriegst alles, was du brauchst, Eusebio, du bist jetzt im Sturm, Enri, geht raus, okay, ihr habt's, ihr habt's so gewollt, Enri, raus, wir machen's so, Enri, raus. Nimm's selber in die Hand, Eusebio, nimm's selber in die fucking Hand. Come Eusebio, man. Zeig mir, dass du im Sturm besser bist, dann bleibst du einfach, komm, scheiß drauf. Wir vergessen alles, zeigen mir, dass du krass bist im Sturm, dann vergesse ich alles. Geil, Maradona, geil, Maradona, get out, Maradona, du spielst wie scheiße, get out, man, keine Gnade mehr für solche Schrottspieler. Was ist das, was ist das, EA, was ist das, EA? Was ist das, EA, Mann? Was ist das, EA, Mann? Zweimal gefickt worden, Alter. Oh, Mann. Mann, ich hab wirklich keine Lust mehr, Mann. Bis Sachen bestraft zu werden, wenn ich alles richtig mache, Mann. Ich hab wirklich keine Lust mehr, auf einmal alles offen hinten, obwohl ich hinten bleib und dies, das habe. Auf einmal alles offen und dann bin ich am Ball und er läuft an dem Ball vorbei, Digga. Mann, ich hab wirklich keine Lust mehr, Jungs. Ich hab keine Lust mehr, Mann. Irgendwann dieser selbe Scheiße, mich zu schwitzen und die kriegen das Geschenk, Mann. Mann, Alter. Ich war doch da, warum läuft mein Trend auf einmal irgendwo an dem Ball vorbei, Mann. Mann, nur weil mein Game der kaputt ist, kommt der so einfach durch, Digga. Zweimal wieder geschenkt bekommen, Alter. Einmal, dass meine Spieler auf einmal komplett offen stehen vorne, obwohl ich auf, guck mal, wo stehe ich, ich bin auf sehr defensiv, Mann. Und dann bin ich am Ball und er läuft vorbei, Digga. Das ist, das ist asozial, Mann. Das ist Geschenk, wo ich, die sind normal ist hinten stabil. Wenn das Game nicht gut ist, keiner ist vorne bei mir hinten. Auf einmal werde ich ausgekontert mit einer Taktik, die für Bunkern gemacht ist. Die Taktik ist für Bunkern gemacht. Weih, oh weih, Alter. Weih, oh weih, ey. Wirklich, da krieg ich Kopfschmerzen. Mann, er kriegt das einfach geschenkt. Das ist geschenkt, Jungs. Das ist geschenkt, Mann. Da habe ich auch keine Kraft, immer wieder zu kämpfen und zu kämpfen, Mann. Weil die Leute, das kriegen das... Warum kriegst du, er kriegt dir das Geschenk und warum ich nicht? Hier, geschenkt. Feel like shit, Bro, ne? Feel like shit. Geschenkt bekommen. Das ist auch geschenkt. Warum kriegst du Sachen geschenkt, Digga? Bunker jetzt bitte, Jungs. Just, 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 bleib hinten einfach, Jungs. Das lassen einfach nicht... Jungs, bitte lass einfach... Das ist einfach Bunkern, okay? Habe ich Bunker Taktik drin? Was ist denn falsch drin? Machen wir Dis, Digga. 4, 2, 3, 1, Bunker. Ah. Brighton, mir hat wieder Pech gebracht. Ah, Jungs, ich kann nicht mehr, Jungs. Ich bin echt, wirklich, das ist echt... Ich weiß nicht, wie es sich gerade anfühlt. Das fühlt sich gerade so anstrengend an. Bunker an, Bunker rein, Digga. Bunker rein, jetzt. Lass einfach nicht mehr jetzt auskontern. Keine unnügend Kontertor. Wenn der Gegner gut raus spielt, GG. Aber nicht bitte nicht so geschenkte Tore, wofür ich... Ja, einfach nichts kann. Anweisung ist drin, Bunker rein, komm Jungs. Bunker rein, jetzt. Gegner hat gebunkert. Kriegt jetzt die... Nein. Hör auf, ihm soll sich Sachen zu schenken, Mann. Morgen. Okay, let's go. Chill, 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 Jungs. Chill, wir chillen jetzt eine Runde. Fuck you, Van Dijk, Digga. Wenn Van Dijk den einholt, dann stimmt irgendwas im Spiel nicht. Lass alles zulaufen, was du willst, Digga. I take my fucking time. Herzlich willkommen in der Vogelkäfig-Taktik, Junge. Das ist die Vogelkäfig-Taktik. Herzlich willkommen, mein Freund. Herzlich willkommen in der Vogelkäfig. Du kommst hier nicht mehr raus, außer du öffnest alles hinten. You like that, man, huh? You like that shit. Das ist Vogelkäfig, Jungs. Er kommt ja nicht mehr raus. Er muss alles riskieren, sonst kommst... Oh shit, Digga. Warum mache ich so dumme Sachen, Jungs? Kann mir einer schreiben, warum ich so dumme Sachen mache, immer und immer wieder? Immer und immer wieder mache ich so dumme Sachen? Just play the game, Casey. Come on, just play the game. Ja, get fucked, Neymar, you fucking piece of shit. Get wrecked, Digga, von meinen Spielern. Simon, jetzt. Simon, you fresh. You fresh. You fucking shit, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich struggle jetzt, die Führung zu halten, ne? So crazy. Boystop, Boystop incoming. Ah ja, guck mal. Ah. Das ist so asozial. Ich wusste, er macht die Boystop oder er dreht ab und ich kann es nicht verhindern. Obwohl ich das wusste, das meine ich. Das frustriert mich. Am Gameplay. Du weißt, Sachen und wirst dafür nicht belohnt. Disgusting. Ich hatte den Ball. Please. Five up. Why are you doing this to me? Why are you doing this to me? Every fucking time. Stop doing this to me, man. Ich hab keine Lust mehr, man. Warum muss ich so fünfmal kämpfen? Immer fünfmal kämpfen mit jedem Sieg, Alter. Fünfmal muss ich kämpfen mit jedem Sieg. Ich hab keine Lust. Es ist anstrengend. Es macht keinen Spaß. Ich will nicht mehr. Yay. Ich möchte nicht mehr, man. Das Spiel macht so keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Es ist anstrengend. Es ist unnötig. Es macht keinen Spaß, man. Ich möchte wirklich nicht mehr, Jungs. Ich schwöre, ich kann nicht mehr, man. Das Game macht keinen Spaß. Warum muss ich fünfmal für jede Scheiße kämpfen, man? Ich möchte nicht jedesmal kämpfen und kämpfen. Ich möchte nicht mehr, man. Warum kann ich nicht, wie jeder vernünftige, am Ende so gewinnen, Alter? Ich möchte einfach nicht mehr, man. Ich komme wieder Bunker direkt, man. Jetzt direkt mir jetzt ein Bunker-Scheiß rein, man. Ich hab kein Lust, yay. Ich hab kein Lust, man. Okay, ich hab echt keine Lust mehr. Wirklich, ich hab keine Lust mehr. Ich will einfach, glaube ich, danach aufhören, Digga. Es macht keinen Spaß mehr, man. Es ist immer so, immer so läuft, wie jedes Wochenende. Das ist so anstrengend. Ich muss das Gefühl, wirklich zehnmal mehr für diese Scheiße immer tun, ey. Ich hab zu Eusebio gespielt, yay. Ich muss zehnmal mehr machen. Der war für Eusebio gedacht. Mann, ich hab keine Lust, man. Wirklich. Ich hab so Kopfschmerzen, ey. Wie kann ein Spiel so wenig Spaß machen und so viel Stress? Wie kann ein Spiel so wenig Spaß machen und so viel Stress dir geben? Wirklich, das ist das Sinn von einem Spiel? Das kann doch nicht der Sinn von einem Spiel sein, so viel Stress einzugeben, Alter. Was machst du, Eusebio, Mann? Der macht das, der zögert bis zum geht nicht mehr. Warum machst du einen Trackback? Guck mal, ich muss zehnmal mehr um den Ball kämpfen. Der Ball war eigentlich vom Weg, Mann. Ich muss immer mehr machen, Alter. Ich hab keine Lust mehr, immer mehr zu machen. Mann. Okay, ich drehe durch, Jungs. Das ist einfach so. Ich drehe durch. Das Spiel bringt mich zum durchdrehen. Weil wir wieder über das Spiel kommen. Das ist so anstrengend, Mann. Es macht einfach auch null Spaß gegen solche Leute, wenn man wieder so spielen. Weil so ein Gameplay, Alter. Fuck. Einfach nur fuck, Alter. Fuck, 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 Mann. Fuck, Alter, ey. Wirklich. Alter, den Fake Shot ein bisschen weiter nach unten gezogen, wie ich das gemacht habe. Und nicht erst so und dann nach hinten. Dann wäre der auch besser gepositioniert gewesen, so ein Findershot, Digga. So weiter klar, dass er fast nicht reingehen kann. Das fuckt mich so ab, Digga. Diese Kleinigkeiten, die die Leute nicht verstehen. Ich sag, den sofort zu machen, den Fake Shot. Weißt du, er nimmt ihn an und macht den Fake Shot dann. Ich wollte, dass er ihn sofort macht, den Fake Shot. Wäre ganz anders positioniert gewesen, Mann. Mann. Es ist so, weißt du, man müsste, so einfache Sachen, die ich normalerweise in jedem guten Gameplay hinbekomme. Und die auch gut klappen, klappen hier einfach nicht. Du weißt gar nicht mehr, was ich mach. Oh, Gott. Ich schweige vom Spielerwechsel hier. Man, get the fucking ball. Zehn Mann steht um ihn rum. Wie kann er immer noch den Ball haben, Alter? Bei mir, Junge, der berührt mich einmal ganz kurz mit seinen kleinen Fingern. Mein Spieler fliegt dreimal um sich rum. Das ist so krass, was die immer, wie die tacklen können. Simon, warum gehst du nicht, Simon, Mann? Steht hinter dem, guck mich an. Lauf doch die fucking scheiß Linien lang, Mann. Mach das alles einfach zehnmal schwieriger, alles hier. Ich hab nach hinten gespielt. Oh mein fucking Gott, ich schwecke euch wirklich langsam an. Ich hab nach hinten gespielt, Mann. Warum muss ich zehnmal mehr machen, Alter? Ich hab nach hinten gespielt. Ich spüre auf mein Leben. Ich hab nach hinten gespielt, Mann. In den Rückraum, Mann. Warum soll ich direkt? Hey, ey, 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 ey. Ist wirklich anstrengend, Mann. Hey, Mann. Das ist alles zusammen ist so anstrengendes Game, Mann. Wir haben wie die Spielen, die Gegner, Alter. Mann, fucking. Ah, es ist. Unnötig, unnötig. Ich hab nicht gesprungen, Alter. Unnötig hier, unnötig. Just let me win, man. Just let me fucking win. Ohne diese Kopfschmerzen. Let me fucking win, man. Let mich einfach gewinnen ohne Kopfschmerzen, man. Guck mal, das Ding ist, ich freu mich nicht mal über den Sieg jetzt. Das ist das Ding. Das ist so weit, dass ich mich über den Sieg nicht mehr freuen kann. Einfach den kompletten Spaß genommen, Alter. Dieses Spiel. Weil es unnötig war, man. Look at this fucking unnötige Scheißkohle. In der 190. Minute, man. It's fine. Das Ding ist, oh, ey. Guck mal, warum, warum du move out, man? Warum du erst mal hier? Warum du fucking out here? Look at this. Disgusting. Disgusting. Warum you move out? Bleib dir stehen, kann er nicht schießen. Warum you move out, man? Erst mal das. Und eine Szene davor bei Messi. Ich hab auf klären gedrückt. Er klärt nicht. Er steht an, guck den Ball an. Das sind zwei Sehen wieder, wie ich alles auseinandernehmen kann. Ich will nicht so sein, aber ich kann auch nicht mehr anders sein. Das ist das Problem. Es macht einfach wirklich. Das ist das Problem. Ich muss eh auf Toilette, Jungs. Ich muss eh auf Toilette. Mann, das Ding ist eh ohne Scheiße. Ich kann nicht. Ich hab so einen Punkt erreicht. Es ist einfach, du willst gewinnen, aber es ist so anstrengend. Kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Bisher Enttäuschung. Eusebio in Sturm. Probier mal Chefchenko B. Er ist für drei Stunden. Und es wird Zeit für Naruto. Für Elite. Vielen, vielen Dank, John, für dein Support. Und die sie dann, ich kann Naruto nicht machen. Die sperren sofort im Stream. Ich hab letztes Mal ein Mal einen Song angemacht von Naruto. Der Streamer hat gesperrt danach. Kann ich nicht machen. Ich spiele so weiter, Jungs. Ich spiele erst mal so weiter. Ich muss einfach nur runterkommen und akzeptieren, dass Gameplay gerade scheiße ist. Ich muss gerade nur runterkommen und akzeptieren, dass Gameplay scheiße ist. Ich starte noch bei FIFA neu. Auch alle Icons raus aus dem Team und mach Benja da rein. Aber ich bin ehrlich mit euch. Ihr könnt so viel, so viel wie ihr wollt am Ende des Tages. Ist ja egal, weil so was meine Gameplay ist am Ende eh scheiße. Natürlich macht es einen Unterschied, ob zwar vorne ein R9-Mittel steht oder ob ein Unreal steht. Klar macht es einen Unterschied, aber das ist trotzdem am Ende des Tages. Ich sage euch, ich möchte einen neuen Video holen. Er wird sich trotzdem scheiße spielen lassen bei so einem Gameplay. Das ist das Traurige halt. Er wird sich trotzdem krasser spielen lassen als irgendwie. Aber dieses bisschen nur krasser. Du musst gefühlt wirklich komplett Pay-to-Win gehen mit Totti, Das, Moment, Das. Um ein geiles Gameplay so gefühlt zu haben. Ich habe das Gefühl, dieses geile Gameplay ist immer, je nachdem, wenn neue Spieler kommen, um dieses Gameplay, was du vorher hattest, musst du die geilen Spieler holen. Und jedes Mal, wenn du nicht diese geilen Spieler holst, hast du einfach schlechteres Gameplay. Ich habe das Gefühl. Also, um das normale, geile Gameplay zu bekommen, musst du, äh, musst du, ja, musst du reinpainen und das beste Team kaufen. Habe ich das Gefühl, um das Gameplay zu bekommen, was du normalerweise schon verdient hast. Keine Ahnung. Häuser muss in den Sturm. Versuch, so gut es geht, ruhig zu bleiben, auch wenn es unfair ist. Du spielst ruhig, so viel konzentrierter und besser. Ja, du hast recht, die G. Ich versuche auf jeden Fall. Heute ist wieder so ein Katastrophentaktiker vom Stream. Äh, richtiges Katastrophen-Rage-Stream, ey. Zwei Spiele gemacht mit dem nur. So, Jungs, ich würde sagen, ich gehe kurz auf Toilette. Äh, mal grad. Icon-packed B-Lab. Meist du, hat echt einen Icon-packed? Der meint, der hat echt einen Icon-packed? Chef-Checker ging, kenne ich doch, oder hat er mich mal getrollt? Ich weiß nicht, ich kenne irgendwoher. Guck mal ganz kurz. Der hat echt einen Icon-packed, das wäre krass. Das wäre perfekt, nämlich jetzt. Ja, machen wir gleich. Danke dir für die Erinnerung, äh, Stream-Highlight. Wird eh kein angezeigt, weil man CPME am Arsch ist. Jetzt durch den Stream ist er wieder so gesunken. Chef-Checker, zeig mal, Brudi. Zeig mal, Brudi, hast du? Wirklich? Ist am Start der Chef-Checker? Ich guck mal, ob dein am Start ist. Oder ist am Trollen der Typ? Hoffen wir mal nicht. Der Chef-Checker, ist er korrekt gewesen, Jungs? Ich kenne den Namen auf jeden Fall den Chef-Checker, aber... Oh, der hat nicht gelogen. Okay, warte, Bruder, ich komme. Warte, mach nicht auf, mach nicht auf. Bruder, ähm, warte, warte, warte auf mich. Warte, Alter, was ein Ehrenmann, ey. Ich habe einfach mal zugeguckt. Hallo? Hallo? Warum höre ich ihn nicht? So, warte mal, ey. Hallo, hörst du mich jetzt? Hallo, aber es geht ab. Blatt. Blatt. Blatt, dieses Spiel, wie sagt man das? Auch korrekt. Blatt EA, wie sagt man das korrekt? Blatt EA. Aller Obo-Boy hat erstmal in Euro. Es fühlt sich zu 100% ab bei 14 Siegen aufgehört. Bekommen wir, wenn wir gehen einfach Kinder. Einfach Kinder mehr als Müll, jede Woche schlimmer. Ja, Bruder, soll ich sagen. Korrekt, dass du mich irgendwie verstehst, zumindest. So, ey, wie wär's, wenn du erstmal so, willst du so eine Club-Tour machen? So, zeigen, was du einen Verein hast, unser Team oder so. Weil ich muss eh auf Toilette, dann machen wir jetzt danach das Pack auf. Oder hast du keinen Bock zu quatschen? Okay. Oha, auf Ehrenbruder, was auch gerne, zeig mal, bis in deinem Verein, da gehe ich kurz auf Toilette, ne? Zeig mal so ein bisschen. Okay, dann hören wir uns gleich wieder, Brudi. Ist das korrekt, korrekt, von dir auf jeden Fall, bis gleich. Jungs, der zeigt uns, bisschen euch, wenn es klappt, woher, aber das ist nicht so ein erstes Team. Ich geh auf Toilette, auf mein... Hey, lass mal lüften hier, lass mal lüften hier, lass mal lüften hier, lass mal lüften hier. Boah, ich... Ja, und dann fisch aus dem Team. So, das ist mein Team. So, das ist mein Team. So, das ist mein Team. Leider alle untauschbar. Den guten Mann hab ich aus Top-Bart hingezogen. Dann, schau, lass mal. So, das ist mein Team. 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 also stehe ich hier ein wunder er ist so am ragen über den annehmer gezogen krass lecker alle gezogen hier alle auf die roda die was auch gezogen oder was auch noch fand ich für die nennt einer richtig geil krass mess das auch gezogen oder was als ob krass okay wo heftig man das ist peckler gut dann ich weiß was brauchst du denn was brauchst du denn eigentlich weiß gar nicht was du brauchst ist schon krasses team eigentlich auf der maldini daneben perfekt jetzt mal die mittlere mal die noch alles gut habe spiele schon lange auch krasse krasses jetzt mit sonn ich bin mal gespannt für wer da kommt ich hoffe irgendwas krasses was du brauchen kannst dann wird schiff die glück auch wenn da kommt was gut ist also dass so lange gewartet das muss eigentlich belohnt werden komm gib nakata also wenn dann schon eine von den stechern nakata ein mal schauen also ok jungs kommen können sei mal gewesen da korrekt oh mein gott nein warum hier ist man sie nicht gar nicht ganz so scheiße also ist schon scheiße das tut mir leid bro ich spiele jetzt noch ein bisschen ich habe noch paar weekendlig spiele kannst du mal testen aber ich weiß nicht test mal sorry bro also kann man was machen vielen vielen dank aber auf jeden fall dass du ja dann gewartet alle runde weil du hast es sieht schon krass aus egal war schade man schade schade dann ein lucky ja irgendwie gefühlt schon das gebe ich dir auch recht gut dann vielen vielen dank dass du gewartet das und ich wünsche noch ja auch viel glück und einen schönen abend dann man hört sich dann sauer fucking rei was soll das wieder frei gefurstiger hilfe eikel pack bin selber youtuber gemacht mit ihnen noch schnell falls er wirklich hat wenn wir schon da sind jungs ich guck mal ganz kurz ob der nicht schwollt und ich finde da kann man ihn noch schnell habe ich aber nichts zu geben dann kann man mal ganz kurz jo 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 mein freund bist du da hallo okay weil jungs ich muss gerade die musik hier leiser machen bei euch weil sonst welche strike aber er hat nicht gelogen wie heißt du denn also hast du jetzt habe ich mich auch mal bitte nicht aufmachen will ich auf weil ich würde am liebsten mit den regen aber irgendwie hast du kein headset brudi schade mann also falls du youtuber bist kannst gerne gleich an youtube mal reinschreiben wenn du selber youtuber bist würde mich interessiert wenn du bist schade dass nicht am real quatschen bist dann wünsche viel glück ich weiß nicht oder machte gerade jetzt hier da höre ich ihn nicht der hat der schätze probleme was im vergleich nahmen würde gestrikt also die musik ausmacht weil sonst kann ich dich nicht lauter war du musst kurz aus dem team raus und genau und dann einfach auf einstellungen also anpassen einpassen genau spieleinstellungen dann hier r2 bis audio ja hier genau unten das unter das unternehmen das ober kannst du lassen dass aus das ober das untere muss nur weg machen korrekt von dir endlich mal höre also ohne scheiß ich guck dich seit zwei drei jahren ungefähr und woche krass ja und was machst du selber youtube oder was ich mache selber youtube ja heiße zählers auf youtube also ich habe ich mache seit 2015 youtube und wie komme ich hier seit 2050 ich habe erst mit pokémon angefangen und dann habe ich seit zwei wochen mache ich fifa ziehe ich fifa durch ok also das ganze pokémon gemacht ich habe top gemacht richtig ich habe ja auch gesehen du hast auch mal pokémon videos gemacht ja ja das habe ich auch gemacht und wie gesagt seit zwei wochen mir macht pokémon einfach kein spaß mehr ich habe jetzt ja 1600 abonnenten ist nicht so viel für vier jahre und dann aber trotzdem nicht ja also warte mal also wenn jemand mich suchen möchte also wenn ich darf nicht ja 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 auch rein kann ich gucke ich gucke dann auch mal man kann sie doch schreiben oder zählers okay fifa schreiben und dann findet man mich dann später auch mal vorbei ich habe heute noch eine ronaldo review gemacht weil ich kann immer mein team zu sehen das sieht man sich aber kann aber ich sehe ich sehe ich sehe dich jetzt hier krass das ja ich sehe es gerade ronaldo wir sind jetzt so vier aus dem vierten bm ich habe drei nur ich habe nur der ja und leben und ich wollte einfach nicht auf dem hoffen video und alle gezogen hat mich heute einfach eine review hochgeladen und das kostet auf markt 2,3 millionen ich finde das lohnt sich nicht der ist zwar nicht schlecht aber es lohnt sich nicht hätte ich mir schon fast gedacht weil ich habe in der letzte zur vorletzte jahr gespielt habe ich auch nicht so krass richtig ja also das alles antritt außer palastius aber ich das ist so eine maschine das holen das ist so vielleicht nächste woche testen auch mal der sieht echt krass aus der ist wirklich das wirklich ja ich finde mit der beste im team und ja eigentlich ich weiß nicht was was sagst du was könnte man verbessern jetzt schauen wir erst mal gleich was da kommt vielleicht kommt ja was zur innenverteidigung zdm rechtsverteiler flügel habe ich ganz am anfang gezogen oder ein von den ganz heftigen wird natürlich auch helfen also zumindest finde ich nicht so rein scheiße wie obwohl selbst ein bisschen helfen aber trotzdem er hoffen wir mal auf was besseres so ein richtig geile grund ich hoffe dass du sehr ohne scheiß also ich bin das erste mal ich habe vorher noch mit einem freund ich glaube jetzt auch jetzt aber nicht gehört uns dazu okay mein freund das erste mal shareplay ausprobiert weil ich wusste es gar nicht wie das geht ich habe immer nur so ich spiele erst seit zwei drei jahren fifa okay und ich wusste das gar nicht brauche ich habe ich schiss mal also erst mal dank der ist kein nein herzlich willkommen ich habe das rein und ja checken mal gerne aus den c lustiger macht jetzt auch fifa dankeschön wo ich werde auf jeden fall auch mal rein bei den kanalen wie gesagt und wie habe ich mir richtig mühe gegen ich mache es auch mit facecam deswegen ja ok ok jungs also machst du was machst du willst du eher so reviews machen oder wie wir deinen kanal aussehen ja so reviews und die ganzen spcs die neu rauskommen die auch die günstigen die günstigsten methoden oder ok 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 dann kann ja jeder mal abschneiden ja genau genau da habe ich das ja darf ich den controller geben das rausschneiden und bei mir auf dem kanal ja mach 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 dann mach der kc zieht mein icon pack oder mach die gemacht das können wir machen die gar machen wir so warte wie mache ich das gebe ich dir den controller ich hoffe es kommt dafür auch was richtig geiles noch dann muss ich auf zusammenspielen drücken genau genau das glaube ich genau genau das muss es eigentlich sein brasilien welchen geimer oder so spiel den spiel sitzer beitreten gast oder wie geht das jungs ich weiß gar nicht schreibt das mal also hier steht neu spiel nicht neu irgendwie nicht neue sitzung und das spielt nur der spiel sitzung beitreten gast oder wie geht das jungs ist das nicht um die zusammenspielen oder mir die kontrolle übergeben irgendwie sowas gibt es da so was eine art mit den kontrollen mache ich das gar kein problem warte dann warten wir noch kurz bis jemand geschrieben hat oder wie geht denn das jungs controller übergeben kontrolle übergeben geht dass sie irgendwie jungs weiß es nicht mehr wenn ich bin irgendwie sowas ich will gar nicht ziehen weil ich fühle mit euch ich habe so geschwitzt auf die icons ich hatte glück gehabt mit irgendwie ich habe auch nicht bei euch aus ich habe auch die letzte fifa gezogen baby ist glaube ich auch nicht so gut kontrolle übergeben eigentlich steht schreibt erst mal also bei party na also ich bin noch mal bei party drauf du musst gleich bei chat play oder sowas kommen auch bei schärfer steht controller übergeben genau 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 den besucher gestatten unter deinem namen zu spielen spiel gemeinsam spielen okay das erste ja eins von beiden ich glaube es ist egal ich hoffe ich ziehe was gutes sogar ich bin selber von den bis jetzt ich habe wirklich vier moment ich habe ich habe ich habe mir vorhin gesagt ja vier baby icons gemacht das letzte mal kam ronald davor nur schulden also ich habe eigentlich nicht so glück dann kommen wir jetzt euch gezogen hat war reichert halt jetzt gibt es gibt eine gute flagge oder so was bitte rechts verteidiger stimme nicht ich habe angeschaut und spielte bitte 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 ja nein ich habe so drauf geschwitzt und dann ziehe ich so ein schrott warum boobie mua warum nicht gerard oder sowas warum habe ich immer so pech der account ist verflucht glaube ich immer alter boobie boobie buba 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 muber alter nein ich weiß keine schimpfwörter benutzen aber es ist so ein hundespieler bestimmt der hat kein tempo ist halt wirklich katastrophe bei denen hätte ich lieber blanke genommen und ich wollte eigentlich blanke nehmen weil ich dachte mir icon pack für den stream von dir ich wollte erstmal dabei sein bei dir nächstes mal wisst ihr lieber das sichere nehmen wenn ich will für so best of oder so wenn du es willst ja ich mach da eigentlich auch im best of aber trotzdem echt katastrophe das ist der schlechteste engländer mit linika oder wie da vorne auch geht richtig richtig ich weiß nicht wie der heißt wenigstens der den du ja ach so der ist auch nicht schlecht gewesen bahn's bahn's ich hätte auch campen rauskommen können wir auch stabiler er kommt genau boobie muhr alter das gibt es nicht das ist so ätzend man würde ich am liebsten abstoß kannst du vielleicht testen anstatt herrnandes vielleicht viel besser als er ich weiß nicht ich glaube nicht ich glaube aber dann wäre kotor wenigstens auf volle chemie 81 pace testen mal vielleicht das sind ja manche die sind ja so welche auch statt auf campel wird nie so krass sein aber dann habe ich ihn gespielt da war dann auf der warte auch nicht schlecht vielleicht ist er so eine kasse beweglichkeit aber der hat einfach zu wenig da ich glaube da bringt auch ein shadow nix ne so ich weiß nicht der hat überall besser außer tempo halt ne shadow hat er über 70 pace vielleicht geht das echt doch guck mal so eine shadow karte drauf gehe doch mal ganz kurz auf die werte 178 shadow ist der auf 82 testen mal shadow vielleicht ist das alles gut sonst hat er alles gut außer außer antritt kannst du mal testen also hast ja nicht so verlieren der scheiße ist dann hast du halt ja dann war ich wenigstens bei dir dabei und ich konnte dich mal hören vielen vielen dank aber dass du auf das aufbewahrt hast ja korrekt korrekt von dir auf jeden fall ich schaue dich seit du glaube ich acht oder neun tausend abonnenten also ich bin krass ok das ist auch krass dann und hab dann auch unter anderem auch wegen dir mit youtube also mit fifa angefangen weil ich einfach viel fast meine leidenschaft so weiß ich nicht ich gucke jeden stream von ich verpasst keinen stream ich schreibe sehr solange du nicht mit wiki league und sowas zu tun hast dann geht das ja noch viel von euch habe ich sehr geschwitzt dafür fifa 20 noch nicht so will ich mir nicht antun jetzt besser ist es eigentlich immer stress war ja dann vielen dank ich habe schon bestimmt drei controller geschwitzt deswegen kenne ich gut dann bedanke ich mich für das weg weil danke dir auch viel glück noch und ja grüße gehen raus an den kollegen und ja checken mal ab jungs check mal wie sie noch mal sehr reinkommen weil du nicht geredet hast und dir sagen wie du das mit dem schule nicht wie ich mein headset sollte ich einfach reinkommen also zähler oder zählers einfach nur und dann findet ok jones zähler sind also checkt ihr mal ab dem acht player erst viel verdankeschön bruder dankeschön sie ja keine frage am donnerstag öffnest du die weekend ich denke schon ich denke schon aber wohl dass vielleicht karneval da kann ich unterwegs aber ich denke schon ich denke schon wenn ich sage ich sage bescheid auf jeden fall dann korrekt ne grüße gehen raus an euch beiden ich war richtig aufregend tut mir leid aber korrekt von dir scheiße ja ja vielen vielen dank trotzdem ne dann möchte ich euch noch was euch beiden danke ciao haut rein ah alter der arme bobi fucking moore ey bobi moore alter das ist echt katastrophe ey der arme fucking bobi moore ey warum nicht campbell oder gerard wär auch noch stabil gewesen ne gerard wird auch krass gewesen ja der fucking bobi moore ey du wirst aber jetzt ist nicht so schlecht dass wir mal testen warum nicht ah ihr jungen server scheiße pack lag scheiße alle scheiße man raus mit den viechern so wir machen weiter jungs im spiel haben wir noch gleich nur drei oder vier jetzt kommen dass fifa von der geschwindigkeit her so schnell läuft ich schlafgefühl tn bei dem normalen tempo d oder ich danke erstmal für den euro es sieht vielleicht für dich nur so aus egal bei mir ist es auch super träge und langsam da geht sogar weg er geht es echt weg naja bis ein uv hier junge ja welcher pick mir kauft in der für 57 angegungen für die coins ein paar nummer einstellen ein thank you man so jungs wir gehen rein wir gehen rein wir bleiben drin jetzt in das hier die scheiße so heusebio gibt dein bestes ganz kurz mal gucken hier mit wenn ich der hier jetzt allerdings ist noch nicht ne gib mir meine sekunde jungs ganz kurz was gucken der jungs der arme digger herzlich kommen ins kind hinein oder wie soll ich dich nennen ins kind nein und die letzte spieler oha waren ja voll viele weiter gar nichts mehr da ein habe ich bekommen weiß sie jetzt muss man auch rollen gehen mit mitten investieren jetzt fünf spieler haben wir noch drei siege 555 für siebio mit der könig bleibt drin bleiben darf jetzt kommen jetzt kommen jetzt kreuzi bio jetzt tut es auf alle kreuz wieder mann trinken wir erstmal bisschen energy ja so ich bleib jetzt ruhig um es du hast gesagt kreuz ist so ruhig bleiben ich bleib ruhig jetzt spiel jetzt konzentriert keinen mucks besser auch für die nachbarn wenn man ehrlich ist diese pause habe ich kurz gebraucht jungs diese pause gebraucht digger gebraucht junge von meinen spielern gebraucht junge von meinen spielern ich muss mich mal zusammenreißen jetzt ich muss mich mal zusammenreißen jetzt fehl passen ein pass über drei meter krieg mir nicht hin digger ach gotti 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 es ist auch so anstrengend jetzt gegen diese leute ne drehst doch eh ab war doch so klar man bro es ist so langweilig ich kann nicht jungs ich finde das einfach nur langweilig dieses fifa jetzt einfach mal beim erhalten digger damit man spielt wie langweilig es ist immer den ball hinterher zu laufen es ist einfach fucking boring warum macht er wieder eine andere musik an ich habe doch gar nicht gesagt dass du ich muss noch die musik lauter machen korrekt dass er mir so viel zeit gibt auf jeden fall dass ich noch musik ändern kann und so ehrenmann oh oh fuck me hey hey come on isibio wake up man hey come on isibio wake up man pff ist das spiel langweilig digger schwer es dir tja was ein great touch tja was ein great touch irgendwie wow ehh always the same always the same boring shit always the boring same shit es macht echt keinen spaß digger jungs ich kann nicht mehr ne ich mach jetzt die andere formation und geh aggressiv jetzt drauf ich kann nicht ich muss ich geh jetzt all in digger ich muss ich geh jetzt all in digger wöchene auch ich wöchene ich wöchene Boah fuck fuck fucking boring cunt ich will eigentlich bei 0x quitten so ein bisschen sieg geben weil er wird gewinnen gegen mich weil ich keine geduld habe für diese scheiße ist ein bastard So boring, man Und solche Leute sind gut in FIFA 20 Die so einen scheiß Spielstil spielen, man Digga, was ein Touch, bro, please Bringgant, Digga So anstrengend, Digga Es ist anstrengend und macht keinen Spaß, Digga Und der ist noch besser als ich Weil er spielt diese Scheiß halt perfekt Warum, ich verstehe nicht, warum immer der Falsche angevisiert wird Danke, mein Freund, lese ich gleich vor, vielen, vielen Dank Vielen, vielen Dank, mein Freund, lese ich gleich vor GG, mein Freund GG, mein Freund, so Elite, mein Freund Nice Glück gehabt, Digga Hat das euch abgefilmt Dieses verfickte Abdrehen, Digga Das ist so OP, ist diese Scheiße Immer Fucking Pussy, alter Pussy Player, du bist Fucking Pussy Player, Digga Piss mich einfach komplett an, Digga Du fucking Pussy Player, alter Und er wird gewinnen, das ist traurig Ich quill hier immer gegen diese Leute, die so spielen Fucking Pussy Player, alter Und er wird gewinnen, das ist traurig Mann, Messi, musst du schneller spielen. Ja, genau den vor die Füße, Alter. Fünf Leute stehen da, aber genau Rolf dann. Fuckin' Pussyplayer, ey. Gar kein Bock mehr, Mann. Mann, wirklich, ey. Okay. Mann, Henri, Mann, du fucking piece of shit. Ich hätte ihn annehmen sollen, ich weiß, aber ich dachte, du kannst auch mal was Spezielles machen, weil du Henri bist, aber nein, du bist einfach ein Pussyplayer, ey. Komm, Henri, reiß dich zusammen, ich muss dich auch zusammenreißen, jetzt komm, wir reißen uns beide zusammen, Henri. Okay. 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 I'll never forget the city lights We were so young, we were so free City lights with you and me I'll lose myself in these city nights I'll lose myself in these city nights I'll lose myself in these city nights Scheiße I'll lose myself in these city nights fucking pussy player du machst das ganze spiel langweilig für so einen scheiß du spielst du nicht mal gut das traurige spiel das ist nicht mal so gut dieses ziel der macht einfach nur das spiel langweilig du machst es nicht mal gut du bist ein fucking pussy player du spielst dieses system spielst du ja nicht mal gut dieses langweilige scheiße du wirst das wenigstens gut spielen möchte ja absolutieren aber du spielst wie ein stück scheiße und machst alles für uns beide langweilig das spiel wenn du wie so ein Huren so ein spiel ist ich bin auch vernünftig mann kannst es ja nicht mal die taktik zu spielen diese fucking kacke ist einfach shit ist einfach nur shit digga mann nimm ihn an nicht immer ausreichend ausreichend bis zum bastard nimm ihn an alter und nur die lodi bodi alter kant kant hast du nicht verdient digga gut gespielt aber hast du nicht verdient weil du ein stück scheiße bist du bist wie so ein bastard ich schwörs dir fucking boring shit fifa wegen dem muss ich so ein scheiß fifa spielen digga als abseits oder was macht einfach alles langweilig der typ es ist so langweilig digga es ist einfach nur langweilig grad ist anstrengend und langweilig und ich muss so spielen damit damit halt nicht in seinen konter scheiße rein laufe mann alter soll die so spielen so ja es ging so ihr fucking mutter alter schwörs dir eine einspürung bei ist bei mir weg digga ist so krass das ist schon einmal durch irgendwie ey es ist anstrengend und no fun digga kotzen alter weiß nicht was ich machen soll digga weiß nicht was ich machen soll ja 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 I just wanna dance all night Forget my promise I don't really give a damn what they say And now you know how you know it A little lady said you feel insane But I don't believe a word you say I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Peer syndromatien Ach man Alter I rappartκι I etw Hhow to play machen. Irgendwann habe ich auch keine Kraft mehr. Immer hin und her, hin und her, hin und her. Was ist das für ein FIFA, Mann? Fuck! Fuck, Alter. Ich habe keine Kraft, Jungs. Ich kann nicht. Ich habe keine Kraft, jedes Spiel so zu spielen wie hier das. Immer dieses Abdecken hin und her, hin und her. Ich habe keine Kraft, Jungs. Ich kann es nicht. Ich habe es gesagt, ich kann es nicht. Es macht keinen Spaß. Es kann es nicht. So boring, man. So fucking boring, Alter. So fucking boring, ohne Scheiß. Und ich habe gewusst, dass ich am Ende verliere, weil ich keine Konzentration habe, 90, 120 Minuten, immer dieser selben Scheiß zu machen, Alter. Es macht doch keinen Spaß. Es ist just fucking boring, bullshit game, Alter. Es ist einfach frustrierend wieder, ey. Es ist voll. So, was macht der Ball halten, bis die Lücke da ist? Same, Bastard-Spieler, Digga. Ich spiele da hinten rum, warte, bis die Lücke da ist. So, und das Thema abdrehen, umdrehen, 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 umdrehen. Man, it's fucking boring, man. Fuck, man. Fuck, man. Das ist disgusting. Ich hätte bei 0-0 quitten sollen. Ich bereue ich so krass, dass ich nicht bei 0-0 quittet habe. Den Bastard, jetzt, kriegt der noch einen Sieg von mir, Alter. Ich hätte einfach bei 0-0 quitten sollen, Digga. Fucking asshole, Digga. Cunt. Cunt of a player ist das einfach. Cunt of a fucking player, Digga. Pfff. Keine Kraft mehr, Mönchs, Junge. Es ist einfach zu anstrengend, Digga. Ich vermisse alle FIFA-Teile, die vorher da waren, als so ein Scheiß. Es ist wirklich jeder FIFA-Teil war zehnmal besser, als so was, ey. Digga, warum? Richtig, ich bin vernünftig aus, warum bewegt sich ein Schritt wie so ein Bastard. Richtig, ich bin einfach nur aus, einen Mini-Schritt. Und dann schießen, nicht einfach, weil, Junge, wie dich immer bewegen, Alter. Pfff. Oh, Mann. Just one more time Since then you'll see Dance for me, dance for me, dance for me Oh oh I've never seen anybody do the things you do before Oh that's kind of big, don't see Move for me, move for me, move for me And when you're done I'm making do it I get it Ah Oh Ah Ah, joh. Ja, fuck you, then. Fuck you, then. Jedes Mal hat er einen Wurf. Dann fuck you, du Bastard. Was soll ich machen, nigga? Ich bin einfach nicht gut genug für sie. Gegen solche Bastarde habe ich einfach keine Lösung dieses Jahr. Gegen diese Huren-Söhne, die so spielen, habe ich einfach keine Lösung. Was soll ich machen? Die gewinnen jedes Jahr. Jedes Spiel, wenn die gegen mich gewinnen, dieses Wochenende. Jedes Wochenende, wenn die gegen mich gewinnen. Mit einem fucking Bastard-Spielstil, nigga. Disgusting, Alter. Wirklich disgusting. Einfach disgusting. Ich habe auch keine Lust. Ich möchte eigentlich auch wirklich nur aufhören. Weil das macht wirklich, das macht wirklich jetzt schon an. Wirklich, das macht, ey, ist wirklich schlimmer als denn jemand. Ich kann nicht mehr, Jungs. Dieses Spiel ist so schlimm, man. Ich kann einfach auch nicht mehr. Das ist das Ding. Ich kann auch nicht mehr. So schlimm ist das Spiel gerade. Ich kann auch nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr. Das ist so schlimm ist das gerade. Das ist krass, dass so eine Scheiße belohnt wird, digga. Das ist einfach nur schlimm, digga. Das sind auch so Hurensöhne wie ihr, Junge. Das ist das Beste, digga. Das ist anstrengend, ey. Ja, natürlich ist das gut gemacht. Aber ich habe keine Kraft. Zeh mal, diese, guck mal, was er macht. Das macht er die ganze Zeit. Diese perfekte Hure und so einen Scheiß. Ich gebe ja zurück. Ich mache einen Ball. Ich ziehe hin und her. Ich habe keine Kraft dafür, man. Guck mal, diese Scheiße mit dem Trackback. Zeh mal hin und her, wie soll ich das machen, Alter. Ich habe keine Kraft, digga. Ne aus der fucking Drehung, Alter. Das ist einfach zu anstrengend für mich. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich würde am liebsten, ich den Stream ausmachen, ey. Ganz ehrlich mit euch. Einfach ein Stream ausmachen, ey. Das ist einfach wirklich süßes Spiel, ey. Das ist ein Schande, digga. Das ist einfach nur Schande, digga. Schande, digga. Absolut Schande, ey. Ich habe keine Kraft, kein Bock. Immer die letzten Spiele, so, so, so. Und ich habe jedes Spiel, so. Ich verliere jedes Spiel. Der nächste, der so spielt, fällig auch zu 90% verlieren. Zu 98%. Jedes Mal so, weil ich keine Kraft habe, immer so zu spielen. Ja, ich kann es spiegeln, ich kann mithalten. Aber irgendwann wird diese Lücke kommen, weil ich nicht kann. Ich kann es nicht. Was soll ich denn machen, Jungs? Was soll ich machen? Ich versuche doch schon. Was soll ich machen, Jungs? Erkläre mir, was ich machen soll, um sowas zu besiegen. Ich kann einfach nicht, digga. Einfach zu schlimmer. Das bringt nichts. Häuser ist natürlich vielleicht ein bisschen konzentrierter gewesen. Aber es geht nicht mehr. Mein Kopf ist kaputt. Nein. Es ist gay, ey. Gast in gay, ey. Loi. 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 Shut up, man. Was geht denn hier ab, Alter, mit den Preisen? Oh, shit, 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 shit. Go back, go back, go back. Hä, WTF? Shit, Digger, ich brauche mehr. Coins. Das ist Sprinting, egal. Aber was bringt mir das? Was bringt mir dieses ganze Trading jetzt? Was bringt mir das am Ende des Tages? Das bringt mir am Ende auch nichts. Wenn ich da am N9 vorne stehen habe, ich werde genau wieder gegen diese selben Bassade am Ende verlieren. Weißt du, was ich meine? Schau mal kurz, unter Pax Profile haben so einen Bugpack bekommen auf Twitter. Ja, aber ich kann eh nicht aufmachen. Ich habe ja an Assigned Klitsch. Weißt du, ich kann die eh nicht aufmachen, meine Pax. Ich gucke mal gleich bei Pax Booty. Wie kann man hier nochmal, äh, wie kann man hier refreshen nochmal? Es geht noch irgendwie so, so, oder? Und dann ist es so refreshed oder was? Oder wie geht das nochmal? Ja, aber ich kann nicht eh, heißt es. Ich kann nicht, ich zwinge mich schon so zu spielen, Digger. Es ist einfach, wofür am Ende des Tages auch. Das ist die Frage, wofür am Ende des Tages so zu spielen. Also, ich spiele wieder der größte Bastard schon. Und ich habe einfach keine Kraft, Digger. Ja, natürlich kann man da nochmal mehr pushen und das da rausholen, den Sieg vielleicht gegen den oder Elfmeterschießen erzwingen. Es macht mir auch keinen Spaß. Es hat keinen Sinn, auch langfristig so zu spielen. Ich kann das doch nicht jedes Wochenende so spielen, Digger. Naja, Squad Battle ist ja richtig, äh, Jackpot-Time, Digger. Wahrscheinlich geht es sogar weniger. Ganz ehrlich, ich habe es schon mal gesagt. Ohne YouTube würde ich diese Scheiße nicht spielen, Digger. Das ist einfach Katastrophe, dieses Game. Das ist einfach Katastrophe, Mann. Von vorne bis hinten, vom Gameplay her, das ist Katastrophe, ey. Dann gibt es noch, Jungs. Gibt es irgendwas? 10K haue ich auch noch auf den Kopf, Digger. Gibt es auch irgendwelche gute 84er, die ich holen kann. Dann 85er, 86er, nee. E-Pay für 3,2, Ösi für 3,4, Alter. Das sind also Preise, die Ösi, Attack, Dead für 3K. Das ist einfach, äh, wirklich, äh, wieder so ein Katastrophen-Stream, ey. Ohne Scheiße, ich weiß, wenigstens weiß ich, dass ein paar Leute das mitfühlen, was ich hier gerade durchmache. Ich bete mir, so viele hassen, genauso wie ich diese Wichser, die so spielen. 100%, 100% gibt es so viele, die genauso hassen und sagen, diese verdammten Bastard, das spielen so behindert, so Bastard-Tuff-like und kommen damit durch, 100% sind ja so viele, genauso wie ich denken. Moutinho, naja, ich glaube, Ösi ist besser. Das macht sich, nimmt sich jetzt nicht viel, aber... Ey, kick mich raus, weil ich snipe, weil ich Profit machen will, weil man mit FIFA-Points ja gar nicht so viel Coins macht, ihr Wachser, Junge. 100k mit 100 Euro, Digger. So, wenn man ein paar Mal snipe, direkt rausgekickt, nö, du darfst hier nicht trainen, hier wird nicht gesniped. Fuck you, man. Mach mal was, an den fucking Server, so ein Scheiß in deinem Spiel rein zu programmieren, das ist wahrscheinlich deswegen, sind die ganzen Server kaputt, weil jetzt so Kacke reinballert, Digger. Wie komme ich denn hier jetzt so, Dings, mein Packs gucken, bei Trap, ne, wie komme ich denn den Packs, Jungs? Wie komme ich denn zu meinen Packs jetzt, ich weiß gar nicht, so? Weiß gar nicht, wie ich zu meinen Packs komme, Jungs. Wollt 2, was gut. Wie komme ich denn zu meinen Packs, Jungs? Jungs, ich weiß, dass viele dann auch ruhig bleiben können, jetzt habe ich ja ganz andere Leute als ich. Ich bin, wie ihr merkt, ja schon, ich bin so ein emotionaler und ich weiß, ich weiß, was du meinst, heute bin ich ruhig, dass ich ein bisschen mehr rausholen kann, ja, weil ich viele Fehler, zum Beispiel, ich mache, weil ich emotional bin und dann, ähm, ja, dumme Fehler macht, zum Beispiel in seinen Schritt dann rausnehme oder zu schnell draufgehe und so ein Zeug, aber ey, Mann, ey, ich kann das auch nicht. Jedes, jedes Spiel so krass fokussiert in diese Scheiße reingehen. Deswegen tun mir alle E-Sportler, Leitiger, die so ein Scheiß professionell spielen müssen, na ja, die müssen in jenen Armen Kopfschmerzen haben, die so ein Scheiß spielen müssen. Und solche anderen Schwitzköpfe. Das macht doch gar nicht. Wie komme ich denn so den Trap Points kaufen? Trap mit Points kaufen, okay. Wichser, Alter. Alter. Aber was ist da drin, Jungs? Hat das von euch einer schon aufgemacht? Was da drin? Was sind da drin, Jungs? Lade mich mal ein, der das Pack hat. Ich will das sehen, was da drin ist. Ich kann es ja nicht aufmachen, wie mein Scheiß-Anne ist ein Glitch. Pax Games, 20. Hat er das? Wie kriegt man diesen Pack, Jungs, was ich hier habe? Hat einer von der Schlag, mich mal einer schnell ein Squad Battle, wer dieses Pack hat, ich will sehen, was da drin ist. Oder kann man es nicht aufmachen? Alter, was ist das für ein Bug? Was ist das für ein Pack? 60 Gold, 60 ist, Alter, was ist das drin? Das ist ja ein 300k Pack, Digga. Ne, was ist das? Ne, das ist kein 300k Pack. Das ist 55k Pack mal 6 ist das, oder? Ne, was ist denn das? Ey, was ist das für ein Pack, Jungs? Kannst du nicht öffnen? Digga, was ist das für ein krankes Pack? 60 Gold, 60 selten, Digga. Aber ich kann es nicht machen. Ah, man kann das gar nicht öffnen. Ja, dann ist eh unnötig. Das dachte ich schon. Komm, dann mach mir noch zu Ende, Digga. Komm, mach mir die Scheiße zu Ende. Ich kann es nicht öffnen. Wahrscheinlich Entschädigung. Die und Entschädigung. 250k Set wäre es dann, ne? Wasserspiel. Alles geil, Vinnie, wie? Hau rein, Pony. Ich hoffe, du kannst auch mein Rage noch gut schlafen, nachdem du das ganze Scheiße von mir anhören musstest. Das Gott, ich fick den Nächsten jetzt. Komm, wir ficken den Nächsten jetzt. Komm. Bin motiviert, Jungs. Ich bin wieder ruhig. Komm, wir machen das jetzt, wenn es kommt. Alright, shit, klick. Komm, wir kommen wieder hinten. So, wie ein Twitch Prime, wie man es verbunden hat. Ah, okay. Krass. Krass, krass, krass. Gut zu wissen, Pains. Ich finde auch so ein Pack, kein Line, weil der wäre auch krass. Rockstar. Rockstar. No. No. No, 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 noi. Rockstar. warte ich muss alkohol trägen eigentlich habe ich noch alkohol hier ja ich habe sogar noch hier mit trinken gleich mal ein zwei schlücke wenn ich wieder ruhig aber geil kommt mal hören noch mal der song war geil gefällt mir langweilig langweilig der muss raus der scheiße japaner kann sich nicht bewähren oder das war aber bei ihnen können sich irgendwie nicht mehr bewegen heute bewegt sich wie so ein kopf der abschrührer das war davon hast du geredet heute ist ruhig bleiben und mein spiel machen davon hast du geredet ne mal einen schluck soju nehmen ich zeige euch das gleich mal in die kamera die ab und zu alkohol trinken wollen oder trinken das kann ich nur empfehlen das schmeckt so geil soju erdbeer geschmack das ist einfach nur hammer das ist so hammer das ist krass man wie gut das schmeckt ich bin in der hills fucking superstars feeling like a popstar Nucle Rockstar, aaaaaaahhh, wie ein Eusebio Ich weiß nicht, wie ich einfach den falschen Spieler bekomme Hando hat einen Hando, Hando ist ein Maschinenkopf EZE 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 D-D-D-D-D-D-D-D Rockstar das ist der shit man guckt euch das genau an macht euch ein foto von das ist der real shit man das schmeckt das schmeckt so geil jungs das ist der shit in den bekommen könnt warum ich nicht vorher schon so gespielt man war es mir nicht vor den tipp gegeben häusers man jetzt kommen wer ist das getrinkt zu schreib mal rein muss man also koreaner sind asiaten laden fragen ist aus korea ist das eigentlich da war ich nicht so mit so korea sachen am hut aber erdbeer muss aber holen erdbeer das ist richtig oder joghurt digger eins von den beiden richtig hammer kommen so dass euch gleich machen wir hatten hier den toni noch mit jakob jakubu aber für eine werbung der ganzen empfehlungen oder ich danke erstmal ich muss noch sachen verlesen hendrik vielen dank wird deine 3 euro 33 mit gebühren und die die ich hoffe die gönnen dir was gutes dafür für sonnen in rot oder sowas vielen dank hendrik dafür für den support und jakub für fünf euro man das ist ja richtig groß und ich sag mal so wer alkohol trinkt wird auch ohne mich alkohol trinken ich habe jetzt für die guten genießer unter uns oder ein getränk gezeigt was halt was man alternativ holen kann die jungen leute die schon trinken die trinken sowieso schon ihrem wodka und so ein zeug das ja zehnmal schlimmer als was ich hier zeige man muss auch dasselbe eigentlich auch sagen durch die leute 60 prozent sind minderjährig aber man bewirbt fifa points ist auch wie glücksspiel so mäßig weiß was ich meine selbe ist auch bei knoxi so weißt du der fall aber die leute die trinken trinken auch ohne strengen bestimmt weil ich das jetzt gesagt habe wird nicht irgendein 14 jähriger jetzt gehen schon noch nie alkohol getrunken ich gehe das morgen mal holen uns bis auf mich erst mal auf ihr wisst doch alle schon wie die minderjährigen jeder von euch hat schon mit 13 14 wahrscheinlich schon mal ein bisschen alkohol getrunken zwölf wahrscheinlich schon manches schon ist einfach so wenn ihr mal früh reifer hier die ganzen kiddies rockstar ist so ein geiler song irgendwie ich weiß nicht warum rockstar ist das alkohol oder es fühlt sich einfach ein bisschen flüssiger an das game rockstar bei wieder noch kommen argument du bist auch bespanniert und kannst alles machen no 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 my friend no 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 du bisth du bist bei du du Maradona hat Hunger, Sego hat Hunger! Auf Alkohol! Der ist flüssig macht, ich glaube auch ins Kino, das ist auf einmal so flüssig das Spiel, Alter ist das gerade so geil das Spiel, erstmal eine Pause gönnen. Han hand 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 hand, wer hat gesagt der war scheiße, der hat gerade mal gezeigt was der drauf hat, der Kontroll ist kaputt, der fühlt sich schon so eingedrückt hat. die ganzen Tassen fühlen sich so kaputt gedrückt, wieder nach ein paar Wochen oder einem Monat, wieder neue Kontroll erkaufen, beste. Alabi wieder zurückspielen boy stop boy stop big boy big man handle der typ ist eine maschine der zu händler kann auch werfen oder kann doch perfekt werfen die gar nicht in den laufen auf den mann so will ich immer dass meine bälle geworfen werden die händel ist wirklich kaufempfehlung bekämpel alter messi ja meine donner ich rufe dich zurück du läufst einfach weiter du mal du kopf was kein eckball bullshiiiit i smell bullshiiiit jungs i smell bullshiiiit man aha lucky boy man you lucky boy you lucky boy my friend maradona hör auf ins abseits zu laufen come on stop that maradona stop that ok stop that stop it stop it stop it maradona du big mac das ist das ist falsche musik jungs ich brauche die richtige musik das ist die musik das ist die musik die ich brauche beste song bis jetzt beruhigt auch voll irgendwie und wie kommen get your shit together langsam geht der mensch auf den sack wie unbeweglich der ist oh no 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 yes 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 sanetti alter und hendo big boy hendo und sanetti digga zusammen maschinen nike rockstar ach man was mache ich denn da nur während man spieler kommen nach hinten gleich alles rinden Hurricane nike franz mal langsam anysangen jünger maniu Waste Zeit, keep wasting time, my friend, so lucky man, okay, komm, was ein geiles Fußballspiel, ein Schuss, ein Schuss, best game ever, man, time for Omri, der ist verbraucht, der ist irgendwie voll verbraucht, der ist irgendwie voll verbraucht, Omri ist er verbraucht, komm, ein Schluck noch, Maradona hat schon geschnupft, ich hoffe mal, dass er mehr abgeht, der Maradona, es geht schon noch so bei euch, habt ihr morgen keine Dings, von wem ist die Remix von Rockstar, Post Malone, Post Malone Rockstar, Digi, woher weißt, welcher Remix das ist, das ist von Shobby, Shobby Remix, S-H-O-B-Y, Shobby Remix, geiler Song irgendwie, ich weiß nicht, feiere ich gerade den Remix, genug gehört, machen wir einen anderen Song an, aber ich habe keine guten Songs mehr, ich muss das hören, mir fällt jetzt kein anderes guter Song an, was ist das denn, dass wir das mal kurz reinhören, das geht eigentlich auch, was ist hiermit, das ist auch geil, der macht geile Remix, dieser Shobby, die sind alle copyright free halt, Shobby Remix, muss man eingeben, ein Arbeiten, Bro, von der PC zu, ah, okay, okay, Gold Vergiftung, ja, so übertrieben ist das jetzt auch nicht, Bro, Was machst du da Maradona, ey? Ich glaube, ich habe nicht so viel geschnupft. Junge, Klarkentico, bester Subjungs, wer den nicht gemacht hat, er tut mir einfach nur leid, guckt ihn an, oh mein Gott, der macht auch lieber, Schhhh, schhhh, schINGS,징hi, Klarkentico, der hat doch den geilsten, schön nochmal, shut up, and quit the fucking game, my friend. Hey, wer cool ist, wenn du das quitten würdest, das würde voll geil passen, man. er quittet nicht schade clarkent dieser maschinen kopf alter clarkent hat richtige maschine der bock der macht richtig spaß clarkent spielt weiter mann mit links fachstavik verträger Da muss doch einer stehen der macht doch die ganze arbeit im wixer was muss denn noch machen der klark für diese ganzen millionen teuren spieler die seit millionen teuer der 20k gekosteten der 20k gekostet der klark kennt es ist Zeit für das Bett geht zu schlafen mein Freund es ist Zeit Zeit für schlafen mein Freund klar kennt ihr habt das gerade gesehen ich lüge nicht der typ ist einfach die maschinen ich bitte dass sie wenigstens eine runde weiterkommen nur eine runde wird so eine krasse karte haben die gewinnen das ganze ding der wird ich wüsste der wird besser als als keine ahnung wer sein er kommt man geht 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 thank you man thank you thank you my friend da gab auch keine Pause mehr übrig gab ne thank you my friends all right man one more 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 my friend beim rennen doppel L2 drücken dann sind die schneller die du wünschst das nicht echt du meinst R2 oder spacebike meinst du R2 oder L2 brudi ich wusste das gar nicht echt ach so dann sagt das doch doppel R2 drücken L2 oder R2 du meinst R2 ne R2 meinst du glaub ich ne all das wusste ich gar nicht wenn ich ehrlich bin ich ehrlich mit dir guck dir mal die stats an und jetzt sind jetzt nicht so krass aber sind alle als ein wechselspieler warte mein nacken warte kurz oh ich muss echt mal so psychotherapie physiotherapie nicht sicher sicher muss ich auch sowieso wegen fifa kannst du mich kurz ins king nennen als mich ist okay ins king okay ins king nenne ich dich dann alle nenne sich einfach selber könig digger ja schon ein bisschen arrogant aber okay ins king doppel L2 doppel L2 also ich wusste es gar nicht echt doppel L2 eine doppel R2 R2 oder L2 jetzt das kriegst du big mac alter was geht ab mein freund gleich eine runde fortnight digger wie wärs damit christ eine runde fortnight gleich ist dabei oder was bin gleich fertig mit mit fifa schon bock wenn ich ehrlich bin zehn jahren nicht mehr gespielt ich noch ein spiel und one more game one more game digger L2 oder R2 jetzt das müssen wir jetzt ehrlich sagen weil ich will jetzt nichts falsches drücken werden ich also L2 oder R2 schnell noch dann gehe ich ins nächste game alle christ ich bin bei dem manier ich bin gar kein motto oder sowas bei dir ich muss aber die mal VIP machen ja du siehst mich gar nicht wenn ich aber bei denen ein stream komme überliest mich dann mal doppel L2 okay danke hey let's go last game man hoffentlich na los alle bist du echt dabei wäre schon geil all right letzter Gegner oh ho ho kommt der mit Neymar Messi fick dich was an deinem für ein Torwart digger boah Chris das musst du dir mal holen das schmeckt richtig geil man das wäre was für dich glaube ich neymar Messi fick dich was an deinem für ein Torwart digger boah Chris das musst du dir mal holen das neymar Messi fick dich was an deinem für ein Torwart digger boah Chris das musst du dir mal holen das übertreibt er mit ein boost also nein das sind esportler glaube ich egal wer spielt denn so wie der oh blies blies let me live let me live jawohl was das ist ein esportler gerade hier gegen mich da hat er für tricks drauf neymar Messi fick dich was an deinem für ein Torwart digger boah Chris das kannst du dir mal holen das ich mach einfach VIP nächstes mal du hast auch VIP bei dir aktiviert oder du hast auch VIP bei dir aktiviert oder Alter der Arme wird richtig geaizt oder willst du quitten mein Freund das wäre auch in Ordnung für mich willst du quitten willst du quitten willst du quitten willst du quitten oder hast du doch noch los weiter zu spielen kannst auch quitten bruder habe ich auch nichts dagegen habe ich weniger stress wie wärs damit spiel doch irgendwie man Am ruhig gefällt mir immer weniger wenn ich bin schmeckt dass er voll der hat nichts kann außer schießen dass das probleme irgendwie er kann nur schießen und mir darf er kackt ist echt ein schrottspieler finde ich zumindest die mittlere version Heusebio kämpft um sein platz hier Rennverzack Ok der kämpft wenigstens irgendwie das auch gut oha will der mich verarschen da wollte ich verarschen auch hat mich gekürzt naja messi kämpft sogar hinten mit abseits fuck you you fucking canton die alter macht aber was das vernünftig man ich habe dich doch nur ein bisschen beleidigt macht euch das ja oft beleidigt man beleidigte leberwurst jetzt mach doch einfach ein tor mann der macht schon zehn jahre kein tor mehr für mich schottelmissi schottelmissi Haha, unlucky my friend, unlucky Ey, warum machst du das, Maradona? Mach jetzt nicht so einen auf dumm Thank you, man Thank you for the ball Der ist auch nervös, der Gegner Alter, der fette Maradona hier wieder am abgehen Okay, get the shit out of my team, Henri Juppie, so shit, Digga Get off, get off, Jungen Wisst ihr, wer besser als alle Ikonen sind? Der Typ hier 82 Rating Spielt sich ohne Scheiß Wenn ich ihm einen Markwert geben würde Wisst ihr, wie viel ich Cant einen Markwert geben würde 1,9 Millionen würde ich ihn als Markwert geben No joke Ich würde 1,9 Millionen als Markwert geben So spielt er sich Das ist kein Scherz Ihr denkt, ich verarscht euch Cant spielt sich wie eine 1,9 Millionen Spieler Als Live-Karte So krass spielt er sich 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 Oh, irgendwie dieser Big Mac Alter hat auch genug Scheiße angerichtet Jetzt hier Mit seinen kaputten Schüssen Den man klar kennt Anleger wieder abgeht Look at this Look at this guy Look at this guy Ah shit Noch mal Eckball Okay Oh shit man Oh oh Nein, nein Bitte kein Konter Ich hasse das Bitte Gönnen bitte kein Konter Bitte kein Konter Bitte Dreh ab Dreh ab Dreh ab Dreh ab Bitte 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 Dreh doch ab Dreh doch ab Dreh ab Dreh ab Dreh ab Ja dann Pech Boah ich hasse das immer Von Ecke Konter Ist das Schlimmste Wie er sich bewegen lässt Ist einfach too crazy Look at this pass Von ihm Look at this Jetzt von ihm Look at this Ah Ihr hat ihn gefickt Ich hab einen Trick gemacht Eigentlich Ah hinter meinen Rücken Alright Bam Junge Hautaru Naruto Na der get the shit out of here mit einem abdrehen, digga einfacher Pass kriegt er nicht hin, schade jawohl, komm, let's go let's go, my guys ach shit, man shit, man ja, smaxi hat auch das Gefühl, dass da nichts kommt aber ich hab jetzt nochmal eingekauft, digga ich hab auch das Gefühl gehabt, dass die AX jetzt nichts raushaut am Wochenende aber er hätte kommen können aber jetzt muss man eigentlich investieren ne, Chris also ich hab jetzt alles investiert auf der RTG ich hab alles all in also ich hab auch nicht mehr viel übrig ich hab 100 Karte noch gehabt 1-0 steht's erst ach, ich muss noch einen Schluck nehmen, Pulli Chris, kennst du Sujo? Sujo, beste Seon, koreanisches Schnaps Apair oder Joghurt boah, Bruder, das wird dir gefallen ich spür's dir Jungs, wer ist nächste Woche? Ist nächste Woche doch Karneval wer ist in Köln, Jungs? Köln, Jungs wer ist Karneval in Köln? ich bin ein oder zwei Tage da, Jungs Köln wird dann richtig auf Rille gemacht, digga oder in Düsseldorf, digga ich schreibe den Arne an Arneee, was geht dir? müssen wir auf Rille ich hab 85er Plus Gold, auch gut die waren auch gut, glaub ich, vom Preis her Alter, nee, nee, Junge war ich Vlog Karneval Vlog Stoff, Stoff, ohne, ohne wer kommt denn aus NRW oder aus Rheinland-Pfalz nächste Woche ist auch Karneval, oder nicht, Jungs? Karneval, Junge, da ist einfach irgendein muss man einen Link schicken ja, musst du nicht, ich kauf den aus dem Laden, Bruder ich kauf den aus dem Laden, ich kauf den aus dem Laden ich weiß nicht, online, Jungs, kriegst du noch Corona-Virus-Kapper ich nicht Justin, du, woher kommst du, Justin? Köln? du kommst aus Köln, oder was, Justin? lass mal Party machen, digga eigentlich, ist das eigentlich nur ein Grund, um saufen zu gehen, eigentlich mit Karneval das war so dumm, warum lege ich nicht quer ich facken, IQ ist ein Schwein, Alter er wird abdrehen, er wird abdrehen, ich wusste es guck mal, du kannst dich schon alle berechnen die wollen alle nur abdrehen, weil die gar nichts können, außer abdrehen immer das sind fucking boring Players, ey get off, Kant, Junge, Kant lacht über deine Tackling ich schwörste, 1,9 Millionen, merkt euch das der Typ ist 1,9 Millionen wert der Typ ist 1,9 Millionen wert und ich schwörste, wer mich auslacht und sagt der ist 1,9 Millionen, würde er auf dem Markt geben alle würden 1,9 für ihn bezahlen, für den, was wieder spielt wieder zu spielen lässt, ist er Minimum 1,9 Millionen wert, Digga Minimum der kommt, Uri kommt raus, er kommt ins Team, Jungs ist mir scheißegal, der spielt Startelf jetzt nächste Weekend kommt er in die Startelf ich bau ihn irgendwie ein, ist mir scheißegal, wie der wird eingebaut, der ist 1,9 Millionen Minimum wert der Typ ist so krass, Digga, Ken ihr könnt mich auslachen, aber der Typ der ist ein Spiel, Digga der ist der heftigste, Junge, guck dir das der fickt die Mütter ohne Ende, Digga der fickt die Mütter, Junge, guck dir das an der fickt die Mütter, Junge, guck dir das an Junge, der Typ ist der heftigste, Junge Digga, der Typ ist der krasseste, Ken, Junge also ich will gerade GG oder rip an diejenigen, die den nicht gemacht haben dann ist für 20.000, Digga das war der beste Deal in FIFA History wirklich, in FIFA History gibt es keinen besseren Deal als den get off me man she's, 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 oh mein Gott, Digga, du der fickt einfach Mütter, guck dir den an der fickt wirklich, ohne Scheiß Töchter und Mütter fickt der Typ guck mal, ich schwör's dir der Typ ist der heftigste der fickt sowieso Mütter, der Messi der Typ ist der kurzer real talk weil ich gute laune jetzt verbreite sagen leute wollen du gewinnst nichts ist trotz kurzer real talk kurzer real talk sind die server das gameplay so ist das gameplay gerade bei EA nicht dass ihr denkt oh wenn der gewinnt dann ist er gut gelaunt und verliert das schlecht gelaunt das gameplay ist trotzdem rotze digga rotze bis zum geht nicht mehr mit das trotzdem scheiße digga ich will nicht dass die leute denken ja nur weil ich jetzt gute laune verbreite weil irgendwann muss ich immer gute laune verbreiten wenn ich ganz am ration bin wisst ihr was ich meine nicht so trotz ist das gameplay was heute geboten wurde das schlimmste was ich je gesehen habe okay vergiss das nicht ich will nicht dass ihr denkt oder gewinnen und dann ist alles wieder gut und eine heute dich rum das gameplay ist trotzdem scheiße aber ab und muss ich ja auch mal gute laune verbreiten müssen weil ich kann ja nicht nur schlecht gelaunt sein deswegen wisst ihr was ich will dass ich will dass ihr das versteht okay weil das leute immer als argument bringt die bringen das immer als argument ja der casey bin der gewinnt sehr gut genug aber ich muss ja auch mal gut gelaunt sein kann ja nicht immer nur fluchen ja ich hätte auch ein bisschen glück gehabt mit dem gegner wenn ich ehrlich bin der gegner hat schnell ein tor kassiert und dann haben die aufgemacht weil sie haben keine wir haben da nicht mehr gebunkert das ist auch ein großer anteil warum man besser spielen kann dann was ist jetzt mit einem team losiger tranken master ist da soll ich noch mal zeigen die mutterficker kommen hier zeigt mir die mutterficker hier das ist ein richtiger mutterficker das ist der richtige mutterficker der typ ja schade nicht zu vergessen trotzdem gameplay aber ich habe das eben auch noch gesagt auf einmal das game bisschen besser ihr habt das eben gehört ihr habt das auch gehört aber ich weiß nicht ob es an alkohol liegt oder an oder dass sie auch verwirklich wirklich besser geworden sind auf einmal ich habe es aber eben gesagt bevor ich vier mal gewonnen oder drei mal gewonnen habe ich gesagt das game ist auch immer besser so gefühl her nicht dass die leute immer sagen ich hasse das immer die leute sagen ja die ist das ihr wisst ich bin immer ich sage immer meine meinung okay wenn ich gewinne kann man es natürlich bisschen besser ja weil wenn ich nur am fluchen bin dann kann ich direkt keine videos machen weißt du ich starte schon mal fortnight let's go miss maxi kommen jetzt kommen wir machen das jetzt chris bisschen fortnight nochmal wer hat bock auf fortnight schreibt mir den chat jungs wer hat von euch bock auf fortnight gleich ich habe das wirklich zwei drei monate gar nicht mehr gespielt oder vier monate glaube ich sogar schon ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr seit fortnight 2 habe ich es nicht mehr so gespielt ich trete dich um ich weiß es ist auch maradona jungen was ist mit dem jetzt auch mal passiert oh mein gott dieser kent digga das ist auch krass jungs der kann auch kopfbälle der kennt ich feier den anders jungs jungs ich trete dich um ich trete dich um junge komm mir los nicht so nah ich trete dich um ich trete dich um ich ich Alter, die Gretchen-Taktik, wer kennt die? Na, konkret das Spam, oh, Alter. Komm, zum Abschluss nochmal Kant, Jungs. Ich sag euch nochmal Kant, Jungs. Zum Abschluss, okay? Komm, einmal noch Kant zeigen zum Abschluss. Ich liebe diesen Spieler, ne? Kant ist mit einer meiner Lieblingsspieler geworden, ey. Dieses FIFA. Der ist einfach so ein Motherfucker. Guck dir das an. Jetzt guckt ihr das an. Ich bin einfach gucken. Ich bin einfach gucken. Einfach nur genießen. Ah, shit, man. Scheiße gepasst. Guck mal, was er macht. Der ist ein Motherfucker, der kennt. Ich grätschig um, Digger. Ich grätschig um. Gigi an den Gegner, Digger. Gigi an den Gegner, Digger. Gigi an den Gegner, der gut gespielt, man. Das ist besser gemacht. Du kriegst noch ein Eigentor von mir. Wir können auch Duo-Quads spielen, ja, warum nicht? Aber er muss schleiße sein, Jungs, weil ich bin schon einmal Ordnungsamt gekommen wegen Fortnite. Hand, Digger, Maschine, der Typ. Mal ganz kurz gucken. Da, 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 alle gefickt, Digger. Tigger, Junge. Der Typ ist einfach der heftigste, Mann. Guck mal, wie schnell der ist, Digger. Und dann schön, guck mal, was ein geiler Pass. Das schafft man auch nicht viele. Bin ich ehrlich mit euch. Ja, okay, Messi ist sowieso der größte Motherfucker. Boah, hat er gut gemacht, der Messi hier. Okay, hier habe ich einfach gepasst, sogar. Das hat sogar geklappt. Oh, E.T. ist da, Jungs. Was machen wir denn jetzt mit Digger? Mit Eusebio, eigentlich, Jungs. Was sagt ihr? Weg mit dem Schmutzkopf, oder was? Ah, wieder was verkauft. Verkauft sich denn hier die ganze Zeit? Alter, Jungs, wer kauft sich denn die? Zinni doof, oder was? Wer kauft sich denn verliebe für 10.750, Digger? Kostet der Philippe. Kostet der unter 6K. Alter, ist ja günstig. Warte, Jungs, warte, warte mal einen Moment. Nur noch ein paar Philippe holen, Jungs. Philippe, mein Lieblings-Training-Boy. Das ist mein Lieblings-Spieler zum Traiden. Einer geht noch, einer. Dann hatte ich noch ein Schwarzspiel später. Oder morgen. Ein Philippe noch. Digger, es hat jetzt mehr Schieb, Digger. Gerade die Spieler. Jungs, also wer Coins rumliegen hat, kauft ein Digger. Ganz ehrlich, ihr müsst einkaufen jetzt. Wer jetzt nicht einkauft, ist schon das Biddy Dump, man. Mal kurz, Jungs, ganz kurz hier gucken. Boah, Philippe unter 5K ist schon krass, Digger. Schon krass. Bei Jungs, chill mal eine Minute. Wir gehen gleich Fortnite mit chill mal eine Minute. Muss hier frei machen, so ist gleich nichts mehr kaufen. Hier den Weg. Also mal kurz, Jungs. Boah, ich nicht noch hier im Philippe rumliegen? So, Jungs. Jungs. Wirklich. Gott gehört dazu in Top 3. Bin ich sogar Top 1 besten Torhüter, die ich je gespielt habe. Zero. Ja, ich sag, wirklich null Fehler gemacht. Gefühlt es manchmal meinen Arsch gerettet. Warte mal. Und das Geile, was bei ihm ist, wenn er diesen Einwurf, also diesen Abwurf macht. Viele machen diesen in den Lauf. Ich hasse das, wenn ihr in den Lauf machen, weil dann kommt der Gegner oft noch an den Ball. Wie er die Abwürfe macht, er macht das genau vor den Fuß. Und das will ich haben. Bitte macht den Abwurf nicht in den Lauf, wenn ich nicht Dreieck drücke. Ja, bitte macht den Abwurf genau vor den Fuß. Und das macht er. Er macht das, was man ihm sagt. Und also nur zu empfehlen. Und ich hoffe, die kommen noch ein, zwei Runden weiter. Dann wird er auf jeden Fall noch krasser sein. Philippe Louis oder Louis Philippe. Okay Spieler, diesen Spieler. Nichts Besonderes. Das Problem ist, der steht in den Ecken immer, kriegt er immer den Ball. Und er kann halt nicht schießen. Also auf jeden Fall kein Endgame-Spieler, kann man spielen. Aber ja, kann man spielen. Er spielt sich so, wie viel er kostet, sag ich mal. Rodi, Roni oder wie der heißt, Lodi. Er ist ein guter Spiel an sich. Er hat gut viel Pace. Passend ist okay. Aber was positiv zu merken ist, irgendwie hat er so einen Mann-Deckung-Trade an sich. Weil wenn du zum Beispiel guckst, wo der immer steht, er ist immer Mann. Er ist immer Mann. Also er ist nicht irgendwo mal im Mittelfeld oder in der Innenverteidigung. Sondern er ist immer Mann. Also Mann-Deckung ist bei ihm krass. Das gefällt mir. Ansonsten, ja, er spielt sich so ein bisschen wie Aua. Nur in, ja, mit schlechten Trippling, würde ich sagen. Ja, sein Trippling ist irgendwie nicht so geil. Okay, hat auch nur 79. Ansonsten so ähnlich wie Aua. Also eine sehr, sehr geile Karte. Vor früh spielt er sich echt nice, muss ich sagen. Aber halt kann nicht schießen. Und sein Trippling merkt man. Sehr, sehr Clumpy, nennt man das glaube ich. Und wie immer noch der King, muss ich sagen. Aber, auch hier das aber. Jetzt merkt man bei den wichtigen, entscheidenden Spielen. Merkt man, er kann halt echt nur schießen. Und wenn er das ausfällt, ist er am Ende des Tages eigentlich ein Shitplayer. Muss ich einfach so sagen. Ist er ein Shitplayer. Weil außer schießen kann er nichts. Er kann sich nicht bewegen. Er kann nicht passen. Er kann nicht flanken. Er kann halt nur schießen. Aber wenn das auch mal passiert, dass EA entscheidet, dass der Typ auf einmal nicht mehr das Tor trifft, ist er am Ende das nicht ein Nichts. Ist einfach so ein Nichts. Weil das ist eine einzig große Stärke. Maradona fühlt sich an wie Messi, nur in Fett. Ja, mit einem fetten Körper habe ich ja schon mal gesagt. Preisleistung finde ich lohnt sich nicht so. Ja, außer du wirst einen zweiten Messi im Team haben. Also wenn du kein Messi hast, hol dir einfach Messi für 800, 900k. Wie viel er kostet. 2 Millionen, ja doppelt. Spielt sich vielleicht minimal. Er spielt sich wie ein Messi, nur in einem fetten Körper und drei Sterne Meekfoot, muss man natürlich sagen. Ansonsten für mich der beste Spieler oder immer noch einer meiner Lieblingsspieler, klar kennt. Habt ihr am Ende gesehen. Bester Sub. Wer den nicht gemacht hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. 100%. Also wer damals diesen einen Forrest geholt hat, oder die SPC für 20k nicht gemacht hat, hat echt die Kontrolle über sein Leben verloren. Weil der ist der beste Spieler. Und ich meine das ernst, was ich am Ende gesagt habe. Würdet, würdet, würdet ihr, sag ich, das Gesicht nicht erkennen. Würdet ihr den hier reinstellen mit Messi und so. Ich wüsste euch, ihr würd sagen, er ist besser als, also nicht als Messi, aber würd ich ihn reinstellen und ich würd Eusebio daneben stellen. Und ich würd beide spielen, ihr würd sagen, er ist besser. Viele sagen jetzt, oh, labert doch kein Scheiß, Eusebio blibla blu. Also, ich schwöre euch, ihr würd sagen, er spielt sich wie Eusebio, nur spritziger, in schneller, in kräftiger. In schneller, kräftiger, in besseren Passen, in besseren Laufwege. Der spielt sich auf den Flügeln besser als Eusebio. Leute werden jetzt lachen, aber die, kennt haben, wissen, was ich meine. Kann natürlich dran liegen, dass er oft eingewechselt wird, also frisch. Ja, die Leute sind schon müde. Aber vielleicht werde ich nächstes Wochenende mal schauen, dass wir den einbauen und ein Startelfdebut geben. Warum nicht? Er es verdient bin ich. Meiner Meinung nach einer der besten, wenn ich der beste Sub, den ich gespielt habe. Simon auch geil, aber Kent ist einfach nochmal dieses andere Level über Simon. Weil, ich habe das oft schon in den anderen Streams gesagt, wenn ich mich auf einen verlassen kann, der am Ende mich noch so ins Spiel schießt, ist das Kent. Weil ich weiß, was ich bei ihm habe. Er ist schnell, er ist körperstark, er kann schießen, fünf Sterne Bigfoot. Er hat alles, alles, was man braucht für den Flügel. Das ist der perfekte Flügelspieler. Und ich hoffe, dass er noch ein, zwei Upgrades bekommt, weil dann ist das für mich mit einer der besten Spieler, den man fast gleich auf den Flügeln bekommen kann. Für 20.000 Münzen. Crazy man. Dann würde ich sagen, Jungs, Wassers. Und dann würde ich sagen, ja, Doni kam rein, habe ich nicht mitbekommen. Doch, he? Jakubu habe ich auch vorgelesen, Jakubu. Vielen, vielen Dank für deine 5 Euro. Ansonsten kam noch eine Doni rein, ich weiß nicht. Ab jetzt wiegen die Saufen spieß ruhiger und dieses komplette und nicht dieser komplette Rage, aber das lag auch wirklich am Ende bis am Gameplay und dies, das. So, dann mach mir noch ein bisschen Fortnite, Jungs, würde ich sagen. Der Christ ist schon am Start, da habe ich gehört. Wie du bauen könntest, ich gucke mal gerade. Heu, ist es. Da geht mir mal gerade eine Runde fort. Nein, ich glaube, ich muss Ihnen ein Update machen. Soll man den Bunker dafür aufmachen, Jungs, was sagt ihr, oder meinst du, der Bunker ist gerade schlimm? Guck mal, was er heute ist mir gebaut hat, Big Mac. Bin mal gespannt, was er mir geschickt hat. Wenn mein Handy mal nicht lecken würde, wie so ein Big Mac-Sau, Alter. Ja, du hast mir ein Virus geschickt, heute ist du Wichser. Warum hast du mir ein Virus? Ich kann den WhatsApp nicht mehr öffnen. Nein, doch, jetzt habe ich es gesehen. Ah, Alter, Matthäus. Äh, das ist so viel umbauen, Digga. Ich muss mal schauen. Was sagt der Chat dazu? Ich zeige mir eine Kamera. So bauen. Matthäus ist da, Aua, fokussieren wir mal, Brüdi. Was sagt ihr, so den Team hat er äußerst mehr gebaut? Ich weiß gar nicht, ob die Münzen ausreißen. Da habe ich auch diesen Auslager, das sieht diesen aus. Schau mal, Jungs, schau mal. Eigentlich hat Clark Kent echt einen Startelfdibül verdient. Wie der spielt, jedes Wochenende als Sub. Das Geile ist, bei, 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 ist bei Clark Kent, der meckert nicht. Er meckert nicht, weil so, ich meine, er meckert nicht. Er, er wartet auf seinen Einsatz und liefert ab. So was will ich haben, aber mein Team. Wo ist eigentlich mein, 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 die heißt das, mein, mein Skaftiger. Ich habe einen Skaftigi. Alter, da hinten ist der Junge. Skaft. Skaft in, man. Ich habe gar keinen Akku mehr. So, Jungs. So, wenn wir den Bunker noch mal zum Schluss aufmachen. Zum Schluss noch mal den Bunker auf. Vielen, vielen Dank für diejenigen, die am Start waren, Jungs. Viele konnten jetzt nicht reinschreiben, weil wir, äh, Dings gemacht, angemacht haben. Es hat mir dann nicht böse, Jungs. Ihr wisst, ähm, ja, tut mir leid, Jungs. Ich wollte nicht, äh, wie er Piel ist, aber ihr wisst, wie ich anstrengend sein kann. Ähm, ähm. Jungs, nochmal kurz Bunker auf, zum Abschluss hier. Alter, Jungs. Das ist auch ein bisschen, äh, ich muss das erst mal aufladen, mein Controller. Wie geht denn das hier? Weil ich muss das mal Blackstream machen, Alter, weil wir so auf einem Dateien liegen. Gigi, Jungs, Gigi, Gigi, Gigi ist Dank für die Gigi, Jungs. Ich hoffe, der hat den Stream euch trotzdem gefallen, obwohl ihr nicht schreiben könntet. Das hat mir dann nicht böse, ihr wisst, das war jetzt echt nur so am Sonntag. Ja, was ist das, Jungs? Ja, was ist das, Jungs? Ich hab mal, guck mal, ich hab mal in den Chat, Jungs, was ist das? Ja, was muss ich hier machen? Ja, was ist das denn für ein Scheiß? Ach so, ich bin auf dem falschen Account. Warte, Jungs, warte, ich bin auf dem falschen Account. Ich bin auf dem falschen Account, lol. Danke, Jungs. Machen wir eine Runde Fortnite, dann machen wir eine Runde Fortnite. Komm, ich hab wirklich drei Monate, vier Monate nicht mehr gespielt, Jungs. Wer ist für Fortnite, wer sagt Fortnite ist Schmutz? Alter, also auch hier nochmal, ein fettes Gigi an die Leute, die sagen, du bist auf dem falschen Account. Das zeigt, Jungs, dass Leute sehr, sehr lange schon bei mir am Start sind und sagen, ey, du bist auf dem falschen Account. Krass, dass Leute das wissen, zum Beispiel der Kai's. Kai's, by the way. Krass, Digga, das ist weiß, Kai's, Digga. Kan, 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 Kalacik, Kalacik, Kalacik. Auch er wusste es, krass, Digga. Bestimmt falscher Account. Nico, Karate, das ihr das wisst, ist schon krass, man. Ich weiß, ihr hört gar nicht so ein Zoom. Oder ich spiele erst mal mit hier mit. Warte, ich spiele erst mal mit dem Controller, weil der muss erst aufgeladen werden. Und wenn ich auflade, dann hört man die ganze Zeit, so ein Rauschen, Digga. in den mit dem chat link machen erst mal aufschluss aber jetzt mal so black pyro sagt das jetzt auch noch jungs wer sagt fortnight schmutz wer sagt mein fortnight mal ausprobieren wir können nach vier monaten mal ich habe schluss ich habe zeit fortnight zwei habe ich glaube ich ein oder zweimal nur gespielt das fortnight ist schmutz oder das kann man sich das können noch also ich kann das spielen jetzt falsche account jungen wie die leute das wissen ich habe lange kein fortnighter gespielt ich bin mal gespannt ich muss aber man zockt trotzdem ich habe ich weiß ich habe zweimal gespielt als das neue vorteil draußen ist sondern dann gar nicht mehr ich mache das nicht das war jetzt nur das problem du weißt doch mal ich rede mich auf und ich wusste ich werde die nächsten spieler auch immer noch so rum ragen und das was bringt das wenn jeder mich nur im chat sagt du bist richtig du regt sich nur unnötig auf und irgendwie scheiß mich nur beleidigt weißt du die kennt doch um um 10 uhr sind immer diese ganzen kinder noch am start nämlich die ein beleidigungen sobald du verlierst und rages dann muss ich ins ins abmode machen und ich sobald ich gemerkt habe wenn ich ruhiger werde da kann ich ins abmode rausnehmen weiß was ich meine aber ich wusste dass ich die nächsten spieler auf jeden fall ragen werde den muss ich ins abmode drin lassen geht klar nur fortnight dieses in schmutz war nie ein großer fortnight fan mittlerweile ausgelutscht ich hab das war aber kein bock mehr gehabt cd ist besser ordentlich schlecht geworden epic games ist einfach schwach ins gehören ich habe das wirklich oh mein gott ist die sexy digga das gehen jetzt hier alles was geschenkt bekommen einer tx max hat noch was geschenkt er beginnt das hier was gibt es denn hier so toll ist egal weil ich sag euch mein lieblings gehen mein lieblings gehen ist die hier warte wo ist die wo ist mein lieblings gehen die hier und die so sexy digga ist so fucking sexy was gibt es denn hier Ali du weißt bescheid diggi kennt besser man das ist irgendwie geil jungs soll ich das kaufen oder nicht ich habe da 200 noch 350 was das laut digga das war euch auch so laut ist richtig laut die scheiße bei mir das ist geil ich kaufe mir das das ist ja richtig geiler junge wo ist der chris jetzt damit kann ich reingehen bei chris ich habe gesehen dass letzte werte gespielt ich würde ich gerade nicht krank zum trailer hier alles war ich muss das leichter machen gerade das so richtig laut bei mir sieht man wie lange ich schon nicht mehr in fordnit bin ich kann das gibt nicht will dass ich scheiße nicht sehen ja keine ahnung wie machen wir das mal mit du ist erst mal oder wenn im squad wenn es mit abonnenten scott wie keine ahnung ich habe gar keine ahnung ja ist ja egal ich bin ja trotzdem ich habe das so lange nicht gespielt wird auf jeden fall du es wird schwierig weil ich bin ja richtig scheiße dann jetzt kann ja gar nichts du hast noch nie kapitel 2 gespielt ja ich habe noch nie gespielt kapitel 2 ich weiß nicht mal wie die map aussieht wenn ich bin ja keiner hat mehr gespielt man deswegen wissen jetzt nicht wie kann ich diesen tanz noch ausrüsten man muss mein neuer tanz jetzt sind wo ist dieser hüpfschwung jetzt sind was macht die denn da muss der hüpfschwung hin ich spiele relativ schnell okay okay alles gechillt als geschilder quatsch wissen den chat kannst du übrigens auch zugucken echt wie geht das verwalten oder was verwalten es kann direkt weil es ist auch gar nicht in battle pass da habe ich nicht ne oder ich habe gehört schon das ist geil hier als würde ich sagen die ganzen jubel wie heißt das nicht jubel wie heißen dass die modes sind so geil bei fortnite stelle man sowas gibt es zwei vielfaltiger als also dich jetzt nicht unbedingt den hier aber so die machen das war ja aber viel zu selten haben wir noch tanzen lassen jungs oder wie ist noch oder die lassen wir machen gleich bis 18 mein stream alter guckt euch das war an jungs die hat bock die hat richtig bock die gibt es denn noch die fütterns mit deren endys sind nicht so geil alter junge nicht so geil auf ganz entspannen mit der drück dreieck dreieck nach so zugucken ja okay machen wir gleich die guckt digga voll unangenehm ist ja das gibt es dann noch ach stimmt ja stimmt stimmt was mit dem hier das passt gar nicht der panna tanzt für dich digga bis hier noch die beste ist eh hier die hier finde ich am besten digga das ist mein lipnick skin wo ist die das ist mein lipnick skin hier die das ist immer noch mein lipnick skin das gibt es denn hier für skins was ist das denn hier zero ist das wow der rückseuch sieht gut aus ja ich schwörs dir das macht in fordland richtig geil diese ganzen charaktere und so die emotes sind schon geil gemacht aber auch geil hier tanzen genug internet für heute wow jungs was passiert ich stelle mir vor es gibt so einen jubel du kriegst du das aller ekelhafteste aids gegen ton dann macht einer den jubel das wäre so geil der geht dann so hinter die bande und macht dann so du 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 hast auch das 60er packs bei fifa aber du kannst das anscheinend nicht öffnen denn ich kann das sowieso nicht öffnen mit meinen klitsch also genug ist so viel kann ich jetzt gucken hier dreieck ich bin jetzt reingekommen bei dir als elite gepackt ja am ende noch grad so die am anfang war katastrophe bei mir ich konnte ich kann aber das war ich das war ich weiß nicht ich stand ja 14 1 direkt nur verlor ich schau dir im direkten handy rein schwarz grad drei kitzige kris geht okay ja 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 oh mein gott digger Alter, da kriegst du eine richtige Maschine geworden, ey. Alter, direkt einen Headshot gegeben, Junge. Du darfst doch noch im Stream angucken, ey, das Ding. Alter, Junge, du hast die Harley Queen geholt, ey. Auch nice. Die ist so geil, ey, ohne Spaß. Ja, Fortnite mal testen, Junge. Es war vier, fünf Monate gefühlt nicht mehr drin. Ich weiß gar nicht, wann gibt's denn Fortnite 2? Oh, beschwer, das ist schon, warte. Genau, ich bin... Die ist jetzt süß. Hahaha, warte, was ist denn? Schönen gesehen, was hatten die alles gehabt? Ich hab nur schmutzig, ey. Boah, ich hab so lange keinen... Hat doch jemanden geschossen? Oha, jetzt hat er einen Sniper. Was hab ich denn noch so? Ich weiß gar nicht, ich hab hier noch 3x3 Schildtränke. Ah, der GG Fabio, GG. Starke Leistung. Mit den Gameplay, mit dem Server, ist das stark, GG. Kann ich bei dir Donnerstag Rewards aufmachen? Ja, wenn ich da bin, ich weiß nicht, die GG. Aber bei euch gibt's keinen Karneval, ne? Chris. Nee, bei uns kannst du... Ich guck mal grad, mein Karneval genau ist, Digga. Weil ich bin vielleicht da weg. Karneval ist, glaube ich, Donnerstag und Montag. Deswegen kann es sein, dass ich genau diesen Donnerstag oder Freitag ist das, oder? Gucken wir mal grad. Das ist Donnerstag bis Dienstag. Ah, Donnerstag bis Dienstag. Deswegen, Jungs, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich zwei Tage bin ich auf Karneval. Oder einen zumindest. Ich weiß es noch nicht genau wann. Muss ich mal mit den Leuten absprechen. Und ja, wer, wer schreibt mal in den Chat, Jungs, wer kommt aus NRW, aus Rheinland-Pfalz, wer, wer geht den Karneval, Jungs, wer geht von euch überhaupt Karneval? Weil, ich bin eigentlich jetzt auch kein Karneval-Fan, so mäßig, aber da hat man einen Grund, so mit Leuten so saufen zu gehen, einfach, und ist, wenn man auch ehrlich ist, wenn du mal klären willst, glaube ich, das ist der einer der besten, äh, ja, Tage, um zu, ja, die sind alle besoffen, Digga, die sind alle stockbesoffen, Digga. Also, da hat man schon, ja, die sind, wenn du da nicht klärst, dann, ja, dann wahrscheinlich auch nie. Also, die sind halt alle besoffen, Digga, zumindest in Köln oder auch in den anderen Städten. Düsseldorf, ich überlege mal, Düsseldorf wäre eigentlich auch geil, Mann. Düsseldorf, Digga. Da oben ist einer. Düsseldorf, war ich noch nie Karneval-Düsseldorf. Ist ja mal lustig. Aber Köln ist halt da, wo ich, also ich bin in der Koblen, in der Köln, wo Koblen ist, finde ich es nicht immer so geil, weil, weil wir schon tausendmal. Aber Köln ist schon geil eigentlich. Können, kann man, das hat nur, wenn du dann nicht feiern gehen willst, ist halt ultra teuer, glaube ich, ey. Da machen die extra schönen Ura-Preise. Warum streamst du kein Fortnite? Ja, das frage ich mich auch. Da kannst du ja schlecht auf den Lieferkanal. Ja, weil du kannst auf Twitch, du hast doch einen Twitch-Kanal noch. Da darf ich halt nicht mehr auf YouTube streamen. Ja, das labern die, ich habe auch jetzt schon. Guck mal, ich bin immer noch Partner. Und dann gucken wir, wie oft ich jetzt mal gespielt habe, Digga. Tausendmal. Wegen, kann man ja mal probieren. Gewaltiger Modus. Ja, natürlich ist es auch ein bisschen, natürlich ist es auch gefährlich für Frauen, so weiß ich nicht. Also wenn ich immer da war, waren die Leute eigentlich gut gelaunt, also bei Karneval. Ich habe da, natürlich gibt es da oft Stress, weil alle besoffen sind Alkohol, ihr wisst ja Alkohol. Manche vertragen da, oder unten. Ach, schade. Nein, sie wechselt die. Oh, er kommt, er kommt, oder? Ach, er kommt. Alter, Junge, ich kriege ja jetzt schon Panik, wenn ich das sehe, ey. Oh mein Gott, Digga. Alter, hast du den Hops genommen, Digga. Ein Pump, Digga, done. Boah, Goldens Guard, ja. P90, ach du, ich bräuchte halt noch ein Fick. Sogar, 3000 Metz hast du. Hier, guck mal bei dem, genau, der ist ja gerade gestorben, der Typ. Okay, ich bin in der Zone, das ist schon mal gut. Alter, gleich ein Epischen hier, 5 Kills schon, Alter, besichert es sucht die, ey, richtig gut, ey. Ja, es geht schon, es wird langsam, aber sicher. Ich hab halt keinen Piggy, ich bräuchte einen Piggy oder sowas. Cam verschieben, ja, okay, ja, ja, mach ich, Jungs. Cam verschieben, mach ich. Wohin muss ich denn eigentlich schieben? Ich guck mal, grad die Cam. Warte, Jungs, chillt mal, ich mach die Cam jetzt woanders hin. Oh, schöne Falle, die Vic. Ah, ich will es ja, safe in die Falle, genau. Digga, der Wohne shot. So, wahrscheinlich, ne? So ist am besten. So. Da ist einer, da links ist einer. Ja, keine Ahnung, oder such mal gleich, oder soll man random Squad machen, dann sucht die einfach auch mit uns. Weil es wird mir schwierig, oder ist das einfach, einen zu snipen, also in die Squad zu kommen. Ich weiß es nicht, Digga. Ich will es halt auch, ne? Ja, weil sonst, keine Ahnung, muss man ja zehnmal hin und her etten und so, ich weiß nicht. Also ich hätte auch kein Problem jetzt mit Abonnenten zu spielen, aber natürlich immer abwechseln wäre halt perfekt. Das ist relativ schwierig, ne? Ja, ich weiß nicht, ihr kennt euch auch besser aus, Jungs, wie kann man denn am besten mit Abonnenten spielen? Aber immer so abwechselnd, so, also ein paar Spiele mal mit denen, ein paar Spiele mit denen. Weil, ich glaube, bei Doos werden wir richtig rein scheißen, weil ich habe ja gar nicht mehr diesen neuen Fortnite gespielt. Wir machen erst mal ein paar Doos und dann schreibt mir mal rein, wie man es macht, am besten. Noch zwei Leute, ey. Oha! Heute snipen, Digga. Ah, der läuft direkt weg. Gibt auch Trios, also drei Leute in den Lobby, ja? Dann können wir auch Trios vielleicht mal probieren. Komm, ja, die fighten sich, das ist schon mal schön. Oh mein Gott, Digga, was... Oh, der war richtig krank. Alter, was geht denn bei dir ab, Digga? Du bist ja eine richtige Maschine geworden. Ah, also Donnerstag Geburtstag, Heusses. Ah, dann lass mal machen, Heusses. Ich habe keinen Custom Games mehr, ich bin, glaube ich, nicht mehr Dings. Wenn man auch Ozeanen umstellt, äh, okay, dann hast du aber voll den scheiß Ping wahrscheinlich. Also, dasselbe Gameplay wie bei Fifa dann. Ah, die Maschine, Digga, baut er hier direkt. Guy Base. Aber. Ist mir gefallen. Ah, da macht er Sky Base hier. Absichern hier. Ich wette, Einer sitzt auch noch irgendwo, Alter. Ich gucke Einer auf den Arsch. Ja, ich hole den Rot Captioning, der Beste. Oh, Snipe, Snipe! Ah, schade. Jetzt hat er sich gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht, er zeigt sich nicht. Ich habe halt auch keinen Raketenwerfer, also das hat keiner von den drei. Ne. Sehr selten, Alter. Endgame sind meistens Raketenwerfer. Ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht, Digga. Das Problem ist halt, ich... Immer noch drei Leute, krass. Ja, ja. Du hast ja noch viel Metz, deswegen kannst du auch ein bisschen mehr bauen. Die haben wahrscheinlich keine Metz mehr auch. Oh mein Gott, Digga. Ja. Vielleicht unter dir oder so, ich weiß nicht. Oh mein Scheiß, jetzt höre ich nichts. Da ist einer, oder? Ah, lol. Ficken, komm, ficken. Ficken, 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 ficken. Oh, lol. Easy, Wind, Digga. Das sehr. Schön, Stink. Hallo, mach den Jubel. Über Epic Freundschafts-Anfragen. Ja, ich weiß nicht, was machen wir dann? Erstmal vielleicht ein, zwei, ähm... Duos oder Trios, random, vielleicht... Ja, wie du Bock hast, du einfach. Und dann können wir vielleicht ein, zwei... Ja, mir ist egal. Dann können wir erstmal Duos zocken und dann gucken wir mal. Ja, okay, okay. Dann gucken wir mal. Epik... Vielen Dank über Epic Freundschafts-Anfragen zu nennen, dann geht das. Okay. Ah, richtig leises Ding, Alter. Echt, erste Runde von mir direkt ne epischen gemacht. Hallo, Junge. Das ist eine richtige Maschine, der... G, G... Macht halt auch einfach viel mehr Spaß, als einfach... Hast du auch weiter gedrückt? Ah, ne, 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 ich bin rausgegangen. Ich wusste nicht, dass man... Oh, kannst du machen, jetzt wird's, glaube ich. Ja, ich weiß, was geht raus. Das ist halt übst, geil. Du kannst halt, du musst jetzt mal in den Lobby gehen. Du kannst einfach auf 3 gehen. Und wenn du in der Lobby bist und der andere so spielt, kannst du auf 3 drucken. Und dann ist halt ganz geil. Oh, guter, episch. Und los. Letzte WL-Spieler, haha. Die letzten Fortnite-Spieler, haha. Die letzten Fortnite-Spieler, Mann. Hey, bist du schon bei mir drin? Du bist so... hä? Bist gar nicht bei mir, oder? Ja, ja, ich gehe jetzt raus. Hör mal auf zu tanzen, wie kann man aufhören, dass sie wird? Soll man nicht mehr tanzen? Ah, ja. Ich glaube, mit einem anderen. Oben in der Mitte steht, jetzt seht ihr hier, wie ich abgeschlossen habe. Ich habe es noch geschafft, Jungs. Nach dem kompletten Rage-Digger habe ich mich noch hier eine halbe Flasche koreanischen Schnaps gegönnen und dann ging das wieder. War das halt nur Schnaps oder ist das eher so Bier? Nee, das ist so, ja, das ist so koreanische Schnaps. Also das ist so, nicht so hart, Digga, wie, äh. Das ist, äh. So was wie Berliner Luft oder so. Warte, lass mich gucken. Äh, das ist 13%. Äh, okay. Also wie Berliner Luft, Kirsch, Pfeffi und so. Ja, schmeckt aber richtig geil. Man muss es mal probieren. Alter, die sieht echt auch wie Hardy Quinn aus. Krass. Haben die echt gut gemacht. Ja, echt geil, ne? Ja. Da gab es jetzt ein letztes für 500 mit zwei verschiedenen Outfits. Echt? Nee, das ist ganz günstig. Aber wenn die damit anfangen, Torjubel, Trikots und den Scheiß zu kaufen, ja. Ja. Ihr könnt aber mal so machen, dass der SBCs kommen, für Jubel, SBC. Das könnt ihr aber als nächstes noch machen. Das wäre echt nice. Wenn die so coole Jubels machen würden, würde ich sofort machen. Ja. Trucking Master Modus, ja, Mann. Ja, Mann. Ich versuch mal, mein SCUF, ich hoffe, der ist genug aufgeladen, weil wir nicht in ein Kabel lassen. SCUF-Kontrolle oder sowas? Ja, Mann. Ich hab da mir echt einen Holt, weil ich dachte, ich werde voll heftig in den Dings. Warte kurz. Ich dachte, ich werde richtig heftig in Fortnite. Ich werde das lange spielen, habe ich mir mal investiert. Und damit spielst du auch eigentlich besser, wegen diesen Pedals hinten. Ist schon nützlich. Ja, ja. Aber ich habe gemerkt, ich kann eigentlich nichts außer snipen. Und das ist auch nicht so gut. Ich kann gar nichts eigentlich in Fortnite. Du musst halt nur reinkommen. Du musst halt öfters spielen. Du musst halt öfters spielen. Ja, klar. Das ist halt alles. Ich spiele auch die ganze Zeit mit den Twins und Twins und Twins. Ich bin ja auch Turniere. Echt? Die sind ja richtig gut. Sie haben sogar Weltmeister schon getötet. Sie ist gar nicht. Echt krass. in einer Runde. Level 7 oder was heißt die 7 da oben bei mir? Kennt ihn. Ja. Du bist Level 7. So. Wo gehen wir hin? Du. Du. Ich kenne mich hier null aus. Ja. Du musst noch ein paar Sachen. Sogar Fragezeichen. Na ja. Geh dir ein bisschen weiter weg. Am besten. Hast du euch so verkauft? Ne. Aber werde ich nächste Woche machen. Kein Bock mehr auf den. Ich würde sogar den versuchen jetzt schon zu verkaufen. Stimmt. 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 Da hast du recht. Du hast recht. Du hast recht. 3 Millionen. Ne. 3,8 glaube ich war der letztens. Was ist das? Stimmt. Dann werde ich mal gleich noch reinstellen. Stimmt. Du hast recht. Den guten Äußer Digga. 5 Millionen. Du hast. Ich will eigentlich alles reinstecken. So 11, 12. Ja. Kannst ja keinen Fall. Wenn Lust mal guck dir mal die Preise an. Crazy Digga. Ah. Zu krank. Und das Ding ist nächste Woche kommt ja safe eigentlich. Also nicht safe. Aber wird ja League of the Month. Muss ja was kommen. Wenn Neymar kommt schon mal. Wenn viele den machen. Da wird ein bisschen den Preis wieder angehoben. Da selbst da kann man schon wahrscheinlich auscashen. Wird ein bisschen Profit. Weil irgendwann müssen ja auch die Mit-Icon-SPC bringen. Und dann ja. Dann schmeckt der ganze. Die ganze Investition. Oder vielleicht kommt ja auch irgendwann mal auch irgendwie in der SPC. Wo man eine 83er und sowas abgeben muss. Oder 84er. Da sind ja viele richtig runtergefallen. Also wie viele da investierte in die 83er. Aber es war mir klar, dass da nichts kommt. War mir so klar. Ja. 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 Die Flosse füllt hier 50% deines grünen Lebens auf. Wenn du eine Lidlade kriegst. Die macht auch Blue Light. Was ist besser? So eine blaue taktische Pump. Oder so eine normale Pump. Also so eine graue Pump. Äh. Weil jeder investiert hat. Ja. Ja. Aber wie gesagt. Das ist das Ding jetzt. Die schwachen Leute. Das. Bei Investition ist auch so. Ja. Wenn es mal nicht aufgeht. Dann musst du drin bleiben. Da bleiben wir drin. Weißt du? Da musst du halt drin bleiben. Und weiter investieren. Nochmal reingehen. Ich hab ja auch. Ich hab ja auch. Ich hab mal Radona 2 geholt. Was nicht schlau war. Aber wegen Entertainment Faktor. Ich geholt. Aber wenn ich ihn jetzt nicht geholt. Wär ich auch nochmal all in gegangen. Mit den Coins. Weil guck dir mal die Preise an. Jungs. Also mit dem. Wenn ihr jetzt investiert. Ihr könnt 100% keinen Verlust machen. Weil das sind ja schon wirklich. Du kriegst ja 84er unter 3k. Das ist ja gestört. Ja. Das ist schon crazy. Aber ihr müsst dann die Geduld haben. Ich war die noch nie. So waren die noch nicht mal zum Totti so tief. Bin mich egal. Es täuscht. Naja. Also ich glaube nicht. Egal SBC Preise. Bei 1.1. Die 83er. Ich hab glaube auch. Und das Ding ist. Was ihr machen müsst. Ist einfach. Einfach UV reinstellen. Und einfach weiter investieren. Ja. Da kommt es natürlich auf die Leute an. Die ein bisschen Geduld haben. Das ist so. Wenn du nicht investieren willst. Dann musst du flippen. Oder was anderes machen. Die Investitionen ist klar. Wenn die SBC nicht kommt. Musst du leider warten. Was ist besser hier. Ich glaube die ist besser für mich. Oder sie hier besser. Jungs. Das Salvengewehr. Oder Sturmgewehr. Ich glaube die ist besser. Ich spiele. Also wenn ich spiele. Ich spiele. Ich spiele. Bis zur blauen Stufe. Sturmgewehr. Und dann drüber. Gibt es halt dann die Auge. Endlich. Okay. Das ist dann die Lila eine Salve. Und die ist halt die beste. Das ist halt die geilste Waffe. Ich spiele. Aber brauchst du die blaue Taktik. Wie kann man eine markieren. Ich weiß gar nicht mehr. Ne ne. Ich habe gespielt. Ah hier ist so eine blaue Vicky. Sehe ich hier gerade. Hast du gar nicht gesehen. Den gönne ich mir gerade schnell. Lass mal Taktik spielen. Jungs. Weil. Jungs. Ich bin nicht direkt los. Jungs. Also. Ich muss gucken ob ich noch bauen kann. Ich weiß gar nicht. Ich kann nur den hier. Ich kann nicht mal diesen. Wie heißt der Tree Layer. Oder wie der Scheiße heißt. Ich kann nur diesen 2 Layer. Sturm safe. Okay. Aber das ist krass. Ich finde das krass. Dass so viele von euch auch irgendwie. Sich ein bisschen mit Fortnite auskennen. Also auch Fortnite spielen. Neben FIFA. Krass Jungs. Das ist halt eine gute Ablenkung. Na. Schreib mal in den Chat Jungs. Wer spielt von euch Fortnite. Und wer nicht. Also. Und wie viel ihr spielt. Würde mich euch echt mal interessieren. Ob da vielleicht. Echt krass. Letzte Woche. So 5 von 6. 7. 8. Hab ich Fortnite gespielt. Krass. Okay. Mit den linken Pfeil. Erinnere ich mich jetzt wieder. Okay. Lass mal. Ich weiß gar nicht. Ich bin auch geil. Ja. Lass uns das ganze Spiel runter spielen. Das Ding ist bei Fortnite. Guck mal. Du kannst auch voll entspannt mit dem Chat zu quatschen. Das finde ich auch immer geil. Dass du entspannt quatschen kannst mit dem Chat. Weil bei FIFA. bei FIFA. Du kannst halt nicht in den Chat gucken. Weil du musst einfach voll Fokus drin sein. Und das ist echt. Viel entspannter zum streamen. Auch Fortnite. Merke ich grad. zu viel. Ich hab mal gespielt. Du hast halt. Du hast halt. Leute mit dabei mit denen du quatschen kannst. Ja. Ja. 1 regelmäßig. Fordern und FIFA spielt einer. 1 ist stark ey. Schwer. Ah nein. Ich muss. Ich muss mit einem anderen Dings spielen. Aber weiß nicht wie man baut. Oder ich mach grad Jungs. Dann hört ihr grad einen Rauschen. Dann hört ihr mal kurz den Rauschen Jungs. Das Ding ist. Einfach äh. Oh sorry. Das war ich. Das Ding ist. Mein Skaff ist leer. Aber wenn ich ein Ladekabel reinstecke. Dann hört ihr den Rauschen. Müsst ihr kurz aushalten. Bis sich er aufgeladen ist. Der Skaff. Weil ihr merkt schon. Wie lange ich nicht über gespielt. Das ist was er leer ist. Bring mal fort man auf Twitter. Wenn ich wieder ein bisschen reinkomme. Warum nicht. Hab ich ja früher auch ab und zu mal gemacht. Aber ich hätte Bock auf uns. Ein geiles Story Game. Mit Detroit bekam Jungen. Hab ich ja gesehen. Der Keller spielt das grad. Ähm. Das ist richtig geiler. Spiele ich. Also zum streamen ist Detroit bekam Jungen. Richtig geil mann. Ja. Hast du eigentlich mal gespielt? Ja. Ich hab's mal kurz angespielt. Beim Kunde. Ich hab's zwei Kisten. Okay. Okay. Ab und zu mal. Wieder auf einmal. Wieder auf einmal. Ne. Ich hab nicht gesagt. Ich hab Fortnite jetzt mal angezockt. Ich hab nicht gesagt. Das Feier jetzt. Mal schauen. Weil es halt. war auch damals schon meine Meinung. Das ist angenehmer zum streamen ist. Einfach als FIFA. Macht das mehr Spaß. Also du hast halt nicht den Faktor du besiebst. So. Da unten soll ich schießen oder nicht? Ne lieber nicht. So wie du willst. Hast du? Ja. Die kämpfen. Die kämpfen da unten. Warte ich schulde noch die Kisten hier. Ist eh überhaupt nix egal. Warte. Das weiß. Das weiß. Der weiß. Das weiß. Das weiß. Das weiß. Digger. Komm. ich habe keine munition mehr zum pushen das allein ist noch einer links links ist noch einer shit man ich habe keine munition wo bist du denn ach da bist du keine munition mehr jungs hier ist eine kiste warte jungs ich komme jetzt und ich komme ich komme jetzt wo sind die ich sehe ich sehe ich seh es der typ kommt ja auch zu mir dann bringen wir mal deinen hack dann bringen wir mal deinen hack bruder noch mehr junge big mac ist auch schon die sowieso ein pussy so spielen kommen jetzt ich bin ja auch das ist noch einer der an der seite kommt noch einer oder eines man schaut eigentlich ich denke ich habe keine munition mehr das fack mich hat ab mann junge ihr abfucker braucht dich chris facken gerade richtig ab ja verpiss dich lieber also bei gold oder was eine 30 egal teamarbeit war es jetzt schnell machen hat hier noch hat jemand ein hack digger mal hier die sniper noch genau jetzt kommt jetzt wo man ja er hatte nur glück gehabt jungs er hatte nur glück gehabt weil ich keine munition mehr da habe ich habe wieder 140 das war ganz kurz kaputt wo bist du ich weiß gar nicht wo du bist hier bei mir bei dem gucke auf die karte oben hier ist so ein laster ok warte warte komm 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 ok komm oh nice digger nice nice move jungs alter das waren doch bestimmt zwei assists bei mir zwei assists auf jeden fall ich habe die alte one shot geschossen ich habe meine flosse hinten gelassen ich habe auch keine medis mit wir sind schneller als die zone eine kiste jungs komm ich mach nur kiste auf auf gierig vielleicht ist da was im heilen drin und biggie alter brauchst du biggie ne ne hol ich mal mit ah shit man ich glaube das wird richtig knapp bauch hoch dann bist du schneller ne oder kenn mich da nicht aus ich bin gleich tot digger scheiße ich schaff das glaube ich nicht mehr ich schaff es gerade so glaube ich weil ich die scheiß kiste geholt habe man mir wird es richtig knapp wenn du es schaffst dann kannst du mich da hoch holen und springen runter ja wahrscheinlich oh man das war ich belassen lucky man ein geiles bild hier bekommen die hier die rotkäppchen der richtig ich bin immer noch die die am sexys aussieht ja ich habe auch ohne diese gemacht weiß nicht warum das bringt mir das nicht ein hochbau in der fliege fliege ich runter mit tot oder nicht wo kann man jetzt einfach jumpen nennen ne ne kannst du ne du hast den jump pad okay sie werden wir bei fifa wir chillen doch erstmal ich muss erstmal reinkommen digger ist als wenn du vier monate bei fifa spielst du auch erstmal reinkommen aber da haben wir die eine die eine dings haben wir doch gut auseinander genommen hätte ich nur mehr rr munition gab oder außerdem habe ich meine sniper nicht gab das wäre dann wäre direkt wird gewirrt guck mal hier warte aber es kommt das so so dings wo ist hin ich habe mich halt null aus sagt einfach was geil ist von denen oder was ja hier krieg klicks ja gespielt glaube ich ja im poker ist kurz reingekommen mit zwei assist ja war noch zwei ist es denn ich habe beide wandschot gemacht wieder irgendwas schon angekündigt für die nächste season bei fortnight irgendwas krasses oder lassen wir zusammen landen oder seine nähe zumindest links ok ok so einer gelandet bei mir ja ich glaube schon nein jungs jetzt kritisch wo ist denn der wie mache ich das denn am besten jetzt einfach pushen oder was aber macht sicher aber bleibt ja mal stehen Der ist ja richtig schlechter Gegner. Meine freunde der aller echte wo bist du da wo ist deine karte ich bin ganz schnell bevor einer kommt wo bist du oben wo sehe ich die karte dann kann jetzt nicht markiert nein sie ist einfach oben die höchste jetzt springst du hier oben rein und dann müsstest du dich sehen nein sie ist gerade verflogen nein ja dann mach ich selbst mod jungs scheiße bringt einfach eh nix jetzt kommt der gegner noch halt wie die alle bauen können digga alter hat mich zugebaut übertreibt doch jetzt nicht mit dem bauen ach kein bock digga dann Pesh wenn mich der so baut digga ich gehe einfach ich ziehe durch diggi komm runter digga komm normal one and one digga guck jetzt kann ich mich sogar heilen weil du es so lange gebraucht hast du big mac das ding is ... ich höre mit meinem fucking headset auf eben nie was Erfolge Erlebnis ist da Wie sind die Fortnite Server? Die sind optimal Digga. Kein Delay. Keine Ahnung. LKW Gameplay. Sehr defensiv eingestellt. Ich bin aber noch ein bisschen lustiger. Aber macht schon Spaß, wenn du mit Kollegen spielst. Ab und zu macht das immer Bock. Das schöne ist halt, dass du einfach mal Ablenkung findest. Das Ding ist, ich habe das nicht mehr so viel gespielt. Weil wirklich fast alle, außer du, glaube ich. Du hast auch eine Zeit lang das nicht mehr gespielt. Keiner hat das mehr gespielt, deswegen hatte ich auch keinen Bock mehr gehabt, das zu spielen. Weißt du? Ja, das stimmt. Ich bin so, ich habe nie Solo gespielt. Ich habe ganz selten Solo gespielt. Ich habe immer mit Duos oder drei, vier Leuten immer gespielt. Deswegen habe ich dann auch immer das nicht mehr gespielt. Wir haben ja auch ihre Sachen bestimmt gelöscht. Die haben ja auch keinen Bock drauf. Markus, der ja immer. Der löscht, dass er immer. Guck mal. Bumm. 105 war Digga. Guck mal. Ja. 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 in seinem Vorstellungsbildes Buch falsch herum gehalten. Damit ihn Leute drauf ansprechen. Und da habe ich das beim FIFA Mono, wo die heute mal probiert. Statt Costa Rica bei Navas habe ich einfach Schiene gesagt. Ja. Alter, die Kommentare waren nur voll davon. Das ist so lustig, Alter. Das ist so lustig, Alter. Ja. Dann sagt die auch noch mehr Dealer. Wo landen wir? Da kommt gar nicht mehr mit. Ja. 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 Ich sag mal, wenn die Leute das ja so mit so lustig das korrigieren, ist ja kein Problem. Ja. 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 Ich habe nur Scheiße bekommen, ey. Ich habe hier für dich eine Maschinenpistole festgehalten. Okay. 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 Hier. Wo bist du denn? Ah. Okay. Ich komme zu dir. Warte. Dahinter. Ich habe sie mal direkt auf der Straße. Das ist eine Maschinenpistole. Ja. Ich habe das nicht. Ja. 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 Wo ist denn der andere? Ist er hier drin? Oh, ich hätte ihn fast getrappt, Alter. Ich seh den gar nicht. Ich bin halt nur absolut lost. Junge, mach mal jetzt. Digga. Hat er mich gepumpt, Digga. Ich kann halt nicht bauen, das ist das Problem. Ich hätte fast ihn getrappt, ey. Und er war zu schnell draußen. Ich hab alles gegeben. Ah, flag my edits Kappa. Achso, ja. Das ist kein Match, ne? Ah, dann diese andere 200 IQ. Alter, da können wir ja übertreiben die direkt. Woher kommt der von rechts? Alter, da war Delay da, Jungs. Fortnite doch Delay Gameplay. Kann doch sein, dass Stoff war, weil der hatte nämlich nicht mehr verletzt. Oder sollen wir mal jetzt Random Squats? Komm, dann sucht Jungs, ihr sucht mit, dann kommt ihr vielleicht mal in Random Squats. Ja, okay. Lass mal Random Squats spielen jetzt. Oder so, wie sollen wir das machen, anders geht's ja nicht. Irgendwie. Ja, anders geht's ja. Dann such jetzt Squats, Jungs. Wir machen jetzt Random Squats. Ja, Abwechslung. Wir können jetzt eh nichts mehr machen, sonst wäre ich eh aufgegangen. Weißt du, Fortnite, FIFA ist eh vorbei. FIFA ist eh vorbei, Jungs. Ja, also, das, ja. Keine Ahnung, ich kann es ja auch nicht schwierig sagen, wenn sowas wie Fortnite Wiking League geben würde. Alter, was ist das denn? Ich bekomme gerade krass. Kann ich denn auffüllen drücken? Oder kann ich das so machen? Okay. Ihr müsst halt eine Minute eher suchen als wir. Achso, dann lass mal bei uns bei drei Minuten. Bei drei Minuten sechs. Ne, bei drei Minuten sieben, such dir Jungs. Okay, drei Minuten sieben, genau. Such schnell. Drei Minuten sieben, Jungs, such mal. Random Squats, schnell. Ich drück schon mal bereit, du kannst ja einfach so. Okay. Aber ich sehe mir noch verkauft, ja mach ich gleich. Dad, dad, dad. Ich kann ja nicht mal fucking eine Treppe bauen, Jungs. Ich muss jetzt mal reinkommen. Die sind alle bei 8K, Alter. Zier, Schwadi, Lopez. Crazy. Achso, es gibt so ein Skill-based Matchmaking deswegen, wenn die wahrscheinlich nicht reinkommen, oder? Ah, ich wusste das nicht. Ich weiß auch nicht so genau. Probieren wir mal eine Runde, ansonsten gucken wir mal gleich. Ich denke, ich werde auch jetzt nicht so übertrieben lange machen, Jungs. Ein paar Runden noch. Also ich will dann auch dann, ich muss morgen streamen, ich hab schon morgen gekriegt. Ah, Alter. Ich wollte ein Video machen, ne? Ich hab 14 Siege geholt und hab dann gesagt, komm, ich teste einfach mal die günstigste Prime-Mike-Moment im Sturm. Also ich sage, der schlechteste Spieler, den ich ehm angeblich. Weißt du, wirklich, das ist so krank schlecht, wie der war. Aber hab ich erst für drei Spiele hintereinander verloren, ich hab das Video, da kann ich gleich löschen. Rewards mehr hochladen, wenn du nichts ganzes gezogen hast, meiner Meinung nach. Das passiert einfach keines. Warum ist das Team so letztens so Todesdelay? Der weiß nicht, wie ein YouTube, Digga. Yo, yo, yo. Ah, hören die uns eigentlich? Nee. Ja, passt doch vom Matchmake. Guck mal, Storms geht auch 329 und so. Wir könnten höchstens, wenn du auf Options drückst, dann Dreieck und da gehst du Sprachkanal Spiel, dann müssten sie uns hören. Sprachchat, hier. Sprachkanal Spiel. Wie mach ich das in A? Spielkanal, hier. Bin ich jetzt drin? Yo, 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 man. Ja. Ja, drück, ja. Jetzt ist die Frage, ob die uns hören. Yo, what's up, what's up, guys? Hello. Hello. Oh, you're ready to party. Wo geh ich hin? Ich fliege ganz woanders hin. Ja, moin. Stormski. Kerem, Alter, der Kerem hier. Stormski and Kerem. What's going on, man? Die Big Macs. Ah, voll wieder Gegner. Komm zu dir, Chris. Kann nirgendwo anders. Geh ich zu Kerem. Ich geh hier rechts daneben, glaub ich. Hier ist keiner. Hier, geh ich rein. Oder? Hier ist keiner. Moin, keine Waffe. Petlack ist da. Ah, der Battle Pass Stufe 9, Digger. Hey, hab ich doch, hab ich doch Battle Pass oder was? Oder das ist dieser Standard? Nee, das ist die ganz normale, das ist die ganz normale Standardstufe, die du hast. Ja, ich hab ja nur Scheiß aus diesem Haus bekommen. Was ist das denn hier für einer? Äh, ich hab nur ne Pistole und Sniper bis jetzt. Hier, da hat er einfach gar nix gegeben, dieses Haus. Richtig Katastrophe. So, ich hab nur die Bauschen hier. So, jetzt. Ah, der hat hier markiert. Kerem, ich komme. Warte für mich. Kerem. Ich komme, gib mir die Minis. Du hast einen AR-Mann? Oh, hier, ihr sagt, Mann. Oh, alter korrekter Typ. Alter, der hat ja alles hier für mich. Bester Mann. Bus geht hier raus. Kerem, Mann. Warte für mich, Kerem. Kerem? Ah, da wo sind denn die Gegner? Da sind noch safe Gegner. Alter, big, mini, attack the mini. Brauchst du noch Minis? Ich geb dir weiter. Ich hab noch. Ja, ja. Ich rob mal nochmal hier. Was ist das denn für eine Waffe, Alter? Pistole in lila? Hab ich schon nie gesehen. Ja, die ist 460 schlecht. Also würde damit spielen, kannst du nicht. Was ist das für ein Geräusch, Digga? Ey, die haben die Reviled. Da hat jemand jemand, die man sieht, das holt. Ja, ja. Was sind die denn? Gut, ich hab noch nicht die Schiene. Was ist denn der? Ich hör gar nicht, wo der ist. Einer. Guck mal deine Sachen, du Big Mac. Thank you, Mann. Guck mal hier mal deine Waffen her, Junge. Dankeschön. Ich muss doch den Storm-Skill wiederholen. Der ist nämlich wieder da. Guck jetzt den Snipe an, Jungs. Guck dich den Snipe an. Warte. Ich komm, ich komm. Oh shit, Jungs. Ich brauch Hilfe. Ich bin am Arsch, Jungs. Ich hab keinen Mets mehr. Die waren hier zu. Storm-Skill, Mann. Storm-Skill, Digga. 390 Level 329 und so scheiße, Digga. Komm, eine Runde noch. Komm, eine Runde noch. Komm. Such jetzt mit, Jungs. Such jetzt schnell Wind. Free Pass. Was? Ja, die waren. Ja, die waren. Weil gab es da übst wieder. Nee, sie sind besser. Wenn du das Haus in vorn, wo fette Musik läuft, ich spiele das erst wieder seit tausend Jahren. Na ja. Ich hab das glaube ich noch nie gefunden. Ich hab das glaube ich noch nie gefunden. Die sind doch unter. Ja, da wie die abgehen. Die richtige Sucht, die Säger. haben es kurz bin die richtigen sucht ist muss äußer gehen leider ja heute wird gehen jungs schon mal abschied von ihnen ist doch nicht weiß noch nicht vier millionen ist schon jetzt ich habe alles für investiert gerade ich weiß nicht also ich habe ja weiß nicht wie viel wenn ich alles verkaufen will weiß ich gar nicht muss man rechnen im ersten maradona wieder gekauft hat das gefühl über eine millionen save vielleicht mehr investiert maradona zwei millionen 20.000 90.000 wir verkaufen wieder einen big mac bin profil aber reden die aber auch nie jungs ich verstehe das nicht so voll scheiße mir runter das ja eine zeit zeit geben wo man das eine frau am stadt jungen steck allem geiern oder hören die uns nicht so im richtigen kanal drin oder nicht einer woman was woman ich guck mal wo die woman ist fortnight love story alle damals haben wir auch so was gab das war richtig das war richtig ich dachte ich dachte das wäre so so zum weib da war am ende ist so ein kind mit seiner schwester der hat alles getötet wo sind das hier was machst du denn hier gerade die sniper ist jetzt am start jungs jetzt geht es ab jungs jetzt wird gesnipen ist meine spezialität eine flosse habe ich auch noch den fall eine woman wait 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 you have you need a rf woman hallo wie alle auf die geier ne alle gut die man die crew squad hier eine machine squad jungs wer morgen schul hat geht schlafen jungs wichtig bildung wichtig youtube youtuber werden uns jedes wochen den kopf kaputt das sind jetzt besser jetzt weiß gar nicht was besser ist ja ich zeige euch jetzt kommt headshot incoming damit mit der sniper wenn ich was kann es nein jungs wo ich jetzt meinen beweis stellen ist noch was seit all dieser schon weitergezogen sagt gar nicht bescheid ja wo seid ihr denn links hier ja ich habe morgen frei warum auch freien das leben das sind so richtige egos ja lass mal mini troppen wie du hast noch habe ich schon habe ich mal hier ach hier okay ich verpeilt das problem ist halt immer wenn du mit welchen spielstil dann wirklich einfach nur absolut schmutz sind es kann halt auch nichts werden dann entfalten weil dann sind das nämlich die alle zuviert und wir sind halt dann zuviert nicht so jungs wenn wir nicht klau guck mal auf twitch meine sniper clips an junge das sind so die heftigsten äh kennst du eine sniper compilation machen draus äh 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 nicht schloss hier ja hä ich habe es schon abgesprungen ich bin am marsch jetzt ja moin ich werde meine flosse gleich essen auf den baum gelangen jetzt mal meine flossen spaß ab ferien gibt schon ferien wieder geht alles schlafen habe keine ferien ist donnerstag noch ferien wo gehen die denn hin mal die big macs warten gar nicht auf ein alter schneiden jetzt war getroffen habt ihr gesehen zum warm machen alter ich bin es doch nur das geht ab mein freund alles gut achtet jetzt drauf jungs achtet drauf der beste sniper ganz sofort jetzt achtet das war absicht so hätte mich nicht getroffen da hinten ist er warte sie so wo er gebaut hat er hinter uns noch mal hinter uns shit jungs nichts mehr zum bauern und chillt mal chill 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 also noch mal hinter uns ein bisschen gesandwich ja ich wird gesnipet digger mann team hat so scheiße sind wieder wieder leider losguck wollte ich noch ein ein ist auch schon tot einfach nur katastrophe weil wir so egoistische teammates haben die reden ja nicht mal wenn jemand reden würden und gg's gg's spiel 2 kennt ihr duos ja ja ich weiß nicht okay okay klingt gut jungs was sagt der chat ja es klingt gut ich weiß nicht ja muss man schauen eventuell weiß noch nicht ich weiß nicht was ich noch jungs was soll ich morgen als video hochladen also den die wikin liga highlights kann ich glaube ich nicht so gut hochladen außer ich sensiert gefühlt jedes zweite wort dann abmachen schon ladekabel abmachen ja 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 man kann nicht mal markiert so ein big mac solo solowkarska und kursa jungen alle seien richtigen noob sogar konnte man seine levels 1 so gut wie ich save to come save to die also wenn ich abdrehen das hier das hier irgendwo hier hinten hin weil das wird sonst gefährlich ansonsten auf insta ich versuche bruder ist immer schwierig zumal sehr viel junger steht immer so da kommen wir zu fragen ja siehst du heute wenn sie sowas will ich auf jeden antworten der sowas fragt gibt mal tipps wenn man kreuz macht ja genau so was wenn ihr normale fragen stellt dann ich gucke ab und zu mal rein also ich gucke nicht jeden tag ab und zu einmal die woche vielleicht oder alle zwei wochen gucke ich mal rein ab und zu normale fragen sind antworte ich auch mal wenn sie mal ich sage ich feiere dich das sage ich auch danke wenn sie so was fragt wie er kann es mir tipps geben ihr kreuz braucht er es nicht fragen ich verantwortet nicht weil guckt einfach die videos weil sonst ich kann nicht jeden immer schreiben ja wie man kreuz macht nichts dies das ja auch nicht der heftigste in trading im endeffekt machen wir wollen wir das ja so machen dass die leute die videos schauen das verstehen dann im endeffekt nicht mehr unsere hilfe brauchen sondern die prozesse die halt bei fieber stattfinden sie selber mit dass ihr dann immer jedes video schauen müssen dass ihr sagt da ist der preis so und so das bedeutet sie hat gesagt da ist ein guter einkaufspreis ich kaufe den jetzt so weil der hatte das schon mal damals gesagt ich habe den preis beobachtet und der war lange nicht mehr eingeschoben ich gucke später mal ich mache heute mache ich mal ausnahmen heute gucke ich mal rein ich habe meine nummer wird gelegt er ruft jeder an da ist auch geil bei mir wahrscheinlich nicht so stimmt wie bei anderen leuten wie bei anderen leuten wie bei knossi oder sowas wieder so aufgeteilt richtig scheiße immer scheiß teammates was soll ich den morgen hochladen jungs mal gucken ich kann ja auch keine packs öffnen jetzt weil ich habe das auch den klicks zu machen die preise waren zu zu lecker nicht einzukaufen jetzt jungs besonders dieser lautaro martin ist und nur unana und die sich eben habe ich diesen india unter drei kartiger angekauft und die bei squad battle reingestellt haben crazy ja nein nein rippt jungs da ist das wird ich wollte gerade hochbau und dann genau da habe ich keine mits mehr mach ein traf ja ich guck mal jungs traf wäre ich auch geil gerade da kann ich ja keine packs öffnen doch auf dem p2 wind an der p2 wind da kann ich auch ein klitsch drin scheiße der ich guck mal ob das lustig schneiden kann wie den highlight auch scheiße ich war am anfang ja nur am rage nega ist auch scheiße man muss man echt mal abgewöhnen ja der häus ist auch recht diga einfach ruhig bleiben und spielen so gut es geht ja sagen wir dir halt aber jede woche gefühlt ja aber guck mal da habt ihr eigentlich recht das ding ist das ist so wie die spiele da kriegst du noch so äh jetzt kopfschmerzen ich habe mal bock guten fortnite zu werden das kostet auch so die zeit wo sind andere big mac eigentlich alle ist da hier bei mir in der nähe der andere mir ist einer mir ist einer bleibt cool man was lustiger sind ja bock das ist der potziger ja aber ich bin gleich tot diga ich versuche mal ich versuche mal mein bestes wir sagen das gefühlt jede woche und sagt er jede woche ja ja ihr habt recht dann schreit das ewige ding an alles ist jetzt oh f*** mein leben ich bin nicht schlecht ah der big mac kam mir zu hilfe aber geschafft ja der big mac kam mir noch zu hilfe junge ja jetzt kommst du ah ok thank you man thank you ok thank you thank you my friend weiter 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 ah da nicht ich hab mal markiert ah da junge jetzt kommst du abzustarmen wo ich die ganze arbeit gemacht habe das waren keine bots jungen habt ihr gesehen wie heftig die waren bots das waren richtig heftige gegner junge die waren richtig heftig nehmen wir hier das mal mit haben wir hier noch hier ok let's go man jungen jungen zwei kills und ein assist save easy jungs das war nix für uns hier die eine die eine der hinten laufen hinterher einer korrekte typ dreck drei granaten um euch hoch zu heilen um euch hoch zu heilen könnt ihr dann hier hingehen ah ja scheiße die zone kommt ja oh ah der hat ein jump pad bester man dann fliegt das durch den fliegelten direkt bester mann digga da ist einer da ist einer kein problem für kc den sniper du musst ihn direkt zu holen snipe den jetzt warte du musst ihn direkt zu holen ist er bei dem bus f*** du musst ihn direkt zu wie so ein big macker ey ja der hat den bus zerstört der wixer wir müssen erstmal in die zone scheiß erstmal auf denen oder gehe erstmal in die zone jungs ich gehe erstmal in die zone jungs x2 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 alle chris hatten geholt die mein freund ich lasse jetzt zwei miniserien das ist unsere runde aus der zone bin euer mate als optiker und schielt ich habe keinen mehr einer weiteres ist eine minute und ist einer oder jungs sagt mir doch mal ich kann nicht einen jungs oder nächsten kinder bot einer ist unten rechts ja das ding ist wir werden sterben wenn wir hier bleiben vielleicht haben wir irgendwo einer da der andere sie unten Wir down, wir down, wir down, sauber. Mehr. Der Wix hat, der hat sich gar nicht in den Seitenwaffen eingesteckt, der Wix hat. Wir müssen so schnell weg. Bitte lass was zum Heilen da sein, Alter. Hast du Minis? Ja, ich hab einen, aber das ist egal, wir brauchen... Ja, wir haben nix. Wir brauchen Medis. Scheiße. Ja, wir müssen so schnell wie es geht los. So schnell wie möglich. Alter, wir sind am Arsch, Jungs, sind wir ehrlich. Wir sind am Arsch. Oder sind wir schneller als die Zone? Wir sind gleich schnell, ne? Wenn wir gleich bleiben, das ist gleich schnell wie die Zone. Ich glaub nimmer, dass wir gleich schnell sind, oder? Das wird langsamer. Wir haben jetzt keine Zeit zu gucken, ob der echte ist. Weil, wir werden eh erst gleich alles sterben. Ah ne, der ist ein bisschen schneller, die Zone. Ja, wisst ihr auch. Und ich hab nur noch 30 Leben. Das war's komplett. Ich werd's aber auch nicht schaffen mit 93. Wir müssen irgendwo hier looten eigentlich. Anders geht's echt nicht. Doch, ich... Ich guck hier links. Vielleicht find ich was. Ich hab eh nur noch 30 Sekunden. Fuck. Ja, ich wusste das, wenn wir da kämpfen, ey. Aber wir mussten halt. Hier vorne wird direkt gebaut, cool. Ich hab hier Dings. Ähm. Wie heißt die Scheiße? Verbänder. Versuchst du weit zu kommen. Wann hier nicht noch Verbände? Ne shit. Rechts wurde noch gefeiert. Rechts wird gefeiert, da ist ein Medi. Also wenn ihr clever seid, geht ihr da hinten hin. Warte. Da hinten, ne? Da ist ein Medi. Die feiten gerade. Kannst noch hingehen. Dann könnt ihr mich hochholen, vielleicht sind es mehrere Medis. Vielleicht sind es mehrere Medis. Vielleicht habt ihr Glück. Weil die müssen auch in die Zone, die andere nicht tun. Die machen Zweier-Ticks, ne? Du musst den Schatz hochholen, Casey. Jeder muss den Schatz hochholen. Ja, okay. Ich guck mal für die Medis. Ich guck mal, was für Medis das sind. Ja, ja. Guck schnell. Guck schnell. Warte kurz. Ich schaff's nicht. Ich bin tot. Nimm meine Marke. Nimm meine Marke. Nimm meine Marke. Wo ist die Marke? Hi. Hinter mir. Ja. Mann. Genau. Ich kann nicht. So, und los. Auf geht's. Der Zweier-Ticks jetzt, hey. Ja, egal. Wie hast du noch zum Heilen? Du hast doch Medi liegen. Du hast doch Medi liegen. Äh, wie hat der andere noch? Das ist egal. Der hat noch sechs Verbände. 3. 3 Medis. Komm her, komm her, Brudi. Komm, komm her. 3 Medis. Perfekt, perfekt, perfekt. Dann halt ihr euch. Wie kann ich droppen? Wie kann ich droppen? Digga, mach erst mal. Mach du erst mal. Mach du erst mal. Ja, zu spät. Ja, ich hab's nicht gesehen, Digga. Fuck. Oh, Moisty. Junge, weil ich gucken wollte, wie ob ich ihn troppen kann, Digga. Ich dachte, der ist bei mir in der Nähe, der Typ. Ja, Moisty. Einfach nur. Einfach erst mal auf dich selber gucken. Äh, einfach nur Moisty. Dann gehört euch das hier wenigstens. Dann gehört euch wenigstens das hier, Jungs. Gönnt euch das. Gönnt euch das. Kann den Match. Hätts mal aber geschafft. Weil die drei Medis alles zurückzuloppy gehen. Ach ja, stimmt. Ja, Jungs. FIFA ist durch, Jungs. Sonst wär ich eh offline gegangen. Ich spiel jetzt noch ein paar Runden in Fortnite. Deswegen. Einfach so oft. Lustig. Ich bin durch, Jungs. FIFA ist durch. Was soll ich noch machen? Kann keine Packs öffnen. Kann nichts machen. Im Klitsch. Jungs. Heute noch. Sonst wäre ich eh aufgegangen. Das ist der Bonus hier. Weißt du. Als Bonus hier. Ein bisschen Bonus für die noch nicht schlafen können. Auch wenn ihr nichts mit vordern anfangen könnt. Ist so ein bisschen auf lustig. Die genug Datenvolumen haben. Tut weh beim zugucken. Ja. Das ist gerüchtig. Zu Level 10 gilt sie. Eine richtige Maschine. Mal einen anderen Skin holen. Echt? Krass. Da steht der Elf 3 Stunden. Der hat gewollt erst angefangen. Der hat angefangen. Der steht jetzt. Erste Weekend. Ja. Es ist ja auch jetzt nicht. Keine Regel. Es wird jetzt immer fort. Es ist einfach entspannt. Ah. Bei dir dann morgen. Jungs heute. Das Problem. Wenn ich abends. Weekend League stream. Das seid ihr alle am stream. Einfach mal machen. Was soll man zu verlieren? Was hat man zu verlieren? Bei mir ist ja auch so. Das streamen wir auch immer. Wenn ich streamen. Also ich streamen ein bisschen später immer. Du hast eine gute. Du hast eine geile Community. Dass du halt trotz Bros. 10.000 zuschauen hast. Respekt an den Chat mal raus. Ja. Auch echt GG's. Also. Aber auch wenn ich nicht 2.000. Oder 1.500. Auch für 300. Bin nur 300. Wenn ich trotzdem streamen. Also ich meine. Ähm. Aber es ist schon krass. Wie viel dann immer. Bei mir ist ja auch. Also ich streamen ein bisschen später. Aber nicht wegen. Weil die großen streamen. Weil die streamen ja immer noch. Dann 3 Stunden. Oder so. Bis sie aufhören. Ähm. Aber weil es einfach für mich angenehmer ist. Abends zu streamen. Also ich bin ja eher so ein Nachtmensch. Und äh. Der Chat ist auch dann später viel angenehmer. Finde ich. Weil dann nicht mehr so viele Kiddies am Start sind. Meistens. Bissens. Bissens angenehmer. Weil. Ah. Sobald man einmal Rage. Ist es Game Over. Der Chat RIP. Darfst nicht einmal Rage. Dann ist RIP direkt schon. Ja. Ich hatte. Nach dem ersten oder zweiten Spiel. Hat schon Mitglieder immer noch angehabt. Weil. Das ist auch für die Leute. Unangenehm. Die normal gucken wollen. Mit der ganze Zeit nur reingespamnt. Mit irgendein Scheiß. Deswegen. Ja. Wir haben ja richtige Schwitzer. Normalerweise würde ich dann. Würde ich dann sagen. Ja. Mach mal das für ein, zwei Spiele. Und dann machen wir sie raus. Aber. Besonders Sonntag ist schwierig. Weil das sehr verschwitzte Spiele sind. Und ich habe gemerkt. Ich werde nicht mehr normal sein. Dann erstmal die nächsten Spiele. Ich werde eh. No Rater Rage. Und dann hat es eh keinen Sinn. Ich tut mir ja ein bisschen leid für die Leute. Die halt kein VIP sein können. Weiß ich. Ich will das ja nicht. Ihr wisst das. Ich wäre nicht. Dass sie ein VIP macht. Deswegen. Schützt sich ja damit selber. Ist halt. Wer auch für den Chat. Die meisten VIPs. Mods. Oder auch die normalen. Sagen auch schon so. Hey. Mach jetzt VIP an. Es macht keinen Sinn der Chat. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich mache das echt ungern. Jungs. Ich will ja auch mit jenen quatschen. Aber ab und zu muss man es leider machen. Schreibt mal. Hey Jungs. Schreibt mir in den Chat. Was gibt es denn demnächst für Spiele noch? Wir haben gleich schon 4 Uhr. Was gibt es denn noch für Spiele Jungs? Die kommen. Die man streamen könnte. Also auf Twitch. Gibt es irgendwelche geilen Spiele? Ich weiß es gar nicht. Nix irgendwie. Außer Fortnite jetzt Season. Wenn die Season geil ist. Kann man die natürlich auch ab und zu streamen. Aber. Weiß nicht Digga. Weißt du da irgendwie. Was kommt da für Spiele? Ich hätte Bock auf so einen richtig geilen Story Game. 15 Stunden. So 12 Stunden. Aber dafür richtig geil Digga. Die 12 Stunden. Sowas hätte ich Bock wie Detroit Become Human. Ich bock mich noch mal so zwischendurch mal zu streamen. Aber irgendwie. Kommt nix. Kommt einfach mal nachsehen. Ich habe diesen Man of Medan eine Chance gegeben. Absolutes Schrottspiel Digga. Das war richtig enttäuschend. Das war ja nicht mal ansatzweise. Wie man. Äh. Äh. Antildorn. Es war so gewollt. So ähnlich gemacht. Aber. Story Charaktere. Waren ja nicht immer ansatzweise so geil. Wie bei Antildorn. Bioshock. Gibt es gerade Grazahn. Hab ich aber früher schon gespielt. Und er ist auch. Endlich. Meine Lieblingswaffe Scully. Scully. Es soll nicht mehr so stark sein. Hab ich gehört. Last of As 2. Aber ist auch noch. Er ist saulange im Sommer. Er ist Last of As 2. Das werde ich unbedingt auch streamen. Last of As 2. Geiles Spiel denke ich. Was ist das denn für ein Geräusch hier. Ist das. Ah. Der P90 bekommen. Jetzt geht es ab. Jetzt wird es gesprayt. Boah. Es wird Scully und P90. Ja man. Jetzt wird jetzt. Hast du so eine goldene Kiste oder was. So eine goldene Kiste. Kann sein. Das war irgendwie voll komisch geklungen. War gleich eine goldene. Naja. Dann ist es so. Jetzt noch Raketenwerfer. Dann ist ein Noob Kit. Am startigen. Overwatch. 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 2 Mal. Weil ich die Story schon kenne. Und dies das. Dann nicht so geil. Finde ich. Das ist noch ein Biggie. Falls du gesehen hast. Und ich habe noch Minis. Wenn du brauchst. Schick jetzt mal hier hin. Da ist Snipe. Erhol dich mit. Weitere hier. Ich prob grad. Snipe. Ich spiel ohne Pump. Dann einfach. Scheiß drauf. Einfach mit Snipe. P90. Und Ska. Zock auch grad fortnite. Ja wir haben mit Kollegen Bock da schon. Auch wenn man nicht der beste ist. Squad ist halt noch geiler. finde ich eigentlich mit dem Scott spielt. Was ist das denn hier? Kleiner Fisch? Was ist ein kleiner Fisch? Achso ja, noch unnötig. Dann lieber Medikit. Ah, dann noch einen Big Shitty. Kannst du mitnehmen, Big Shitty? Nee. Hast du es nicht? Dann lasse ich Medikit dienen. Das kann ich mitnehmen. Ich habe Medikit. Ah ok, markiere ich mal irgendwo hier. Irgendwo hier müsste es sein. Call of Duty? Ja, ich weiß nicht. Da ist eigentlich so was geil war. Das haben alle aber nicht gefeiert. Da wo man rumpf springen konnte und so. Das habe ich gefeiert. Da habe ich auch immer nur mit Kumpels gezockt. Das war eben voll lustig. Es kommt anscheinend nix. Wann kommt denn Jungs? Wann kommt denn hier? Wissen Evil Remake? Ah, ich war auch nie so ein Wissen Evil Fan. Wann kommt denn hier Until Dawn? Zwei Jungs? Ich weiß, das ist einer von euch. Das war mein Nackenmatrikus. Ich habe mich Nackenschmerzen. Ich muss erstmal wieder Fitness gehen. Ich wollte eigentlich heute aber dann doch kein Bock wieder gehabt. Ich stehe zum Mücken League. Hier oben in der Mitte siehst du Ergebnis am Ende. Hier ist einer. Scheiße, bei mir ist einer. Bleib erstmal low. Du darfst nicht. Oh, du darfst einfach so abhaben mein lieber. Bleib low. Ich mach nix. Ich mach nix. Bleib low. Ich mach nix. Ich bleib erstmal low. Kennst du gegen den? Dann komm ich zurück, wenn du gegen den Camps. Oh man. Du 31er. Ich war doch zum Kollegen, man. Ich wollte grad zu dir kommen, Alter. Sprayte mich voll, Digga. Sag mal, wo die sind, Mann. Genau vor mir. Also wo ich bin, äh, vor mir. Boah, chill doch mal. Mann, 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 Hey, Junge. Nur weil ich abhauen wollte, Digga. Jetzt reicht es, Digga, jetzt reicht es. taste my fucking aim alter! oh mein gott oh alter hast du ihn genommen? einer noch oder was? ich bin ja genauso eklig wie bei fifa ey wie lange lebt deine karte noch? äh 28 sekunden ah kannst du gar nicht holen meine p90 schon alles gar ist auch noch da die ist gar noch das ist safe sein t90 ah cyberpunk ja soll richtig geil werden dann freue ich mich eigentlich auch drauf ja so anstrengend ist ja genau wie bei fieber gefühlt wie nicht spielen nein 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 nicht aber ah schade man unlucky man ja ich hätte nicht ich hätte nicht vorlaufen müssen das war dumm das war das noch kommen jetzt eine gute runde jungs eine gute runde jungs kommen dann ja das war dumm hervorgelaufen wird zurücklaufen direkt gefreckt digga kommt aber erst im september ja das ist ja fast wieder zu late da kommen wieder neue fifa teile wie man sich mal gerade spiele release spiele release was kommt demnächst hier muss doch irgendwas geiles kommen diesen oder nächsten oder übernächsten monat ist für das spiele 2020 januar ist vorbei februar nur müll metro exodus ich hab ich mal früher gespielt mein punch man kommt alter ein kampf spiel ist das ja jetzt kommt auch nichts für eine fantasy sieben remake alter das wäre vielleicht interessant 29 mai kommt last of us 2 was im april und mai könnte was geiles kommen wohin retail roh oder kommen da viele wahrscheinlich viele was das denn hier da war ich noch gar nicht an dass man dahin genau was sind zu basa spiel das frage ich mich auch wenn ich richtig bock was das ist richtig geil das ist richtig geil digga das ist genau mein ding das ist genau mein ding da kommt ein wenn man ein team ein team wohin land wo landest du denn die land woanders werden ja auch hier die landen auch hier am biester das für ein geräusch hier ach sie kann man wahrscheinlich so sind ganz die dinger kaputt machen hier die Okay Ah okay, safe Scott Okay habe ich mich erschrocken und so ein level ab wo bist du eigentlich weil dann kann ich dich da hier bist du dann gehe ich mal da in die richtung zu verbrechen ich paranoia christ ist voll leise echt weil ich irgendwas kaputt gemacht oder geflogen bin ich weiß nicht ich auch eben zeitweise nicht richtig verstanden die kiste da oben alter lol wie komme ich denn an die kiste dann nur müll einfach nur müll da bist du da drüben sag du bist du sind sie nicht hier gelandet doch oder nicht die waffe die markiert hast hier ist immer noch leise kann ich das eben hier einstellen kann versuchen lauter zu reden ja dann weiß ich auch nicht jungs musst du lauter reden ich rede lauter jumei hab ich so das gefühl wir haben ein bisschen kaputt ja ich auch ich auch jumei ja wie gesagt der scheiß sich am ende noch gelohnt der wenigstens eine elite lohnt wenn ich immer was mache dann hört man dich echt nicht habe ich gerade jetzt nicht was gesagt was hast du eben noch mal gesagt ich habe gesagt wo du eh nicht ziehen wirst ja das sowieso nicht diga das deswegen mache ich es ja eh nicht mit den rewards ich habe mir immer nur müll raketenwerfer jetzt jetzt vorbei jungs scheiß auf sniper raketenwerfer jungen jetzt kommt noob modus komplett aktiviert ich schreibe noch mal in den chat jungs wollt ihr morgen ich überlege gerade ich kann einen draft hochladen wenn es ein geiles ergibt oder ja wikin highlight ich muss mal schauen wikin highlight kann ich das lustig schneiden ich muss mal schauen ich weiß nicht ob es lustig schneiden kann weil ich nur rumgeschrien habe zum big mac nein ich bin schon da gefallen zu der kiste es ist möglich drei millionen coins aus 300k bis donnerstag zu machen run the foot market heißt oder fifa kadabra dann schon anders ist es nicht möglich also wenn du schon so fragst dann sag ich ja ich sag mal ist es nicht möglich weil da musst du ein bisschen im markt können ich habe gesehen vor vieler mit diesen prime moments geflippt haben richtig viele geflippt eine millionen halbe million da aber natürlich auch riskant zum beispiel einer über eine millionen gemacht bist du das naja bei mir die sind noch weit weg der mich nur versuch anzuschießen mich markio die sind und für da mache ich jetzt hier am besten ich gehe auf das dach wahrscheinlich erstmal raketenwerfer jetzt muss ich mal kurz fokussieren wissen der big mac den gar nicht der big mac ist abgehauen da hinten ist der 20er hit pick mecker hier 20 hätte so ein bisschen weiter weg gewesen jetzt kannst du mich versuchen anzuschießen abhauen so läuft der hase nicht mein freund was ist dafür bezahlen ein auge junges auch nicht anbrennen okay kommt jetzt eigentlich ein bisschen hier ist eine big mac alles im haus hier im haus im haus im haus im haus ich sag erstmal hallo mein freund die sind hier die sind hier die feind hier 33er hilf die feind noch gegen welche abtreffen ich hätte mehr nicht getroffen hat da noch raketen denn ich hätte mir ein voll verschwendiger die sind ich habe diese bauen einfach muss in der Junge Junge Alter hör doch auf immer zu bauen Digger Digger du Big Mac hör doch auf zu springen Alter Hast du den? Den anderen? Dann komm ich zu dir Ach ist weg geflogen? Den hab ich geholt Ah hier sind noch Minis wenn du brauchst Ja Jungs Alles von Apo EID gelernt Jungs Der allerechte Jungs Ich gönn mir morgen krank Beste Kappa Schön geholt gewesen Ich muss aufpassen dass der Typ ne von hinten kommt Weißt du wo der hingeflogen ist? Also der abgauen ist? Nee Wo ist der Jungs? Wo ist der Jungs? Ich hab's kaputt geschossen Ah doll Mit der anderen weggegeben kann Weil ich ein bisschen clever war Ist auch so clever nicht Pro Player Easter Junge Man braucht nur aim Man braucht man nicht hier Man kann wieder auf 100 machen Ah der hat mir richtig viele Metz gebracht Die war tolls Bester Mann Ich hab mich gefarmt den Big Mac Ja wir können uns jetzt hier voll machen Übrigens komm her Ich bin eh voll Ich bin eh voll Ich hab diese Pilze gegessen Ich kann ja auch mal wieder FIFA Gaming auf Twitch Fortnite Turniere machen Macht das eigentlich noch? Diese Fortnite Dinger auf Twitch Weiß das einer noch von euch im Chat? Macht der sowas noch der FIFA Gaming? Der hat das aus früher immer gemacht oder nicht? Oha wir snipen hier Junge Richtig ordentlich Schmerzen bekommen Jetzt snipet der auf mich Ja mach er noch Mach das echt noch? Krass Dinger Crazy Dude ey Also jetzt gehen wir zu oder? Äh Ja lass so ne Bist du jetzt hier noch ne epische Und dann passt das Bist du jetzt zum Abschluss ein epischen Dann passt der Hase Ah einfach Elite und epischen geholt Das reicht doch Solo bei dir epischen nochmal Du episch Mehr kann man nicht holen Dinger Das müssen wir ein bisschen intelligent Bisschen taktisch spielen Der ist mir unzündbar ist Deswegen schaue ich ihn nicht Oh ist doch Geschmackssache Manche feiern bestimmt Ist so häusers egal Warum subs bei mir Wenn du bei ihm ein FIFA Tournee mitmachen kannst Oder wahrscheinlich wenn du mal gewinnst Dann deinen Preis in 3000 Jahren bekommst Jetzt andere 300 IQ Wird es ein Loot drop oder gefährlich sagst du? Solo machen Ja ich seh welche Ich hab welche gesehen Hier Warte 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 Ja Ich weiß nicht Sollen wir hingehen und kämpfen oder nicht? Ich kann ihn einsnipen Ich kann ihn einsnipen Ok Recht Ok Schade Ja Was ist mit meinem Aim los Dinger Ey warte mal Ich muss immer näher ran gehen Ich seh das nicht so richtig Dinger Warte Jungs Schade mal Das ist ein 21er Ist ein Loot drop nicht egal Ist ein Loot drop nicht egal Jetzt haben wir 26er Und wer? Ja ich hab keine Munition mehr Ist noch Munition Oh nein der hat Raketenwerfer Oh oh Ich bin echt Pro Player geworden Ist er bei dir noch? Lebt er noch bei dir? Ja ja Der kommt runter zu dir? Die schießen jetzt gleich unten Der kommt runter? Warte ich hol jetzt ein Raketenwerfer Wo ist er? Ich bin runtergefallen Da kommt noch eh ein zweites Team Dinger Kommt wieder ein zweites Team Ich bin so ein Hurensohn Der hat noch nicht gebraucht Warte 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 Komm her Was ist das für ein Freak Dinger? Ja Ja Wir haben ja eh gestorben Da kam ja nur ein zweites Team Das hasse ich an Fortnite Dinger Ich hasse ich an Fortnite Dinger Das immer so 3000 Teams kommen Dinger Und du hast das Ding kaputt geschossen oder? Äh das kann sein Irgendwas hab ich geschossen Aber dann hab ich dann Ende oder was? Ach glaub ich Oder willst du noch? Ach keine Ahnung Wollen wir noch eine oder nicht? Komm letzte Runde dann Jungs Komm Ich weiß gar nicht mehr Ich hab einen Creator Code Aber ich weiß nicht wie das heißt Ich hab mal einen beantragt Aber ich hab ihn auch Haben auch einige benutzt Der KC heißt das glaube ich Probiert mal aus Der KC Creator Code Aber ich hab da nie was bekommen Gleich bis jetzt Okay sie ist Virtual Info besser Oder Dessai oder Ballack Dessai 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 Der gefällt mir echt gut man Dessai Aber Van Dijk ist auch nicht schlecht Ballack ist I don't know Der Baby ist shit Der Baby ist echt unbeweglich Das macht Die solche Spiele türen mich richtig ab Weil Das ist echt Katastrophe bei den Servern wenn die noch unbeweglich generell schon sind Ja Nein So letzte Runde Komm letzte Runde Jungs Komm letzte Runde Letzte Runde Längere ist Fortnite gestreamter als Fever Nein Die Feuer ist so verrückt, ja. Ah, ja, warte. Wir haben dich verabredet, ja. ja es sei unnötig ich mach ja kein fortneiter bräuchte auch nicht den creator code bewerben sag du mir ist egal misty ok abdukalypto case ja mann ja also ich glaube ich wäre auch nicht so kacke das ding ich kann halt nur null bauen das ist das problem ich habe damals mir kaum zeit genommen editiert und baut und ja das fehlt mir das problem ist einfach fieber kostet auch viel zeitiger da im ball zu bleiben kostet auch zeit einmal diese scheiß bunker scheiße zu lernen das ist auch kopf wo ich sagen muss ich trainier ich auch nicht mehr aber so trainweise als rtg-spieler train dass mal immer ab und zu mal ein team gab schwierig kommen hier welche oder kommen die gegner gerne ja ja ist da mit der pistole geholt sogar jungs junge das muss man mir doch mal lassen eben ist schon da jungs wer schießt auf mich der kollege hier hallo big man komm her sniper gegen deinen komischen duell oh mein gott direkt auf deine körper ich habe euch gesagt habe ich euch so viel versprochen mit sniping action ich glaube nicht alter junge der das meine freude war es an der stelle mal komplett der arme digger der wollte ein duel haben ich glaube das war's was das ist eine scheiße direkt mal aus dem leben geballert den boy zick zack werden wir auf twitter klickt das mal jungs weil das so oft kriegt das wahrscheinlich auch wieder nicht hin die kiste hätte ich noch ein besseres headset möchte auch mal hören wo die leute immer kommen weil wir müssen nämlich überraschen lassen ja dann kann ich mir auch so holen aber keiner geht dieses setze ich weiß nicht aber manchmal höre ich echt nicht so gut wo die herkommen aber das bessere headsets so brauchst du nicht so oft sport ist ja eh nur für musik hören eigentlich auch so weit von man denkt 21 120 sind ja so ungefähr war das gerade aber ja bruder fort ist auch nicht schlecht ich habe das immer schon gefeiert wenn man wie sagt man kollegen hat ich habe es immer gerne gespielt mit hier mit meinen also kollegen so an sich oder mit chris tabak und okos aber immer eine geile runde fand ich die viel uns vier zusammen war immer geil eigentlich fand ich nur dann weil viele dann aufgehört was schade ist wo habe ich hier für eine geile waffe das apple sei gegrüßt mein freund muss nicht hier die kiste man unter mir neben mir das ist das meine ich mal ich bin so richtig schloss ja nico vielen dank aber läuft doch ganz gut ich bin so so frieden eigentlich so bist du denn bruder ist schon hier trüben dann kommt da auch über gleich ja ist das eine geile pump über wie die aussieht da ja dieser richtig habe ich ja schon also vom auszugucken ist sie gut okay blaue maschinenpistole noch neue minis aber hast du wahrscheinlich auch schon voll oh das war ich auch zu sehen moisi hat finger ist da ist die stärkere tech ok gut zu wissen vielen dank gab es damals glaube ich noch nicht die waffe ist neu oder hast du vielleicht wieder fordert videos schwierig also wenn also ich kann so viel karakteren wenn man mich das wieder öfter spielen sollte privat ob jetzt mit chris oder anderen und eine geile runde kommt ist zwar schon immer ohne facecam kann ich natürlich playstation scheiwa auch so hoch lassen hochladen auf lustig wie damals was für ein geräusch digger ich hätte ja richtig paranoia hier ist noch eine für dich oder es ist die hier besser warte mal die besser dann nimm du die ganz besser mit umgehen ja es hat besser für mich dann besser für mich wenn ich die ja jeweils besser ja klar fieber bleibt jungs deck jetzt nicht ohr links jetzt ab und zu mal hier nach nach dem fieber stream als bonus als ich sagte als bonus kann man es mal bringen aber kiefer bleibt natürlich main contents da klar ich bin auch nicht auch viel zu scheiße um das hier zu bringen sei als vorfahren nur ja ich habe die blaue r ach so stimmt kann man kann irgendwie upgraden oder sowas ne weiter wo kann man upgrade zeigt mir mal ich will auch diese auch da haben dann ich will mit dieser aug test nicht mal wo sie ist hier bei dir oder wo sie 200 noch nicht fehlt noch 200 bisschen metall werden also 50 metall würde reichen oder 55 wenn du hast hast du noch oder hast die aug manchmal habe ich auch noch nicht gespielt jetzt brauchen 150 auf einmal ich sehe richtig geil aus ich schieß mal so testen messen oha fühlt sich nice an die waffe richtig geil jetzt müssen wir aber echt safe spielen die klingt ja richtig geil und dann schön hier hinten rein erst zum lutron und dann ganz weit hinten ich bräuchte noch mal für guter und ein lami wäre ja ganz geil ich bin doch trotzdem zufrieden läuft doch alles gut und jetzt können auch die leute nicht mehr sagen das kann coelite jetzt zweimal elize jetzt noch besseren spieler für als eusebio finden dann läuft der hase auch wenn ich dann jede woche rache ich versuche dann auch zu arbeiten aber ich glaube ich werde das niemals wegbekommen das rage wird immer bleiben leider aber das liegt eigentlich am gameplay auch oft das ist jetzt zum beispiel am samstag habe ich 15 spiele gestreamt ich habe nicht einmal gerage die leute da am start waren samstag können es bezeugen sieben stunden 15 spiele gestreamt ich habe nicht einmal gerage der 90 wirst du hast du schon genutzt mit wir haben wir verwaffen set up jetzt müssen wir echt gewinnen wir haben alles leader ne ja außer snipe habe ich blau ja zum design habe ich grün scheiße das ist nicht schlecht komm da gehen wir jetzt schön hoch hast du aufs berg du hast jumppad vergessen echt oh shit ja dann ja mies scheiß hab ich vergessen ja alles klar la force korrekt hau rein Henri muss auch weg ja den kann man auch spielen erstmal den kann ja immer auswechseln ich guck mal was wir nächste woche bauen ja prime ist halt ja unnötig den zu kaufen wenn man diesen mittlere gezogen hat aber ich muss mal schauen ja das ist ja wie bei butra ich hätte so Bock auf butra prime aber brauche ich halt nicht spielen weil ich hab halt den baby das selbe ist bei mir auch mit deitlich digga ich hab ein deitlich aber ich hab die prime und so ist nochmal heftiger aber ja es hat irgendwie voll dumm wenn du irgendwie so in dem baby hast du dann auch mal so irgendwie zu kaufen digga naja aber irgendwann also man kommt auch langsam in die phase wo man so sein sein seines spieler hat und dann immer ja ein bisschen drum umbauen kann für wenig coins deswegen habe ich ja noch mal ich habe gesagt jetzt jetzt noch mal fett investiert wenn das noch ein bisschen aufgeht noch mal ein paar hundert kamen alte millionen oder sowas wie viel raus kommen auch schon mal nice und dann schauen wir mal weiter also ich komme ich komme dieser sound auch von dieser wer ist diese waffe auch alter dieser feature richtig krass an safe macht ihr jemand auge über den hügel irgendwo jetzt spiele ich das high ground ist das immer so am besten dass sie schön schön wir gehen jetzt schön weit hinten rein hier darauf wer ist auf dem berg und dann und dann dann das schön außen schön außen ganz weit außen okay ich stimme ich aber gar keine metze egal wie das merke ich gerade habe ich schon bin geholt ja schon fehler die was denkst du jeder zweiter jedes zweite spiel ist ein win hier wissen box oder was musste echt ein paar pp holen anstatt erneuen ja schau mal die für die flüge ist einfach besser aber erneuen weil er hat ja auch so geil eigentlich sieben millionen glaube ich 6,9 irgendwie somit drehen nicht günstig der boy der boy ist nicht günstig weil er hier die machen wir das jetzt klar den win wir sind ja gar nicht in der zone digger wir müssen jetzt schön außen rum hier schön bisschen runter erstmal so ich dachte man muss hier bauen hier hoch oder was und dann let's go der hase ich bin hier hoch und dann schön rechts rum guck mal es sind nur noch 6 andere komm zum abschluss mal so jetzt wie bei der weekend league schön nach vorne lehnen das ist jetzt ne jetzt bei der weekend league einfach rumkern und auf dem konter warten ja ist jetzt nicht schön was wir hier machen unattraktiv aber effektiv so jetzt bin ich aber hier guck mal ob ich hier einen snipe raushauen kann hier gegen irgendjemanden hat schon bock das sind auf jeden fall jetzt ha 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 ganz oben ist das die höchste stelle hier auf der map gefühlt schon ne gefühlt ja wir kommen noch höher dann lass mal was mal hier ich guck mal hier unten nochmal hier haben wir nochmal da ist das hier eine kiste guck mal her ich check's nochmal kurz ab komm den easy win mitholen jetzt mal zum abschluss sag mal wenn du was ziehst ne dann komm ich zurück noch drei andere ok den easy win jetzt jungs da ist jeder bei uns Alter wir kriegen noch einen loot drop sogar ja da ist er überhaupt bei uns wo ist denn der loot drop hier ja ah hier die zone ist auch eigentlich bei uns oh was ist das was ist das ich hab noch was gold warte ist das ne sniper ne goldene sniper ne das ist ne das ist die auch in gold lol ne das ist die auch in gold lol moisy oh da schmisch auch aus jump pad hab ich auch noch so let's go jetzt komm das ist unser win jetzt wo sind denn die gegner ich hab noch einer wurde wieder hoch geholt ja ich seh die unten ich seh die markier oh genau ja ok oh ey Junge sagt mir doch mal einmal wie heftig das diese ich hab'n gesniped digger im lauf digger im lauf hab ich ihn gesniped im lauf digger im lauf hab ich ihn gesniped der eine ist rein nochmal ein 20 einfach rein sprayen digger es sind noch zwei andere na Alter Alex was geht ja das sind genau die zwei das sind nur noch die zwei sind das einfach rein sprayen bis sie keine Metz haben ich hab nimmer so viel warte was wollen wir machen wollen wir rüber gehen auf den Berg ja ja lass es kommen hast du jump pad ja shit aber ich bin komm ich brauch hoch komm die sind schon oben die sind schon oben KC ok ich komm zurück ich komm zurück ja komm zurück komm zurück wo ist denn hier äh die der loot drop hier hä bei dir der ist weg ja ne der ist hinter dir ach so ne da geh ich über nicht hin achte jetzt drauf sneaky snipe kommt jetzt an sneaky snipe von hinten nigger ne gleich nicht drauf achten wo bist du eigentlich ich kommst du dir wieder hoch ich komm mal wo die wo die dings ist die äh ne ich geh mir zu dir hoch ich geh mir zu dir ich geh mir zu dir besser digger zusammen fast mal irgendwas passiert da man sich allen anderen hochhelfen kann naja genau das ist halt wir haben halt das jump pad wir haben halt ein riesen Futter ja eigentlich hätten wir den loot drop noch holen müssen naja egal kommt eh nichts mehr was wir brauchen könnten passen es liegt ein bisschen der guckt oben auf den Berg siehst du den die sind zu zweit auf den Berg dort oben die waren zu zweit auf den Berg dort oben ja ich sehs oh der war close oh der war close der war close Junge 105er 105er hier der hier der hier der hier der aber ich höre nicht so viel versprungen der eine ist glaube ich gestorben ne doch ne der eine ist right right ey was das für ne scheiß digger da hat ja gar keine ja einer down einer down wir müssen hast du jump pad setz du jump pad ein ja wie mache ich wie wechsel ich die scheiße der ist schon wieder oben oder die sind wieder oben oder ja aber das ist egal der hat nur 3 stehen der hat nur 3 stehen der hat nur 3 stehen das ist egal das ist egal das ist egal ruhig 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 wo ist denn der ruhig wir haben Zeit der andere ist gestorben der andere ist gestorben wir haben Zeit mach P90 Spray wo ist denn der ich höre das nicht mit dem Sound der ist hier unten irgendwo der ist hier unten wo ist denn der ich will mithelfen ja bei mir bei mir bei mir bei mir bei mir bei mir der ist weiß ich habe ihn gesprayt der ist weiß der ist weiß naja da komm jetzt mal raus du Pussy ja nicht aber erstmal die nächste kicken Alter du kleine wo ist denn der wo ist denn der wo ist denn der hier bei mir ich bin down ich bin down der ist ganz oben der killt mich der killt mich der killt mich der killt mich ja der ist bei mir wir hätten niemals runter gehen müssen ich kann das nicht ich kann nur von ferne kämpfen ja aber da müssen wir runter weil sonst holt ich den hoch und pusht den auf die wie viel leben der noch hatte ist das sein leben da unten links ja alter unlucky jungs ja der hatte 4 kills na egal unlucky man warst du 2 jumpheads? hä? hast du 2 jumpheads? ja ich hätte auch ja ich hätte nochmal ein jumphead gehabt ah ja unlucky man naja egal was solls nur mal auf her ja ja halb 5 jungs alter richtig unlucky man aber ich kann nichts anderes außer snipen habe ich ja schon mal gesagt kann nur snipen jungs ich kann nur snipen habe ich ja schon mal gesagt ich habe ja gesehen das kann ja da muss halt ein bisschen zeit investieren gut jungs bedanken mich für den coolen stream ja ein bisschen rage streamen bisschen elite streamen bisschen fortnight streamen am ende spontan eigentlich muss man sagen war nicht geplant und alter nochmal jetzt 1000 alter nochmal 100 v bucks oder habe ich doch den battle pass irgendwie voll viele sachen ich glaube ich habe ihn doch damals mal gekauft oder oder nicht guck mal bei mir in den dings das ist der normale könnte man so viele sachen aus dem normalen ne oder ne das ist glaube ich der battle pass oder jungs schreib mal rein doch ich habe einen anstand irgendwann mal gekauft glaube ich irgendwie krass ja schade ich habe nie was da gemacht ja vielleicht noch mal in der woche können wir ja mal zocken auf spontan morgen muss man bescheid sagen wir haben jetzt level 4 haben wir denn gesagt 16 0 in Ordnung warum nicht so jungs schade 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 ist er viel passen einer sabette passt glaube ich und dann würde ich sagen ja viel mehr für die loots auch wenn die seite eh bald durch bankrott geht habe ich ja trotzdem viel mehr für die donations jungs und ja für den support generell das gerne und daumen nach oben dann abo und habe ich sagen ja kommen hosten wir noch jemanden auf spontan gibt es noch jemand der online ist unser boss hier noch online erholt sich den big boy ist auch aufgegangen auf tisch laber nicht als die wo noch jetzt halb fünf der verrückte öfter fort naja vielleicht jungs kommt kommt öfter fort nein ja warum nicht vielleicht oft wenn ich zeit habe ich öfter mal prägen wenn ich besser werde gut jungs dann haus ich euch weiter zu die bo ist dann auch im spiel oder was der investierende boss 1 4 ok das ist ein guter preis verändern die muss man sagen ist auch ein guter aber auch gut investieren gut jungs ein kleines streamer solche es gibt keinen mehr klein streamer anführungsstrichen klein jungs vielen dank auf die bis jetzt da geblieben sind hier sofort spontan chris ins maxi und dann möchte ich sagen uns ja haben noch schönen abend und guten die gehabt noch einen guten starten die woche und dann würde ich sagen ja bin ich raus kannst du noch was sagen du bock hast oder wenn ich dann auch drei die big macs